Oh, kannst du nicht mal die Warteschlange einfangen? Ja. Luke, ich bin es. Deine Oma. Wieso? Wieso, weshalb, warum die Banane hinten rumkommt? Gott, oh Gott, wie lange dauert das denn? Ja, Rolli. Eigentlich wollte ich... Achso, wir sind auch schon live hier. Eigentlich wollte ich dir noch was erzählen, Rolli. Ja. Ich sag's mal ganz so ein bisschen verblümt hier. Die plötzlich und unerwartet tauchten die wieder auf da. Und jetzt sind sie alle wieder da bei mir. Ja, da ist es... Siehst du? Übrigens... Wir kennen das ja von früher noch, aus den 80ern. Da wurde auch alles überprüft. So, okay. Coffee hat noch Lisa und Dings angesprochen. Die plötzlich und unerwartet tauchten die wieder auf. Und jetzt sind sie alle wieder da. Das haben die auch noch gemacht. Das siehst du. Ja, übrigens... Das ist das Wahnsinn. Wir kennen das. Was ist? Was sagst du? Rolli? Ich... Hast du mich nicht verstanden? Nein. Und zwar, weißt du, warum ich gleichzeitig meinen Stream zugehört habe? Und der ist zeitversetzt. Ach so. Ich... Nee, gestern war Coffee noch da. Und der hat noch gesagt, der hat von unseren Leuten da noch Lisa und... Da hat noch einen Kollegen angesprochen und die haben dann gleich deinen Kanal mit abonniert. Warte mal einen Augenblick. Ich sag gleich. Ich hab... Ich hab's nicht verstanden, ich hab's nicht verstanden. Ja. Ich hab's nicht verstanden. Ja. Ich fände hier rein. Das war so ganz lustig. Oh, okay. Ist das richtig? In der Hinsicht können wir alle mal... Du hast doch keine Frage. Oh, guck mal. Du weißt, dass der 13. 15. Alter ist. Ah. 13. 15. Oder 33. 105 vor 10 ist es, ne? Es wird eng. 165 vor 11, ne? Ja, damit halte ich immer gerne die Leute im Kopf, hallo, kannste nur noch sagen wie ich bin es? Oh. 324 vor 4. Hä? Eine. Was habt ihr denn hier? Verfoultes Steepflücht hier? Das ist geil. Ja, das gab bei Mottenmann. Was ist denn das für ein... Ach, egal. Ich hätte ihn beschneiden. Aber da fehlt mir noch ein anderes Spiel. Wie sind die großen? Wie sind die großen? Wie sind die großen? Wie sind die großen? Wetter mal weiter. Bin ich eigentlich der Einzige, der in der Warteschlange hängt oder? Also ich würde in der Warteschlange hängen, wenn ich drin wäre. Ah, ok. Ich habe mich entschieden erst woanders zu zocken, bis ich das Brüchen hatte. Ok. Ahhhh. Lumpi. Ne, Lumpi. das sind die europäische platz hier sind viele leute drauf und was geblockt wird gleich mal kicken nun sieht euch gut aus so holly hi wo es gelockt ein Kreuzprecher der Lorn habe ich persönlich nicht so warum bekomme ich immer noch Wartungsaufträge wie soll ich ohne Kampfeinsätze zum Ritter befördert werden? Freund hat deinen Channel betreten guten Abend gehen wir nicht guten Abend mein Scheinwerfer ist ja ein schön hell der Scheinwerfer der leuchtet ja bis hier rüber leuchtet welcher Scheinwerfer? welchen? ja ich habe hier das Dingscamp noch ein bisschen modernisiert ah was für gestern? ne 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 doch da hatten wir angefangen ach ja große Flugscheine haben wir vorangehangen draußen oh es passieren Dinge sehr schön ah sehr schön also kam dir buchstäblich die Erleuchtung und die Wettermorch die mir hingestellt dass es da ein bisschen neblig ist dann kommen die Farben da noch ein bisschen zum Vorschein ah ja ok 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 haha mensch das gibt's ja nicht ich bin druf da drinnen hab ich halt wieder abgerissen und hab bloß ein Kiki hingestellt auch und hab drüber geschrieben ja ha',овать ja befaß ja Frau auch Wer kann das denn jetzt GETT er anso happened machen die tipp weißt dass du gar nicht mehrline den Sockel, versuchst in den Boden zu kriegen. Du hast ja mehr als Trophäen noch zwei Stück. Und dann gibt es ja noch einen hier auf die Season. Dann kannst du da einen Gorilla-Park machen. Aber natürlich ohne Zaun. Freileben, ne? Und einen Stelter mit Pflänzchen und so. Ja, ihr Lieben, ganz kurz. Entschuldigung, dass ich auch so für die, die on sind im Chat, es tut mir leid, aber ich musste eben erste Hilfe leisten. Und zwar digitale erste Hilfe. Nachbarin oder die Bekannte oder so von Nachbarn kam ab und Panik. Handy? Ja, und ich habe ihren Nachbarn und der hat mir erzählt, sie haben Ahnung von sowas. Und ich habe hier auf dem Handy so eine Nachricht gekriegt, hier, ne, Viren scannen, drücken sie, geben sie jetzt ihr Kontodaten ein und dann löschen, dann scannen wir ihr Handy und dann machen wir den Virus weg und all so eine Dinge. Nur war sie völlig aufgelöst und kam dann klingeln, entschuldigt sich dreimal und dann habe ich gesagt, einfach wegschmeißen, diese Sachen gar nicht beachten, klick, 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 weg, löschen und fertig. Ja, die ist ein Android-Handy. Ich habe ja iOS, da ist das noch ein bisschen anders drauf. Da ist das mit den Viren nicht ganz so drastisch, aber Android ist im Moment auch so modern, also jetzt schon so modern, dass die da auch schon ganz schön nachgezogen haben. Ja, nun war sie vollkommen erleichtert gewesen. Also wie gesagt, einmal erste Hilfe geleistet, digitale erste Hilfe für heute Abend. Gute Tat vollbracht, wir können wirklich gut in den Livestream reingehen, liebe Freunde. Sehr schön. So muss das sein, ne? Ich fand das eben, das war auch so niedlich, ne? Also die war also völlig fertig, also, ich kann das schon verstehen, ne? Meine Frau eben auch, ach, das ist so ein Mist hier mit den, man ist da irgendwie hilflos, wenn man das nicht weiß. Ist ja auch letztendlich so, ne? Die können ja alles mit dir machen, so, ne? Ich sag, immer wegschmeißen, keine Panik auf der Titanic. Ja, nun stört dich da nicht, weil da ein Päckchen auf der Straße liegt. Mein Gott, heb's auf und geh. Gut, ihr Lieben, ich möchte euch alle recht herzlich zum heutigen Livestream begrüßen, und zwar haben wir heute dabei, Conny ist nach oben in der Rezeption, die trinkt da wahrscheinlich noch einen kleinen Macchini, denke ich. Dann haben wir... Prosecco. Prosecco, danke, danke, Prosecco. Also die First Lady, die trinkt noch einen kleinen Prosecco in der Rezeption. Liebe Freunde, wenn ich Rezeption meine, dann meine ich in unserem Teamspeak die Rezeption, da ist die Conny noch nicht weitergerutscht, hängt oft auch damit zusammen, dass es manchmal sehr schwer ist, auf die Server aufzukommen. Dann möchte ich recht herzlich heute Abend bewillkommenen die Kirsche 1902, das ist ein Deutsch, ne? Hallo. Hallo, ist ein altes Deutsch, altdeutsch ist das, ne? Also richtig bewillkommen. Hat mein Vater früher mal so immer gesagt. Fand ich ganz lustig. Also herzlich willkommen. Dann möchte ich recht herzlich begrüßen, den Harry Harko, der hier vor mir steht. Danke. Mit dem habe ich gestern Abend hier noch eine Runde Untiefen gemacht, und Aeronox hat Spaß gemacht. Werden wir wahrscheinlich demnächst auch mal wieder live zeigen. Dann haben wir heute dabei meinen Stabchef, den Stick01. Grüß dich. Grüß dich. Wir haben Harley Davidson im Hintergrund. Hallo Harley. Juttenbach. Juttenbach. Geschafft. Dann haben wir die Stimme aus dem Hintergrund heute dabei. Airoliai. Hallöchen. Bin doch da. Blutsventel. Hoi. Nummer 8. Nuvet. Nuvet. Und wir haben, warte ich muss ja, Stahlhelm haben wir dabei heute. Hallöchen. Ich freue mich riesig. Und, but last not least, den Achim, und zwar den Jutsgnom, Opa Rüppel hier. Guten Abend, ja. Und als Gasthörer sage ich jetzt mal den Gentleman. Hi, Charlie. Hast du Lumpi schon? Ne, der ist noch nicht im Chat. Also Lumpensenkel begrüße ich. Ich begrüße recht herzlich Ingame den Lumpensenkel zu unserem heutigen Livestream. Warum schleppe ich diesen ganzen Kram hierher? Weil du Knappe bist und ich bin Ritter. Deswegen schleppst du den ganzen Kram hierher. Dommel Frage. Da muss man auch noch drauf antworten, weißt du? Wer hat da oben eigentlich die Hawaii-Musik angemacht? Guck mal Hawaii-Musik. Natürlich. Ah, da ist sie, die First Lady des Weißen Hauses. Einmal einfach. Da gibt es natürlich ein Herzchen. Da bin ich. Hallo Conny. Hallo Cadera, First Lady des Weißen Hauses. Hallo. 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 Vorgestellt habe ich dich schon. Die Warteschleife einfach aufgemacht. Ja, ne? Also vorgestellt habe ich dich schon mal. Und ich habe behauptet, dass du ein Martini trinkst. Und dein Mann hat gesagt, dass es sich dabei um ein Prosecco handelt. War das okay? Ja, natürlich. Ich habe gar kein Prosecco im Haus. Ne, genau. Also okay, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir fangen langsam an und dann geht es schnell weiter. Wir werden uns heute vielen Dingen widmen. Und zwar, wenn das Team hier so einmal geguckt hat. Warte mal. Lumpensenkel, wenn du jetzt die gleiche TS reinkommst, dann trete ich dir ins Schienbein. So. Es ist eine Flau, ey. Harry Boxing, Harry, los, mach ihn fertig, Boxing. Genau, Harry Boxing. Also wie gesagt, ist alles beim Alten. Ich denke mal, das ist auch ganz lustig. Und, ach so, mein Chat wollte ich ja noch aufmachen. Hatte ich den nicht schon gehabt? Ne, ne? Na gut, so was macht man ja auch nicht. Ich war doch vorhin schon mal live hier. Live und in Farbe. Atze Benni. Gut, Atze. Dann bin ich glücklich, wenn du auch gleich reinkommst. Also Atze Benni kommt auch gleich dazu. Conny und Kirsche haben schon wieder fleischig geschrieben. Fleischig. Fleischig geschrieben. Geschrieben, natürlich. Was wollte ich eigentlich jetzt überhaupt sinnvolles sagen? Ach so, genau. Wenn alle da sind, dann würde ich ganz gerne mal das Camp umschalten. Ich habe mir heute was gekauft, was ich umbauen will. Wenn ihr euch beide gleich zusammenreißt, dann gibt es Schularbeiten auf. Genau, Zähneputzen mit einer Drahtwürste. Genau. Dann gucken wir uns heute nochmal Erics Camp an, in aller Ruhe. Damit ihr wisst, wenn wir dann demnächst wieder eine Bogenschau machen. Wir machen heute aber nichts, weil wir dem ja nicht vorgreifen wollen. Und ansonsten gucke ich mal auf die Uhr, wie spät das ist. Ja, gestern Abend war ich ja zu einer Buchlesung gewesen, bei einem Rechtsmediziner. War sehr spannend und sehr interessant. Und eben, Conny, habe ich nochmal die gute Tat des Tages geleistet. Guten Taten sind immer gut fürs Karma-Konto. Klingelt hier eben an der Tür und ein Bekanter vom Nachbarn kommt, weil der ihr erzählt hat, ich habe ja Ahnung von Handy und Computern und sie kam dann ganz aufgeregt an. Sie hatte dann so eine Meldung gehabt hier, ihr Handy ist von Viren befallen, bitte lassen Sie es scannen, klicken Sie hier, machen Sie dort, geben Sie hier Ihre Daten ein und dort ihre Daten ein. So, nun war sie völlig fertig. Oh je, von Viren befallen. So, da habe ich gesagt, hier ganz einfach, wegwischen, löschen, blocken. Das sind Fake-Mails. Fishing-Mails. Fishing-Mails, ganz genau. Das ist absolut Schrott. Ist das bloß nichts. Machen wir angeben. Es war nur Android-Handy. Bei mir, wie gesagt, kann ich so reingehen. Deswegen war das aber ein bisschen anders. Man muss immer ein bisschen umschalten, weil es weil du nicht weißt, wie dort die Mechanismen sind, ob du da dann gleich was aktivierst. Gut, dem Dinge. Ich habe ihr aber angeboten, wenn es nochmal wieder was gibt, dann darfst du sich vertrauensvoll an den Präsidenten der Fallout Legends wenden, habe ich natürlich nicht gesagt. Aber erst, wenn sie deinen Kanal abonnieren. Ja, das habe ich, das habe ich, weil pass mal an, du darfst eigentlich, ich gehe an die Tür, mache auf und sie guckt mich an und ich merke dann, irgendwas krippelt, ja, an meinem Kopf, ich sage, ich laufe hier sonst nicht mit Pudelmütze rum, ich sage, ich bin aber jetzt gerade live vor der Kamera, deswegen. So, genau. Oh, ihr Lieben. Oh, hallo Rüdiger, Mensch, ich hallöchen. Ich möchte dich auch recht herzlich begrüßen. Rudi. So, den Lumpensengel habe ich im Team, den müssen wir heute öfter mal ein bisschen, wenn der jetzt nicht gleich reinkommt, also, dann gibt es Aue hier. Gut, also, ich werde jetzt mal mein Camp ändern, Conny, 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 Mensch, das sieht aber wieder gut aus hier. Ja, ich bin heute mal in Pink, ne? Ja, das sieht mal so richtig gut aus. Zum Beispiel. Ich meine, sollen wir euch so lange alleine lassen? Ich frage für einen Freund, oder wie? Ist denn schon wieder Weihnachten? So, ich werde mal ganz kurz mein Camp umschalten, da will ich nämlich noch weiterbauen. Ich darf es jetzt aber nicht mehr, ach doch, allen Bude kann ich es weiter erinnern. So, hier kommen die, ach, Oma, erzähle ich, so ein Quatsch ist keiner falsch. Erik, du musst mir noch mal eine Frage beantworten, und zwar suche ich den Gabelstapler. Also mal ganz erst, hier würde ich so eine kleine Shopping-Meile machen. Du hast gar nicht gesagt, dass ich reingekommen. Danke. Weil ich wollte hier den Gabelstapler hinhängen, weil das Ding, der passt ja nicht ganz, aber den Gabelstapler, dass der also Ware abholt, ne? Also ich habe mir hier schon eine kleine Story ausgedacht, ne? Ja, ja. Ach, guck mal, da kennt einer noch die Werbung, dann klappt es auch mit der Nachbarin. Die ist aber schon richtig alt, Rolli, ne? Du bist hier, glaube ich, falsch. Aber die war noch gut, die Werbung, ne? Ja, na klar. Du bist hier, glaube ich, falsch. Da kommt man eigentlich noch... Sag mal, also Oma, wenn du jetzt nicht gleich in Ruhe bist, dann... Oma versorgt die ganze Truppe hier. Ihr seid alles halt. Du hast gar nicht gesagt, dass Freunde kommen. Wartet hier, ich tische schnell was auf. Ja, und dann machst du mir noch was rein. Du hast gar nicht gesagt, dass Freunde kommen. Wartet hier, ich tische schnell. Ja, schnell, geh mal bitte. Halt, wir essen alle Aufschnitt, Oma. Komm, bitte gut miteinander aus. Ach, genau, auch mit... Meine Omi. Kommt alle gut miteinander aus. Achim, du siehst sehr gut aus. Warst du wieder unterirdisch unterwegs, oder wie? Ich war unterirdisch, genau. Conny, ehrlich gesagt, da hast du dir... Sag mal, also, das gefällt mir. Vor allen Dingen das Gesamtensemble gefällt mir, Conny. Mit dem Halsband, mit dem Barrett und dem... Es ist genial. Gefällt mir, ich bin begeistert. Ja, danke. Ja, ich weiß es ja, ich mag so hart. Ach, hier, den Parfüm-Spender habe ich mir auch geleistet. Also, ich will hier richtig so ein Geschäft machen. Ja, die Tür fand ich auch interessant. Mensch, Oma, jetzt... Also, Oma, ich sag dir eins. In den Livestreams ist Ruhe hier. Klar? Gut. Was war denn für Zeug? Das ist Kudung. Das ist Kudung. Ach, oh, ja, das... Sag mal, Erik, hast du irgendwie Langeweile, oder was stimmt? Was mich hier so ein bisschen... Was ich schade finde, ist, dass man den Fußboden hier nicht verkleiden kann und dass die Wände so hässlich aussehen. Aber es ist halt... Hast du das Zeigenschmal rausgekriegt, wozu es voraus Strom braucht? Was? Damit man hier auch keine Stromleitung legen braucht, oder... Du bist hier, glaube ich, falsch. Damit du hier außen... Ich hatte nämlich oben gerade einen Generator draufgestellt. Wenn die noch einmal sagt, du bist hier falsch, dann sammle ich hier den Stuhl weg. Und dass man hier einfach irgendwo eine Lampe hinsetzen kann. Ich fand's gut. Also, ich will hier wirklich so ein Geschäft einrichten, mit allem drum und dran. Mal was ganz anderes. So, ob ich nur zwei solche, dieselben Läden... Wobei ich die Idee hatte, Erik, ich werde die beiden... Eine Ladenstraße? Ja, so eine Ladenstraße, die in Reutershagen mal früher war. Und... Kennst du Reutershagen? Ein bisschen. Ja. Und da werde ich hier einen anderen Stuhl fortlegen. Gib dir Gott sei Dank alles. Geh doch mal einer ran, Junge. Ja, das ist Omas Mann. Oma, deck mal schnell was auf hier. Du bist hier, glaube ich, falsch. Hast du dich verlaufen? Ja, aber die sehen doch cool aus. So, was war? Alles okay hier? Ja, ne? Ich finde die Hütten gut, ne? Oma habe ich jetzt erst mal auf die Malediven geschickt hier. Ich habe ja gedacht, Erik, dass dieses Schild hier dann leuchtet, wenn man da... Nee, das leuchtet gar nichts. Aber ich finde wahrscheinlich nur, doch ein bisschen leuchtet, ne? Ach, das hier, ne, das leuchtet doch so ein bisschen mit Punkten irgendwie, ne? Sollst du lügen? Das Verkehrsschild leuchtet auch mit Punkten. Nein. Das hier auch. Mann, hier sind doch so Punkte dran. Nein, ich weiß. Mann, ja, du weißt gar nicht. Früher sagte man Glibien. Glibien, genau. Übrigens, wieso, ist das der Paint-Shop? Nein, das ist kein Shop für Schmerzen. Nein, 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 nein. So, ich habe das Pfandhaus. Das ist das Pfandhaus. Genau. Ich werde hier kein Pfandhaus draus machen, hier wird nichts Pfand genutzt. So, ich muss, ich hatte über, du sagst, Erik, bei Bodendekor, ja? Welches weg? Fällig. Bodendekor, da ist der Gabelstapler, sagst du. Erich, such mal, wo ist der? Oder muss ich das auch schon wieder alleine machen? Olli, deinen Freunden, ein Dankeschön. Alles cool, werde ich übermitteln. Ich freue mich riesig darüber. Absolut. Du hast ja mitgekriegt, wie ich mich gegrämt habe, ne? Ja, das ist so, naja. Ich finde den Gabelstapler nicht. Den Stapelgabler? Ja. Also, ich will da richtig so einen Trödelladen machen, so mit allen drum und dran. Mal komplett entgegen meiner Grundsätze. Wenn er nicht bei Bodendekor ist, dann nehme ich aber sonstige. Ja. Erik, wenn du wüsstest, was ich heute alles schon durchgeblättert habe. Ja, dann machst du halt nochmal. Und wenn ich da, wo dieser komische Kipper ist, hier, oder den den hier sein soll, und dann würde davon das zweite Modell sein. Ich weiß ja nicht mal, wo der Kipper ist. Den finde ich ja auch nicht mehr, den Radlader. Ja, ganz einfach, weil ich den auch bei Neu weggenommen habe. Toll, danke schön. Bitteschön. Finde ich auch. Ja. Ne, das ist ja echt doof. So, alles andere ist abgeschlossen. Warum kann man sich hier nie rumsetzen, sag mal. Warum kann man denn nicht fahren, sag mal lieber. Ja, das ist ja unrealistisch. Rumsitzen würde ja jetzt schon reichen. Ne, fahren. Rumm, rum, rum. Nein, fahren. Ich will fahren, ich will fahren, ich will fahren. Aber dann hier nur mit 3 kmh. Also noch langsamer als wie, wenn wir langsamer gehen. Also bei Sonstiges ist es nicht. Bei Wanddecor ist das Ding. Ah, jetzt sehe ich. Bei Wanddecor. Nein, was? Nein. Man witzelt. Ich suche das jetzt. Das war ja krass. Das war ja krass. Da war ja ein Telefon, welcher noch einhängen. Dinge. Das war ja krass. Das wäre es doch, ne? Das wäre richtig geil. Ja. Ich würde einfach hier einen rumklappern. Ich würde mit dem Torack oder so da rumballern. Ne, die könnten wir hier einführen, dass eine Torackskralle da irgendwas so zähmst. Nein, ich will hier mit dem Auto fahren. Der versucht die mal zu zähmen. Wenn so ein Auto, weißt du, was so richtig Qualm und Ruß rausschmeißt, weil das dem Genre hier entsprechen würde, weißt du? Ja, Atomar mit Fusionskernen. Ja, genau. Sag mal, Harry hast du mich gerade gedroht? Harry hast ihn gerade gedroht? Wollte mich gerade boxen? Hab ich da hoch gesehen. Ja, hat er. Guck mal, guck mal, guck mal. Also hier kann man Dinge bauen. Dinge kann man hier bauen. Alter Falter. Hier, da geht's doch. Ja. Napolitan hier. Neopole, Neos, Neos, Neos. Neos, 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 Neos. Neos, 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 Neos. Leuchtet das jetzt oder leuchtet das? Da sieht das nicht. Ey, da knoppen sich welche rauszuzählen. Das sieht aus, als wenn ihr auf der Toilette seid. So hört sich das an. Ne, komm, komm, komm. So, hier werde ich dann, ja, hier muss ich mal viel Boots haben, dass die Wände hier, man kann die Wände ja auch nicht... Hast du einen Stapelgabler gefunden? Ne, den hab ich noch nicht. Ich hab's aufgegeben. Ne, ich geh mal zu meinem Käpt'n, die Kieke mal. Ich hab's aufgegeben, den hab ich mir noch nicht gefunden. So, Baumini, was hat er gesagt? Irgendwann bei Bootsen, die Corona... Hier würde ich einen Gabelstapler hinsetzen, Kirche. Stapelgabler, ja. Und zwar ist der Gabelstapler unter Boden, die Core, und zwar relativ weit unten, also vor den, äh, hinter den Büschen und der komische Baum mit den Slits, mit hängenden Slits oder genau dazwischen hängt das, der Stapelgabler. Ich glaub's nicht, danke. Oh? Ja, ich glaub's ja wohl nicht. Danke dir, Erik. Bitteschön. Ja, im Ernst. Kann ich Platz jetzt? Ja, überschneidert Objekt. Muck, 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 muck. So, sieht's doch schon besser aus, ne? Ja. Jetzt wohl der Gabelstapler im Prinzip die Ware ab für die Geschäfte hier. Genau, der Stapelgabler. Der Stapelgabler. Herr Siebenstein! Ich begrüße Sie. Weil ich von so einer Schaufensterpuppe nicht so eine Kiste in der Hand drücken kann, wa? Ja, genau. Hallo Simi, sei gegrüßt, mein Freund. Der auch schon dreht. André, ich mach mal Licht an, dann kannst du mich besser sehen. Ne, aber... Und André, wie seh ich jetzt aus? Ist das auch so? Der Gabelstapler hängt schief. Kirsche sagt auch, dass der Gabelstapler schief hängt. Na, jetzt ziehst du doch nur. Jetzt ist er noch schief. Erzähl nicht so'n Quatsch. Ne, ich sag gerade. Dann sagt Simi, guten Abend, ihr Lieben. Ich dachte, der ärgert mich schon wieder. Den, 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 äh, den. Ja. Den Städter kriegst du jetzt nicht weiter Richtung Gabischab-Leitung. Hab ich jetzt noch nicht probiert, lieber Erik. Lieber Erik. Lieber Erik. Ja, wir verstehen uns wohl jetzt. Yes, das sieht doch mal aus. Guck da mal. Sieh das aus. Geil. Das sieht total geil aus. Ist der eingerastet jetzt? Ne, aber das sieht gut aus. In der Rasse ist es. Ja, das sieht gut aus. Dann sieht man, als wenn unten das so sein soll. Wah, Wah, Wah. Wer wurde gerade abgeholt oder geliefert? Ahh. das gefällt mir eine geile idee ich habe andere probleme ich muss gerade meine reparatur nein dazu kann ich übrigens auch was sagen ich habe da so eine kleine sd-karte reingemacht und die liest er nicht mehr bei mir macht da gar nichts mehr da läuft das update hatten wir versucht dass du mir leid ja hier werde ich demnächst noch ein bisschen weiter basteln also ich will den geschäft also so eine geschäftsstraße bauen hier guck mal man kann hier ja regale reinstellen bloß das doofe ist ich weiß ja ich würde es so machen das war meine idee dass du ehrenladen nimmst und dann hier so waffen aussteller hinhängst ja waffenladen und dann hier die puppen hinstellen mit rüstungsteilen und dann machst du hier halt so eine ecke so einen typen so wie es halt auf dem bild sie ist so als verkäufer und dann stets genau comic stand dahin oder und wie sowas wiss ich meine zwischen laden das lädt ja eigentlich dazu ein ja gute idee nehm ich nehme ich nämlich nämlich auf jeden fall gerne an die idee weil ich finde es gefällt mir weil sie sich eine wackelpuppenecke präsentieren ja selbst wenn du nur in so ein haus hin baust und dann drumherum eben halt so ein bisschen naja ich will hier alles so richtig so regale und waffenstände und kleinkram und plunder ein immer gucken hier was ich hier muss doch in der hütte rin umso geiler sieht er aus wenn es wirklich voll ist ja das meine ich die hütte muss aber voll sein das ist ja deswegen sage ich ja nur in der hände in der hände bauen er ist gut erst mal ja machen wir wenn ihr gute idee so jeden kommt ein vorhang rein habe ich so gedacht ich überlege gerade ob sie so einen zerfetzten vorhang nehmen weiß was ich meine weil ich will wirklich so ein bisschen dem film entsprechend so oder natürlich geht das kapitel leider noch nicht gesehen dass seine tür spiel nein ist wirklich klar ist natürlich die da ich noch nie gesehen habe kriegt er nicht mitreden reden kann ich nicht mit die tür kann ich reinbauen na toll keine andere tür ganze reinbauen eine tür ganze reinbauen ok hier doppelt für hier du kannst kein vorhang reinbauen geht nicht ich wollte das und zerfetzten vorhang rein machen habe ich heute und keine heiletür also doch mal von der anderen seite geht nicht ist komplett rot also hier in der tür geht er fragt mich warum ich bei mir keine tür an machen kann also für meinen objekt was ich da gebaut habe jetzt noch keine tür mal gut jedenfalls habe ich fand das ding gut ich fand das bei ammo mit seiner metzgerei schon gut was er da hat und wie ich das gesehen hatte denke ich das passt so zu mir wenn ich denn hier so wie eric sagt hier das waffen ausstellung dann ist es cool ist ein scanner und hier mit hotdog diese schilder also dass man die ich will werbung will hier auch ranhauen ich will nicht gerade eric ob ich das hier so an die wand macht so eine neonschrift an die wand und weißt du was ich meine und nicht draußen ich würde ganz anders machen ich würde zum beispiel entweder nimmst du die unterste leiste ach und 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 takas da bilder an umgedreht und nimmst du als ich weiß ja ja ich habe ich habe verstanden alles gut so wie ja ja ich weiß dass du meinst naja weil ich hätte wollte jetzt hier nicht wieder oder ich man kann auch eine plakatwand aufstellen hier hier oben drauf das sieht aber keiner so dass mit dem gabelstapler hier mit dem baumodus versuchte hier an die fosten haben wir manche legen ja hoch so an die fosten hier so links und rechts das geht auch hoch von oben nach unten ja ja freund hat deinen channel betreten hallo hat alles wortchen hallo bist du leise ja du bist du richtig leise hat warte mal ich guck mal die laufstärke nähert aber warte 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 erzähl mal hatte ja also wie soll ich mich schon gegangen will das wollen das was ich immer dich fragen wollte hast du dich neu eingerichtet ich habe dir heute neue rechte wiedergegeben dass die lautstärke auf 0 mein rechner der den habe ich mit mir aufgesetzt weil ich durch gewisse bios findereien die ich da gemacht habe mit meinem rechner fast geschont haben dann verstehe ich das weil sie gehen absetzen ich habe das heute bloß gesehen dass du reingekommen ist und dann denke ich alles weg alle rechte weg die habe ich dir alle wiedergegeben die rechte hast du gesehen aber deine lautstärke war noch auf 0 also auf standard er macht das immer auf standard dann naja ist gut wie gesagt da hätte ich aber mal eine frage ich kenne sich ja da bin ich damit aus ich habe ich habe rams von diesen 3200 mhz ddr4 und ich habe die von gut zu takten mit dem xmp profil aber als ich das gemacht habe ist mein rechner abgestürzt ist nur eine oder die lege an den nirgendwo danke genau ich trinke ja keine ja die frage hast du in der kompatibilität testliste mal geguckt in der kompatibilität ist immer für jedes boot gibt es eine liste und das steht bei den rams mit dem laufen das boot habe ich vom kollege gekriegt und die rams waren auf sein ich habe quasi sein system bekommen das hat bei ihm jahrelang trainiert aber bei mir hat das danach ich weiß es nicht genau so kann das sein was dann amd system ja 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 und hast aufgepasst in welche bank du das rein steckst ja ja ich habe fast jetzt für es wird es sind alle voll wie gesagt also normalerweise dürfte das dürfte da keine probleme entstehen wenn ich einfach nur die megahertz zahl auf das stelle was es eigentlich anzeigen soll manchmal gibt es so zwei rams rauszunehmen und dann oder alle wieder raus das war ein reinzustecken also bei dem dem ersten slot anfangen ja manchmal hat man hier an jetzt hier die tür auf magst die amd ist aber manchmal eine wacke dass die augen das manchmal nicht richtig ja das muss man auf jeden fall ich hab im xmp profil steht nämlich auch 3200 megahertz und wo ich jetzt angefangen habe es dann zu machen genau das ist normal das ist ja aber da kommt keiner hoch ist ja klar so ich gucke mich gerade hin also wie gesagt wie man merkt hier ist was passiert wir machen heute abend hier mal so ein bisschen bastelstunde und bastel arbeiten und dann hatte ich drücke die daumen das ist alles klappt bei dir ja ich habe das jetzt zurückgestellt dass ich habe jetzt noch 233 megahertz wie sind ich ob das das genug eigentlich schon ja und das ist mit dem muss es laufen und bei sonstiges war dieses komische schild drin was ich als ich hatte so ein mal so ein anzeigen schild gehabt ja ich muss auch gucken ja ich meine ich habe ich habe also ist das schon jetzt ziemlich stark da ich habe eric das kriegt man hier oben zum beispiel rauf ich weiß aber da kommt keiner hoch eric da kommt keiner hoch aber es geht ich habe das schild also man kann es da hinten auf stellen ich stelle es da hinten auf oder vorne am anfang mal sehen wo ist eigentlich meine baugrenze hier das kann ich sogar hier vorne gleich aufstellen eric eric kannst du das schild mal wieder herbringen oder du ziehst hier das linke haus weiter rüber ja aber dann stehst du ja wie an dem baum drin und dann hättest du genau in der mitte drin gestellten siegmener ja das hättest du das werbeschild als wand element alles gefällt mir auch nicht das gefällt mir auch nicht ja und er hat kritisch gekriegt hast du hast du mal den bild getestet dass jetzt schon immer gestorben oder öfters oder noch nie was siehst du ist doch gut oder freund hat einen gericht zum leben denn es mal jetzt habe ich nicht nur die macht jetzt gerade mal sein sein rechner an und dann ist dunkeltuben sagst du das ist gerade gepostet dass er fies mehr macht er gar nicht ich würde sagen eine werkbank habe ich hier noch nicht ich habe hier auch noch gar nichts der werbung halber werde ich mal wieder hier mein weißes haus hinhalten ja das hat mich deshalb ja ich weiß ich habe auch gesehen irgendwie das macht er ist auch beknackt kummer jetzt ist hier wieder wände fehlen hier ja ich wollte gerade sagen aber für den film das sieht immer doof aus hier also er liegt dass er legt das hier gerade grafisch irgendwie wieder nicht ich weiß auch nicht woran das liegt so wollen wir dann zu kryptisch noch längsseits gehen oder wie von mir aus ja ich kann nicht hin hier mein server hat dir sagt er will nicht mehr ich weiß auch nicht erst mal warten die welt ist nämlich voll sie mich jetzt verarschen da gehen wir mal zu kryptischen und dann wenn man neue dinge tun hat auch spaß gemacht gestern abend noch mal schnell das ist eine erziehung ne? ne braun ne? ne braun ne? also ich fand's cool eine harte nuss. sein schild ist so stark, dass ihm korrekt einen kratzer zufüttet hat. aber damit habe ich ja eine lösung. es gibt in zwei drei kümmern. Aktiviert bereichend. in einer leitung. und gesagt, du bist dann voller energie. Energie, die direkt in den schritt des roboters gepumpt wird. du brauchst alle drei um ihn zu erledigen. viel glück. offensichtlich wollen wir bei dir besser als bei mir. einer? jetzt bin ich gestorben. ich wollte ihm gerade helfen. down. shit. warte mal. ich hab doch aktivieren pylone 1. hey andre. andre ich hoffe dir geht's gut mein freund. wenn ich hier direkt bei meiner ersten hilfe macht, dann haben wir gestorben. rolli! rolli, du warst auf dem dach als erster. alles gut. alles gut. hast du das bärchen gerettet? äh, ich war leider, äh, hier da waren schon... direkt hinter dem helm hab ich dir eine gegeben. hier oben gestorben. oh je! dann ist das bärchen nicht so... Lars, hast du den einstich gemerkt? äh, eben, äh, hast du mich gerettet oder was? äh, ich nicht. ne, irgendeinen hab ich hier gerettet. äh, mich? ich bin fast nicht gerettet. ja. ich weiß gar nicht, wer mich gerettet hat eben. ich bin auch jämmerlich, äh... bei mir war schon all zu spät. gut. ja, endlich. wir haben ihn geschafft, glaube ich. ah, gut. ich hoffe, ich hab endlich mal diesen, diesen weißen Hut hier gekriegt, wisst ihr? oh, der fällt mir! den hab ich noch nie erhalten, diesen weißen, der hat seltenheitswert. guck jetzt mal nach. oh, man ey! was denn? er ist hingefallen. hat mir die scheiß Explosion schon wieder runtergerissen. mann. so, jetzt bin ich auf meinem Fuß. ich konnte dich nicht retten. ne, ne, ah. pass mal auf dein Neuro. hier ist ein Dauer-MG-Duck gerade wieder. ah, ne. so, jetzt hab ich... doch, doch, ich bin, ich bin schon wieder da. äh, warte mal, wo waren die? ich dachte, du hast sie verloren, aber... ach so, nö, ne? hallo, Herr Siebenstein! das andere ist im Chat. ja, guck mal, guck mal links von dir. was andere ich beim spiel... ne, wir machen da eine gute Kuschel, du kannst sie nicht sehen. oh, André, oh verdammt! Daniel, sei gegrüßt Daniel! hallo André! oh, schön geil! danke, Gott, jetzt sehr geil! der André, cool! Siebenstein, André, äh, hier, ähm, Sensen-Wolfer drin, hier, das ist wie der Hammer! aber hier ist wieder so ein Dauer-Bag, ne, so ein Baller-Bag hier drin, ne? bei mir nicht zum Glück! ich hör den ja, wie gesagt... Freund hat deinen Channel betreten! André! Einen schönen guten Abend, ihr Lieben! Oh, André, das ist cool, dass du das machst, dass du da reinkommst! ich hab ihn trend! allah, schön! da machst du den kleinen niedrigen, da machst du den kleinen niedrigen Schwinz jede Freude, André! du, das wollte ich ja damit auch her... ja, schön! so ein Fusionskern, Fusionszelle... gut! das Geballer geht mir jetzt gerade so ein bisschen quer gegen den Strich! ja, das ist ja schon dein Name! André, was sagst? ich will mir da so eine Geschäftsmeile errichten, hast du bestimmt schon gesehen, ne? ja, das habe ich gesehen! mal gucken, ob ich das irgendwie mal hinkrieg! ich bin ja mal gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist! ja, ja! Erik hat mir heute schon einen Haufen Ideen zugespielt und das gefällt mir! ja, das war heute so, wo ich sagte, das Ding nimmst du jetzt, das schlägst du jetzt mal zu! Mensch, was picht dich André, wie geht es dir alles gut? ich kann nicht klagen! warte, guter Freund schlagen! ja, das richtig! das freut mich! warum höre ich hier alles doppelt? weil irgendwas sich echot? ja, da bin ich das! hat zu singen mal! hallo, hallo, hallo! sag mal, sag jetzt mal was hier! ne, Harry, der Quatsch hier, André! huooh, geh! und, was geht? du, hallo! ich bin so alt für den Scheiß! ja! du zu alt... Knitter diggerdruppe! ne... der droppt... aber ich habe wahnsinnig tolle baupläne gekriegt heute echt richtig richtig gut die echten baupläne richtig meister wolfie alter lecker 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 immer kurz auf sieben auf folge sieben falls noch jemand man braucht ist er noch gibt es den auch noch eigentlich kirche ist einfach achtlos an mir vorbeigerannt jetzt bin ich traurig ich habe draußen geschäftliches an meinem wohnanhänger zu tun ich habe überprüft ihr ob ich karten habe ich das ja wieder reingehe und dann ja wir finden das toll dass du uns hier besuchst hier unten aber du kommst hier nicht rein also dafür dass du noch oben stand bin ich jetzt erst unten angekommen wollte ich nur sagen ich wollte dich doch nicht mit runter ziehen da posten die schon wieder ihre ganze fresssucht in unserer whatsapp gruppe das sollte doch wieder da aber ich werde den cappuccino empfangen heute ja dann habe ich ein neues angebot für den zweiten bekommen super aber siehste geht läuft doch läuft doch die haben hier am zweiter ist ne das sieht doch lecker aus was die da rein posten das meine ich auch die laden wir uns nicht ein ne das sag ich dir das müssen wir klären da müssen wir mal hin gehen mann der fernber ist ja mal gut ich muss mal da mal hier in der fahrer aufreißen wie war das hier ich räume schon mal ein bisschen auf hier in der kirche Ich muss ja noch Werbung machen, das müsst ihr ihm noch mal sagen. Aber nicht mal Geduld, ne? Kirsche geht gleich weiter, ne? Muss bloß hier erstmal... Ziona... Warum ist denn die Welt voll? Na, wie immer. Ist doch nicht voll. Doch. Die Überladung beschlossen. Aber dafür, dass die Welt voll ist, ist gerade mal inner bei Mottenmandieren. Wir haben wahrscheinlich alle übermottet. Ja. Ja. Ja, der eine mit der Mottenmandieren-Zelle. Leute, jetzt müsst ihr Angst haben. Ich komme. Nur zum Glück. Mein Glück. Gerne. So, das haben wir hingekriegt. Das gelöse ich mir nicht, aber es kommt meinem Vater immer an. Ich denke, ich rede mit ihm. Und? Ach, du kriegst, ich vergesse es immer, Mensch. Also Respekt, mein Freund, dass du das hinkriegst. Ich habe mich schon gewundert, hier die Stimme. Du bist ja direkt im Haus, ne? Ja, in der Wohnung. Ja, oder in der Wohnung halt, ne? Ja, wie gesagt, also alles gut. Alles schick. Wenn du dich kümmern musst, du stehst auf, kommst und alles gut, ne? Gut, das haben wir hingekriegt. Kirsche, ich bin bereit. Mhm. Musst du nur auf meine Schritte kommen. Hä? Ach so, deswegen musst du... Mein Zuzamba mit mir... Zuzamba den ganzen Tag. Die ganze Nacht. Ach so. Ach so. Wir haben hier aufgepasst, doch. Uh, Fallen. So, jetzt komme ich mal zum Botman, die sind die besten, die sind EU West. Da oben. Was war das eben? Feuerwehrkirsche? Ne, weiß nicht. Wir sehen. Was machst du denn so? Ich hab eben versucht, den Vogel da aufzugreifen, aber der hat meine Tat beschaut. Stempack, Stempack. 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 Meine lieben, liebenden. Hat einer von euch Pulsionskirchen? Ich hab sicher welche. Boah, aber alle... Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Weißenhaus? Ne, da komm ich. Ich hätte auch welche geben. Ja, ich kann's dir von mir welche geben, aus meiner Kiste, ne? Ich bin ja Hütter Westfernsehen. Ne, das ist Scheitern, aber ich hätte gedacht... Event? Ich kriege da jetzt so zu. Boah, täglich ist jetzt kein Mottenmann, ne? Die Mottenaufgabe, ne? Muss ich nur noch machen, Mensch, ich komm vor Krüger. Boah. Wir haben alles? So mit drei Worten, Schöster? Ja. Ja, in Schluft. Ja, das ist der dritte, der Penn wieder steht, ne? Da kommt keiner rein. Oh, danke. Komm doch aus dem Scheibenholigen und fassen sich raus. Das ist aber gut, die Kurve gekriegt. Ja, ich könnte dir jetzt was anderes sagen, Rolli. Kirsche nicht wundert, warum ich hier so gelangweilt rumstehe. Hm? Du hast... Den typischen Powerriss und Buck hier. Ja, ich... Ich werde nicht gemühen... Ah, ich habe schon eine Karte, schnell zu sein. Ja. Zaki, Ratzi, Fatszi, Zaki, Tobi. Echo. Atzi sing mal was. Hallo, hallo, hallo. Gut, danke. Hallo, hallo, hallo. Mach ich das Echo wieder oder was? Ja, immer wenn du eine Zeit lang nicht sagst, denn wir müssen das... Nein, nein, alles gut. Wir müssen noch mal gemeinsam das Ding einstellen. Nein, 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 das Wort meinte ich jetzt nicht mit nein. Ich wollte dich bloß beruhigen. Mach dir keinen Kopf, Atze. Das machen wir nach dem Stream, stellen wir das mal richtig ein bei dir. Ja, ich will ja nicht, dass es die Leute stört. Nein, nein, alles gut. Ich wollte... Mach dir keinen Kopf jetzt. Jetzt wissen wir das ja. Ich helfe dir nachher dabei. Ich habe das mal abfotografiert, wie du das einrichtest. Das haue ich hier in die Gruppe noch mal wieder rein. Und dann, wenn du das genau so einstellst, deinen Impfweg bei Optionen, dann ist alles so gut, aber ich atze, ne? So meine ich das. Also, don't panic, ne? Ist das offen? Danke. Nein? Nein, äh, doch, ja, nein, doch. Nein, doch, ja, doch. Kirche, nein, ja, doch, nein. Wir saßen zuvor und holen schon ein neues Headset und lassen sie sich wieder auf der Bauch. Ich habe jetzt gerade so ein Handy-Headset. Alles gut. So, alles gut. Deswegen sage ich ja, das alles... Sollte aber auch funktionieren. Ja, eigentlich schon. Oder in der Kopfhörerung, der Kipps hoch, wegen dem Himmel, in dem Heimel, so. Weg hier! Aua! Aber sag mal. Sag doch mal. Das passt doch mal. Ja, ja. Ich kann nicht funktionieren. Stand back. Oh, das war's, Kirche. Ja, hier ist noch ein... ...Gresso. Aber jetzt nicht mehr, ne? Ja. Lass uns abkommen, ne? Ja. Ja. Ich bin da. Ich bin da. Na, warte mal. Ich bin jetzt schon... Bist schon. Ich bin jetzt schon hier hinten eigentlich. Warte mal. Ja, ich muss jetzt mal gucken. Ne, ja. Äh, ich muss jetzt mal gucken, wo ich hier durch muss. Ja. Du bist ja hinten schon vorbei bei den Heizungen oder wo bist du? Ja, 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 ja. Ja, dann bringt dein Nutzer nichts mehr. Ja. Ich bin jetzt schon hier hinten. Kirche und Christian alleine, ja, ne? Ja. Dann zieh ich schon mal die Karten weg hier. Okay. Unbeplante Wartungsaktivität im Lagerbereich. Fordere Sicherheitsmaßnahmen an. Äh, warte mal. Jetzt muss ich jetzt mal gucken. Sicherheitsvorfall im Lagerbereich. Hey, was machst du eigentlich? Warum ballerst du ihm da gegen die Wand? Erik, hier durch deine Dinger da... Ich hab jetzt ja Ideen mit den Läden da. Das ist schon genial. Ach so, doch. Hier muss ich durch. Mit den Waffenständern und so, Erik. Und so was. Mal gucken. So, dann hier. Das hat doch geknallt eben. Ich weiß auch nicht, was das war. Warte mal. Hier durch. Hier lang. Ja. So, dann hier rein. Hier durch. Da lang. Hier rum. Da lang. Achim, wie sieht's bei dir aus? Ich probier nochmal auf die Welt zu kommen bei euch. Alles klar, Achim. Ich bin laut drauf gekommen. Ach, da muss ich ruhig. Ja. Ja. Ich hab den einen Schlenker hier nicht sofort gefunden. Stadio bei dir alles rotter. Ja, ich hab das alles angereicht. Jetzt gucken, krieg ich eine E-Mail am Montag. Ja, ich drück dir die Daumen, ne. Ich kann dich so verstehen. Ein Glück, dass du deinen anderen mitgenommen hast. Denn sonst hättest du jetzt in die Binsen gucken können, ne? Ja. Das auch. Und ja, war es doof. Ich hab vorhin einmal gespielt mit der Ali. Weil dann ist man richtig stinksauer, ne? Weil man ist, jetzt hat man so Blut geleckt, ne? Und dann hab ich das ja wieder angeschlossen. Ja. Und dann auf einmal zeigt er gerade dieses Update ab. Ne? Dieses Update hier für BIOS. Mhm. Und da sollst ja nichts machen. Dann war ich in der Küche abgeguckt. Und dann auf einmal hab ich schon gesehen, als er den Ständer... Ich hab ja ja diesen Ständer geholt, den du auch hast. Ja, ja. Ich hab dann gesehen, dass da auf einmal so ein Grau aufleuchtet. Vielleicht so dieses dunkelgräuliche Aufleuchten ist da im Bioschirm. Ja. Und dann war das schon ein Ende gerendert. Da hat er sich immer neu geladen, neu laden, neu laden, aber nichts passiert. Okay. Machst du halt nix. Ja gut, Gott sei Dank, dass ich jetzt geguckt habe, dass meine Garantie erst ab heute anfängt, ne? Ja, das ist ja gut. Aber haben sie mich registriert vorher? Gar nichts. Und Gott sei Dank, ich hab ja auch keine Quittung, ne? Ja, eben. Aber es reicht ja, wenn sie online registriert ist. Ja. Na wie gesagt, das hab ich auch alles. Wie den Bios Update, muss ich auch gleich machen. Ja, aber das hat er irgendwie nachher gemacht. Ich hab ja schon mal vor eine Runde gespielt, ne? Aber die haben wir nicht gefragt, dass er den Update macht, ne? Verstehe ich nicht. Ich hab nicht irgendwie... Ja, nein, vielleicht, oder irgendwas. Er hat alles automatisch gemacht. Sicherheits-Teams zum Kontrollraum. Ja, das ist bescheuert. Sicherheits-Teams zum Kontrollraum. Sicherheits-Teams zum Kontrollraum. Sicherheits-Teams zum Kontrollraum. Ja, klar. Aber für Bios hat er nichts? Ich würd mal den Bios gleich machen. Ja, ich hab schon. Dann musst du's ja jetzt wegschicken. Nach sieben bis zehn Tagen kriegen wir das. Dann musst du's praktisch machen und dann den da rein. Und dann musst du das... Ja, aber ich weiß ja... Ich glaub ich hab die Abtaste gedrückt halten. Ja, ich weiß das ja... Ja, das weiß ich ja. Hier PC hab ich schon öfters Bios aufgesetzt oder so, ne? Das ist ja kein Problem, ne? Das funktioniert ja bei dem Ding genauso. Bei dem ist es eben halt... Du musst die Power-Taste und die Minus-Taste gleich... Also Minus-Taste gedrückt halten, dann die Power-Taste anmachen, dann kommt's in Bios rein. Aber das macht er ja auch nicht. Wobei du ja nicht mehr ins Haupt-Bios kommst, sondern nur noch in diese Fläche auf Fläche. Wo soll's da rein kommen? Ja, ich schätze mal... Der macht ja nur dieses eine Bild, dieses Pop-Brick, ne? Und dann macht er ja nur mal das... Und dann macht's schon... Und dann macht's schon... Toll! Ist egal, wegschicken. Von mir aus könnte der 500 voll haben hier, Conny. Dann schickt ihr, sag ich, den sofort am Sonnens, bevor das neue Dios draufklatschen darf. Der wird doch schon wieder beschossen. Ja, Chef. Jetzt muss ich mal schließen, sein Keller. So, mal gucken, wie weit wir kommen. gerade wenn jemand mit bios ist ja gar nichts der größte kein kabel nichts mehr erledigt der ist schon platt er ist verschieden ich habe hier nur ein monitor mitgenommen ja sicherlich ich finde das übelst krass auch immer von erzählt das ist schon und hier gemacht haben bei seinem camp bei dem achim bei dem bei dem jenigen wo da wo die bomben immer drauf geschmissen wir waren soluntan oder aeronox nicht auf jeden fall nicht ach immer soluntan ja wie woher weißt du das wieso weil er von erzählt hat da haben sie den handel wird bei seinem camp aus dem volks hier runter gemacht von welchen hat irgendwie kurz mal ist gemacht und so und es kennt geschossen und ja aber warum sagt er mir nicht bescheid und ich habe mir das gesagt wie ich kann nichts machen wenn wenn wir das nicht sehen also leute um gottes will nicht weglaufen und stinksauer sein sondern wir machen da so da mache ich sofort video nach und die mühe die mache ich mir das schicke ich weg wir haben ja eine theorie das radbärchen nicht mitgenommen und musste selber kommen und das rennen kann ich auch selbst gerettet konnie wenn du die die rookies hier schon los schickst keine verlassen danke das bärchen ist gerettet ich finde das immer gut wir können alle diese geschichte man kann euch ja nichts alleine machen lassen muss ja immer kontrollieren immer dann weißt du mal was ich für eine arbeit immer hier was wollte ich noch sagen ja das mit soluntan leute da müssen wir uns echt mal einen kopf machen mit dem ich werde ihm mal schreiben ich hoffe dass bei uns drin in der gruppe ich weiß das gar nicht wir glauben ja dass er schon eine freundesliste man hat das was erklären ja einen dritten bescheid sagt das ist eigentlich der name übersetzt wenn man will fragen und soluntan das weiß ich gar nicht genau wie ein name oder nicht genau wie so ein name oder nicht dann macht räumungsbescheid dann warte ich so lange wenn sie wo setzt du hin ja ich weiß ich danke dir ja vielen vielen dank hier unten wo du stehst meint wenn die abwesen denkt sind jetzt mit räumungsbescheid das recht dann passt ach ja das stimmt das könnte helfen 8 ist da die 8 ist da danke kirche mein quantum bär habe ich an die first lady schon übergeben ja dann kann man hättet ja auch von persönlich vom präsidenten gerettet finde ich das ist schon an jedem teddy steht dran wer ihn gerettet hat also der teddy wird stolz sein schätze ich wenn er das seinen kumpels erzählen absolut und der kopf ist noch dran was hat er von glück so ich werde mich da gleich unten hin bieten tschüss enola machs gut kein zelt aufgebaut toll tschüss du kannst dich schnell reisen weil du zu moppelig war schwer nicht schwer zu moppelig warte doch ein sekündchen entstehen hier doch ein paar zeltee ich krieg jetzt wieder durchs toilettenfernseher nach draußen und bauen wir da wieder ein auto auf los jetzt hier und da geht sie auf wiedersehen die joss maximus enola brennt noch so ein bisschen hinterher hoppla ja die verliert ja die stufen nachher runter abmarsch und jemanden kämpfen die baut wenn sein kommt nicht nur und so noch um die bundes die brumstie brumstie da hinten da hinten ja ja genau ei 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 mit so einem scheinwerfer ne mhm 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 Ja, deswegen, weil du alles ignorierst hier, naja, ich sag nichts mehr jetzt. Ist denn der 6. Sack? Ja, ist denn irgendwo noch, ist doch gar kein, ja, hier sind ein paar Witzbeule. Machst du ein Film auf, Roddy? Ja, mach ich. Ich hab jemand vorhin den Sack gesehen. Jetzt ist Harley drin und Jojo ist raus. Habe ich irgendwie heute Halluzinationen, oder wie? Ich bin schon seitdem bis eine Stunde. Echt jetzt? Ja. Na gut. Habt ihr so lange dafür gebraucht? Hier, Solontan, da ist er. Ja. Wir haben keine neue Versprung. Aber sie sind auf jeden Fall feindselig. Wollen wir Gott uns beistehen. Scheiße, Mann. Hier, oh. Das soll. du hast ein paar abschließt Dachmonter ohne die Scheiße aber die passiert wohl in irgendeinem Häuschen da ich hab das aber nie sogar extra hart naheinander ich hab das mit dem Amo gewogen, dass die da brauchen das ist Abschluss so raus naja, seitdem ich das mit dem Biosch gemacht habe, ist er lieber oben da noch so, ich hab Son und Tan mal geschrieben das geht nicht mehr so weiter, da muss man was machen hier, das ist ein sauerer ist das er soll einen Screenshot machen, die soll er in die Gruppe reinhauen und dann kann ich mir die angucken und vergleichen und wahrscheinlich kann ich Ihnen dann schon mal einen Tipp geben ja, das meine ich ja, weil das geht gar nicht also, dass ihm die Lust nachher am Spielen vergeht, das kann nicht sein so was, weißt du? also, nicht irgendwie, also ich hatte so was in meinem gesamten Leben ich hatte mit Vorleutschspieler, also dachte ich eh mal ich bin wirklich permanent anwesend mein Camp zum Bund oder mich die ganze Zeit gedrängt äh, keine Ahnung, also... so, das habe ich schon mehrfach gehabt hier echt? ja, also wir haben es mehrfach gehabt hier keine Ahnung, weiß ich... aber wir haben das denn geklärt Erik, äh, ist sie schon wieder unten oder was ist hier? Erik, Daumen runter? Ach hier wegen, wegen Heinz Quermann da hinten oder wie? ich habe eine Idee, Erik, mir fällt da gerade was die Schuppen aus den nicht vorhandenen äh, spielt mal noch eine Runde mit ihr, mit der Brandbestie ähm, wer kann, wer kann mich unterstützen? äh, ich gehe mal kurz in Bravissimo Reiski ja, ich komme mit Erik er ist gestorben ja, wir machen das Ding jetzt klar das ist ein Mist soweit wessen ist denn das, wessen Camp? was Bravo gesagt, ne? wir ziehen gleich eine hinterher räumung Bescheid, ja ja, ich konnte eben nicht schnell reisen Kirsche bei mir taubts eh länger ja, ich ähm, war hier mit einem Gefechtseinsatz in Kirsche weil manche das Camp hier oder was? äh Kirsche, du kannst schon suchen, aufräumen, gucken, geht los wir machen jetzt einen Einsatz hier äh, wir machen jetzt einen Präsidential, äh, einen Präsidentialeinsatz äh, bin ich jetzt mal gespannt das ist eh schneller wieder dann als ich nö das hat eigentlich nicht du spielst du mit dem Laptop, ne? das, äh das, äh das, äh sind deine, ist dein Spiel auf eine SSD oder auf eine, äh auf eine, ähm mechanische hd, danke dir, vielen Dank genau ne, auf einer hd, äh hdd installiert was kann ich nicht sagen ich habe, ich habe beide die Klatten drauf ich weiß noch nicht wo drauf ist ja, ja dann, genau also daran liegt es wirklich, ne? ich geh mal rein, pass auf, wie auch nicht Koffee kommt rein Freund, nein, Entschuldigung, bitte Sie sind doch für einen guten Abend zusammen Hallo, Schokoladen-Koffee Hallo Hallo Hi Quincy, grüß dich ja, grüß dich hast du mitgekriegt, dass gestern noch ein paar Leute von mir ja, vielen, vielen Dank vielen, vielen Dank ich habe mich riesig gefreut das hat mir den Tag versüßt ja sagst du hier, viele Leute, guck euch das mal an und sag abonnieren alles klar alle direkt alles liegen also, wirklich wir tauschen, Finzi, ich pass auf Dankeschön ich freue mich vielen, vielen Dank Jakob, wie ehrlich äh, Rolli, schöne Grüße von, äh, Tanatos äh, ich habe dich schlecht verstanden, den Koffee schöne Grüße von Tanatos und vom Jogi Ah ja, danke ja, du, ich hatte Stefan jetzt schon auch zwei, dreimal noch mal angeschrieben aber das hat irgendwie bei uns immer nicht so richtig funktioniert ja, der war auch vorhin, ist Fragemäßig Direk, gib mal, äh, ne, 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 startchefmäßige Info ist die Brandpässe schon down? nein, 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 nein gut ein, ein Viertel erst gut, warte mal, wie bei allen hat's ach so, jetzt weiß ich was ich vorhabe nein, das, niemals äh, pass mal auf, Leute, ne, ich, äh, wir machen noch was ganz besonderes ich, beeil mich mal, ne stell mal am Maincamp auf, mal kicken, ob wir sie rübergezogen kriegen so, warte so, Maincamp ist aktiv, alle wieder schon bald ja, denkst du nicht, dass du mit den Radius bist? Quancy, step back oh, danke, danke ich mach mal die Tür auf, ne mhm gut geht los könnt ihr beide das andere auch? Kirsche, Conny? ne, ne na last du ruhig sogenan ich Unsere Gerda ist schön auf dem Boot, ne? Wirklich? Ja? Unsere Gerda ist schön auf dem Boot, ne? Ja. Danke schön. Ich höre immer Boot. Sehnsucht. Wasser. Wasser. Habe ich hier direkt einmal Straße überqueren und dann kann ich im Sommer auch endlich Boot fahren. Ruderboot meinst du, ne? Das ist so ein geringfügig größer, was da liegt. Das liegt an den Ruderboot und Tretboote sind dort in den Gefühlen echt verboten. Achso. Da ist der U-Boot, der geht nur unter anderem Takt auf eine Tür. Ja, aber gut. Ich kann das sehen. Ich kann das sehen. Das ist noch ein jungfräulicher Server hier. Das heißt, alle Turrets sind noch da, ne? Ja. Erik, wie sieht's aus da unten? Ich hab mein Kettmann hier gebaut und ich logge nochmal hier rüber. Mal gucken, ob sie hier landet. Ja, sie kommt runter. Ich müsste sie dann... Ja, dann setze ich sie ein bisschen höher, Erik, weil du dein Camp da stehen hast. Dann setze ich sie so wie immer, ne? Weil wir wollen ja dann... Nein, das passt ja. Dann kann ich sie höher setzen. Das passt ja. Sicherheits-Tiefs. Sov-Kontroll-Raum. Jetzt müssen wir... Kadera, komm mal hier weg. Kadera, komm mal hier weg. Komm schon, Erik, komm schon. Kadera, komm mal da weg. Los, Koni, los, zack, zack. Wohin denn? Das Koni hier bei mir im Silos ist bekannt, ne? Ich weiß, das ist das... Ja, ich weiß, das ist wieder so ein Phantom, was da rumsteht. Ich kann an zwei Orten gleichzeitig sein. Ja, 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 nee, nee, stimmt schon. Du hast heute keine Hallos. Dir geht's gut. Ich brauche es ja mal wieder für einen Freund. Ich hab ganz viele Freunde, die passen auf mich auf. Mh. Ja, und man sieht ja ungefähr, wo die einschlagen sollen. Lade nach. Hup. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Obwohl eigentlich muss ich sagen, ihr passt ja immer alle auf mit dem. Das wollte ich kurz sein, ne? Ja, ja, ja. Kirche, alles gut bei dir? Ich muss mich entschuldigen, hm? Kirche, was ist los mit dir? Hm? Draufgegangen? was schaffst du nicht ach so kirche connie könnt ihr immer schafft ihr das alleine hier mal gucken wir versuchen kirche ich komme runter bleibt da wo du bist dinge wir tun dinge kirche ich komme ich bin gleich da harry hilft mir gleich ne und dann machen wir hier müssen wir das dauert mal ein bisschen ich helfe kirche mal ganz kurz hier machst du ihn fertig da irgendwie habe ich hier gerade wieder ein bild ausfall merkt ihr das bild kommt gleich wieder freunde augenblick hat geduld der server der spinnt heute harry du musst aufstehen wir brauchen keine hilfe harry mann wieso ist die denn immer hier so ist an der rand der server ich hoffe das bild kommt gleich wieder hier der läuft im moment gerade die pausen geht gleich weiter leute nicht nicht verzagen das muss obs sein hier moment gerade ich habe so ein kleines problem mit ob kommt ihr klar da oben connie ja ja sonst landete nicht weißt du und jetzt hier wahnsinn der server hat aber auch ein problem da ja wie gesagt geht mir auch so also ich glaube da hat sich wieder erholt kirche jetzt kann ich dir wieder helfen da und dankeschön ja ob es hat sich auch wieder erholt ich glaube ich brauche mal gleich zum heiler mit der guten karte ich bin schon unterwegs ich habe kirche bloß ganz kurz vorhin connie ich werde mich jetzt noch kurz haben das hier dann so und die ganzen schönen xp verpassen einer fehlt zwei sind tot ne zwei sind ausgefallen ich mache ich reparieren ist die brandweste noch und sag mal einer wenn die daumen ja wahnsinn ja ich werde nicht mit dir verfahren lade nach das ist nicht wichtig ach sei froh dass es noch so ist ich habe gerade so ein deja vu stali aber wir können uns mit ihm unterhalten ja und haben papa von stali genau ach da die alles gut wir haben auch schon mit mama von marionik gesprochen ja ich habe das ding doch gerade repariert kirche weißt du das ja ja jetzt ist auch fertig jetzt ist auch fertig jetzt ist ja okay achtung wo ist er gebraucht wo ist er ich sehe den nicht ich auch nicht da ist er ach ja start vorbereitung abgeschlossen so gut los ich weiß wohin dann warte ich so lange 35 prozent benutzerdaten abgelaufen war damit ich brauche jetzt mal den code von von bravo ich habe das nämlich nicht ich habe es jetzt hier nicht offen liegen weil das bis jetzt klappt ich habe ich habe ich habe nur ich habe nur können sie ich habe nur ich habe nur können sie ja bitte 6 moment 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 jetzt noch mal 6 7 6 6 7 6 bei 3 2 3 7 4 8 7 4 8 und jetzt kirche sorry ich dachte du gibst den code erst später ein nee nee ich warte jetzt aber du kannst ja jetzt warten ich warte jetzt nee nee wir haben uns beide richtig verstanden das war geil nein 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 alles gut aber gut ich danke dir nee nee warum hätte ja auch also noch neben die Brandtests hier also noch warten ich warte noch ich nehme dann meinen Campbruch weg nö du kannst bleiben ich haus direkt hin da das Camp kann bleiben hat deinen Channel betreten das ist doch gut Erik da ok oder wolltet ihr was anderes sollte sie woanders hin nö ne 10% ich habe ich habe schon den Finger am Abzug ich habe von Solontan eben gerade eine Nachricht gekriegt die kann ich jetzt mal in aller Ruhe lesen eine lange Nachricht oh je haha das schießt 5% ich bin auch übrigens im Chat und so weiter nicht das Solontan oh der bräuchte es ja gar nicht lesen jetzt so schnell mit Rolf fass mal auf die ist gut Achtung geht los also Rolf wir quatschen nachher ne ich bin froh dass du gekommen bist Rolf du nimmst dir meine letzte Geschichte zu Herzen ne du kommst rein ne du musst dich hier nirgendwo erstmal grämen wir wir klären das rauf ne wir klären das auf ja Rolf kein Thema gut also ich wäre tatsächlich traurig wenn du jetzt aufgrund dessen hier nicht mehr spielen würdest dass das musst du nicht ne ja gut da scheinen immer irgendwelche freak zu sein aber die irgendwie wir reden da wir müssen das zusammen auswerten ne wir du schickst uns mal so von deiner Freundesliste Screenshots und wir gucken mal nach manchmal ist es so dass du da welche bei hast die du irgendwie durch irgendeinen klick zu viel geändert hast und dann sind das irgendwelche Typen die bei mir geblockt sind ne ach so okay alles klar gut ja gut also los ich glaube das war ganz gut getroffen eric du lasst es mal runter was los bitte eric ja haben wir an ach so kirche kirche power russung anziehen ne du kommst direkt muss erst woanders hin reisen ich mach das auch gerade ich reise und dann auf zu eric du kannst da nicht hin reisen aber die queen haut auf jeden fall gut hin ne jetzt oh Gummibär hello nice to see you hey Gummibär grüß dich also kannst du dir einfach hinstellen kannst du auch nicht bauen ne ja war ja letztes Mal auch so ich warte lieber halt ist ja eher komm jetzt komm jetzt ich erinnere dich zu so ordentlich denkst du dann den Kempi ist weg Lars pass auf aber ich muss auch ne ne nee ich lasse jetzt stehen alles gut kannst stehen lassen eric wir sind jetzt da es ging ja irgendwann die brennbäste da oben drauf nicht mittendrin säubern wollten das ja das ist dann ja doch stimmt das war ein bisschen chilly hier aber wäre vielleicht auch gut wenn du das Kemp kurz weg machst und dann wieder hinstellst wegen der Klocke da drauf liegt ich wollte gerade dem Rolli High 66 beitreten ja auch wie geht das nicht liegt da drauf aber ja ich ich habe ein normales Team einfach trinken solange klicken bis es irgendwann passiert ja oder er kann sein er hat eine Leiche drin obwohl weißt eigentlich nicht er ist alleine drin ne ich bin ja alleine die ganze Zeit ja und man kann ihm nicht beitreten komisch das leckt manchmal äh das leckt das dauert ne Weile ja ich weiß eric ich weiß selber dass das ein bisschen knapp gesetzt wurde oder du ich kann ja nochmal ändern ich kann ja nochmal ändern ja versuch nur mal vielleicht Olli komm doch bei mir rein wieso denn wo denn ja wir sind nur drei Mann bei mir ok vorhin waren alle Teams voll äh ich seh dein Ups jetzt bin ich beigetreten aber wie bin ich beigetreten jetzt hast du den Fisch gehabt so ok Leute jetzt müssen sie reinlocken ne ist mir leid gesundheit 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 ohja wie die Brom hier übersetzt ist auch richtig speziell hier übersetzt machen wir ja erklären wir nachher das hat Gründe das ist absichtlich das ist mir auch egal bitte was ist Rolli alles gut ne also Solothan das ist äh das ist bewusst so gesetzt das hat Gründe ahja gut okay ja gut die Wette ist das schon richtig machen ja das hat Gründe das können wir aber erst nach dem erklären nächstes Thema alles gut ne ich bin heute mal weggegangen und äh ja bisschen Banane jetzt in Börner ach hier ach hier was dann was dann was dann im Dappen noch das ist ein bisschen Göln das muss man sich hier kurz raufziehen los komm runter hier Mädchen na los hat einer noch zufällig eine Lunchbox übrig ich hab ich muss erst wieder welche einkaufen gehen die andere nicht mehr noch vorhin hä hab ich ja wieder ja warte mal ich hab das nicht mitgegriffen 75% hab ich noch alles klar doch wirklich noch danke ne dann mach ich noch eine ich hab's nicht mitgegriffen weil ich naja viele Dinge gemacht hab ah ich hab schon ein paar Sachen aktiv siehst du der Kollege ist auch hier ne weil die finde ich irre oder wie naja das auch hier da ja dann ist das gut ok dann müsste ich meinen chinesische Rostowand ziehen um da hinzukommen danke Kirche danke ich wollte die ja gleich zu hören dann hab ich den Standbeste ja ihr seid auf den Dingern drauf ist die alles da ich wär mal ein paar mit dem Gleifte was gut dann geh ich erstmal goldfarben goldfarm wieso gold ja gold abholen die hab ich eigentlich gemacht ach so Na ja, das übliche. Die üblichen Quests und Tagesmissionen. Hier, guck mal, oder wie der heißt. Da spüren wir gleich das Gewehr, da hat die Tarnrüstung an. Ja, hier. Wer ist der denn? Friends, please do not shock at the Queen, okay? Attention, attention, please do not shock at the Queen. Nicht auf die Königin schießen. Attention, attention, please do not shock at the Queen. Atze, kannst du mal was singen? Hallo, ihr bämmens. Gut, danke. Ole, ole, ole. Atze, das haben wir mit jedem gemacht. Kannst du mal ein Gedicht aufsagen oder so eine Späße? Wie ist das dann, oder ist das dann, oder wie ist das, oder wie verstehe ich das? Was, das Echo? Ne, das Halt dann hier. Achso, das Echo. Achso, achso. Also wie in der Oper. So ungefähr, ja. Was macht die denn da hinten? Was ist die da? Ach nee, das war ein Flügel gewesen. Entschuldigung. Siehst du, ich hab mich abdecken, dass du von einem einfachen Flügel hier dann. Ich hab die Idee. Noch nicht, bitte. Naja, so sieht's aus. Oh, die ist aber sehr weit außerhalb die Brandbässe, ne? Ja, da kommt sie, da kommt sie. Komm, du alte Jammerlatten. Die schütten aber drunter schon mehr, ne? Attention, attention. Please do not shot at the Queen. Attention, attention. Please do not shot at the Queen. Äh, nicht auf die Königin schießen, Freunde. Da geht unten. Ist das alles gut? Das verstehe ich nicht. Alles gut, das geht gleich weg. Nein. Ich brauche dich noch nachher. Ich müsste das klappen. Am Ende liegt es ja nur an der Lautstärke von den, von meinen Leuten, die ich da höre. Die Leute, die ich da höre. Aber die zwei unten, die haben da wohl was an. Der geht ja schneller runter, als du gucken kannst. Da hast du das Spiel zu gut befleckt. Oh. So ganz cool trocken. Äh, draußen spielst du gut befleckt. Danke Kirsche. Ja, ich glaube die hier, das hat sich erledigt. Ja sicher, die hat sich das erledigt. Er fängt mit diesem Camp zusammen. Das funktioniert wirklich nicht auf dem öffentlichen Server. Ja, aber das ging ja nie weg. Ja. War doch nicht so gut. Da waren wir nicht da. Ja. Wahrscheinlich wohl da bist du jetzt. Ist das so zu denken? Ja. Na ja. Na ja. Na ja. Das kippt schon gleich wieder raus. Einer hat von euch gekurzt. Ha ha ha. Aha. Aha. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Schönes Wetter draußen. Ja. Die drei und vier. Die war das. Wenn man nichts zu reden hat, dann kriegt man die Boschwelle. Ja. Ja. Genau. Ja. Na ja. 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 Suchenbrünen heute. Suchenbrünen. Das sind die Nahkampfwaffe. Ach. Auch so geschnipselt. Hm. Ja. Ah. Die Schnipsel. Ja. Das ist jetzt weil das andere Camp da als Konkurrenz da hinten steht, Erik. Und jetzt funktioniert das nicht mit ihr. Ja. Hier stehen drei Leute, ne. Da ist es klar, dass ihr abgelenkt seid. Oh. 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 Ich mach den Faust jetzt halt Ende. Eric soll ich die runterholen? Ja. Achtung, mit Sündern, mit Abschärzen. Nostalgie ist schön und gut, aber da kommt einfach nichts bei rum. Was bei Nostalgie? Naja, du sagst doch immer, du willst die Queen machen wegen der Nostalgie oder so. Ja, weil es auch Spaß macht. Das hat auch nicht Spaß gemacht gerade. Aber Hayley, warum bist du da reingesprungen in das grüne Zeug? Das ist nicht gut. Nein, nein. Hat er sein Campo-Shirt genommen oder was? Oder muss er das neu aufbauen? Ich hab da jetzt nicht geguckt. Nein, er hat bei uns mitgekämpft, der Junde. Oh, nö. Hey. Was ist los? Na, Harley ist da reingesprungen. Harley! LOL! Wir können dich da nicht rausholen. Nein, das geht nicht. Jetzt bist du weg. Jetzt bist du einer von den Brandbestien-Kollegen da. Aber wir hätten dich gerettet, wenn wir gekonnt hätten. Aber wir hätten dich gerettet, wenn wir gekonnt hätten. Aber wir hätten dich gerettet, wenn wir gekonnt hätten. Ja, John ist auch abgestattet, ist ja cool. Ja. Den hab ich hier auch schon lange nicht mehr gesehen, den John. Der Junde ist aber bei euch im Team da oder zumindest dabei. Ja, sehr schön. Prima. Ja, absolut. So, ihr Lieben. Ihr Lieben, Lieben. Jetzt knubbelt euch da richtig. Macht ihr da irgendwie eine Knüschle-Party? Ganz kurz weg. Ich hab einen Blasen-Schneider bekommen. Ich auch. Kurz auf, Karl. Gleich wieder da. Na ja, wie sieht's aus? Sicherheitsvorfall im Wohnensektor. Aber, Rolly, ich hab mir jetzt an die Docking Station, weil das ein bisschen hier es ist eine externe festplatte angeschlossen und alles drauf gespielt was was da geht ist eine 1 terabyte festplatte und da macht es natürlich jetzt schon eine tastatur aber da gibt es ja eine empfehlung welche ssd reinmachen muss ja die habe ich natürlich nicht genommen ich habe mir erst mal eine preisgünstige ich verstehe schon seit jemanden die gett in fastball des papiers gebrauchen die habe ich so viel in der tasche plasma des vampires drei sternen dann stirbst du nicht so schnell ich habe ein geld die gett in plasma getting laser als die rüstung habe ich ja aber das ist immer lange okay das wusste ich nicht dann sollte ich sie vielleicht behalten ich würde sagen die behälte weil ich spiele auch mit vampir weil dann seitdem brauche ich auch keine impact mehr ah ok gut zu wissen ich wollte mich nur mal bei den ganzen fallout ledger team bedanken wir haben vier volle teams und ich spiele die ganze zeit alleine ich komme zu dir nein ich komme zu dir ich mache mein team ich gehe raus jetzt ich gehe in kein team okay sonst komme ich zu dir zu spät mhm warst du nicht gerade hier ja ich konnte dir nicht beitreten weil das nicht klappte irgendwie so ziemlich das gemacht aber irgendwie hat der tester gesagt du nicht ich hatte ja geändert macht ihm nochmal ach so okay so ich sag mal tschüssi ich komme einfach nicht auf die welt achim es tut mir leid okayomasi aber ja, tschüss tschüss, tschüss tschüss, tschüss tschüss, tschüss ja, hm jetzt sind aber die Hörder Sachen frei irgendwie, keine Ahnung ganz viel ist da frei bei Stick Sicherheitsvorfall Reaktor erreicht Wieso bin ich im Event? Okay Ah, Hilfe! Da kommt einer vorbeigelaufen Ich hab mich hier oben versteckt, damit sich keiner findet Aber das glaubt ihr, glaube Aber es gibt noch eine Treppe nach oben Der gibt's noch höher Geht's noch viel höher Ja Ey, ich krieg überhaupt nicht ein Grund hier Ja Also es war so, der hat kotz Smileys gemacht, da hab ich gesagt Okay, lass ihn erstmal da rumwirken Dann hat er auf meine Sachen geschossen Wie im Weltmeister Hat Handanaten reingeworfen Handanaten ohne Ende Und so weiter hat mich wieder beschossen Und dann hab ich gedacht, was stimmt denn mit dem nicht? Und da hat mir einer gesagt, das kann sein, dass du vielleicht sein Campblatt blockiert So Ja Das passiert aber so oft Ja Ich hab extra Ich hab sechs Camps und so weiter Und ich hab kein Problem, das umzustellen Nee Aber der war so aggressiv gewesen Ich hab dann die Welt verlassen Und hab dann eine andere Welt genommen Und hab den blockiert Also ich weiß nicht, also Das war heute morgen um 10 Hab ich gedacht, kommst du aus dem Bett raus Spielst du das Spiel Und dann Peng Nee, also Nee, das sieht aber schon so aus, als wenn das hier Als wenn die sich verfolgen Also wenn das schon geplant ist So Hm Aber ich hab den blockiert, oder so Und ja, was soll ich sonst machen Genau Okay Ja, Preisgestaltung hab ich so gemacht, dass ich immer so Auf die Hälfte kommt von dem, was andere so verlangen Obwohl ich manche Sache jetzt schon gleich mal eingestellt habe Weil ich mir denke, bevor da irgendwelche Leute austicken Dann lass es besser bleiben Ja Du darfst du gar nicht denken Das ist doch scheiße Das ist doch Ach, verdammt nochmal Ja Das ist doch Nee, ohne Witz Also Ich guck jetzt mal an den Ich verstehe einfach nicht, was die Leute davon haben Ich weiß nicht Ach, das sind Einfach dumme Leute Also Leute, pass mal auf Ich kann euch was dazu sagen Ich habe Es ist so Guckt euch doch mal die ganzen TikTok-Dinger Und diesen ganzen Schruz Und ein bestimmtes Spiel, welches ich besonders liebe Hier, wo man mit Ich sag ne, mit so einem Gleiter in die Stadt reinfliegt Ach so Ja Und Keine Namen Und dort sind Menschen dabei Und Leute dabei, die es einfach nicht verstanden haben Worum es eigentlich in diesen Spielen geht Dass es nicht um PvP geht Deswegen habe ich zum Beispiel dem Aeronox auch gesagt Dass ich wirklich nicht gerne PvP spiele Weil genau das trifft kaum Menschen Du hast oftmals in diesen Spielen Menschen, die in ihrem wirklichen, wahren Leben nicht wirklich so richtig klarkommen Ja Und dann lassen die, also ich muss das jetzt mal hier so live sagen Ihren gesamten Frust dann halt an dem Spiel aus und an Leute, an Leuten, die einfach nur friedlich spielen wollen Das hast du draußen Ja So das Ding ist das Wenn du die persönlich auch suchen würdest Oder du hättest sie in einer Firma, haben sie meist nichts drauf Das ist so Ne Also die sind eigentlich sehr bedauernswert Die tun mir auch leid Und ich würde ihnen tatsächlich Hilfe zukommen lassen Mit Rat und Tat beiseite stehen Bloß so ist es halt immer nicht möglich, weil du sie auch nicht trifft Ja Wenn sie brauchten mich kurz einen Rat fragen, dann würde ich sie natürlich dementsprechend beraten Wenn sie alleine sind Ist natürlich sehr traurig Aber diese Menschen Das ist sehr traurig Die spielen halt alleine Haben kaum Freunde Kaum Freunde Und wenn dann auch nur ein Kumpel, der eben so gut traurig dran ist Ja Und Es ist halt so Dann gehen sie in die Spiele rein Und ärgern halt andere, weil sie ihn leidisch sind Und denen geht's gut Und ja, das kann nicht sein Mir geht's schlecht Also mach ich den anderen kaputt Ich werd ihn ärgern Ich werd ihn mochen Ich werd nur den Kämpfer kaputt machen Ja Und das kann wohl sein, ja Und das ist das Problem, ne Also diese Menschen, die bedürfen eigentlich Hilfe, Unterstützung Zum Fachlichen, ne Aber man würde, also bitte gerne mir die E-Mail schreiben, wer Unterstützung und Hilfe braucht Ich berate auch gerne Und mein Team bestimmt ist auch bereit, ne Eine Beratung zu geben, wie man freundlich und richtig miteinander auskommt Also nö Seht ihr auch so, ne Hier wird zum Beispiel aus dem Team Ist egal, wer es war, hat gesagt Oh, du stehst auf einer Stelle, wo ich gerne einen Termin bauen würde Ich hab ein Problem, mich halten anderen Platz Und ich hab kein Problem, Kompromisspreis zu sein Also weil ich, äh Ja Olli, ich hab dir mal einen Brief geschrieben Persönlich Whatsapp Ja Ja, also wie gesagt, so Lontan Ich sag dir da nachher was zu Aber in dem Sinne ist es halt, wenn ich eine traurige Sache Ich kann halt wirklich nur den Rat geben und sagen, Leute Dann sucht euch auch mal einen anderen Server Wir machen das ständig Ja, genau Du kriegst die Camps nicht immer Es sind Dafür ist das zu klein Die Fläche ist zu klein Das ist nicht böse gemeint Es will keiner den anderen ärgern, liebe Freunde Und wenn unser so Lontan halt hier sein Camp an eine Stelle gebaut hat Wo ein anderer sein Camp gebaut hat, da hat er das ja nicht aus Provokation gemacht Es ist nun mal leider so, wie im Leben auch Wer zuerst kommt, der malt halt auch zuerst Ja, genau Und viele Dinge sind halt, die sind nicht absichtlich gemacht worden In the game, sag ich mal so Und einfach rankommen Kommunitieren Mein Herz hier dran Und dann in dem Versuch besprechen Auch auf Englisch gerne Gar kein Ding Übersetzen wir Mensch, hier ist mein Platz Weil letztendlich ziehen wir ja auch weiter Also das kann ich Das kann es ja auch nicht machen Ich bin ja auch nicht sauer Und hasse also Wenn ich mein weißes Haus nicht aufbauen kann Ja Weil unsere, weil die, wie Harry immer sagt, die Hoppser Was ja sehr freundlich gemeint ist Weil die halt ihre fünf Bodenplatten aufbauen Wie ist die Anfangsquest ja vorschreiben Deswegen sind das doch keine schlechten Menschen Das ist nun mal so Der kommt rein, baut sein Camp Und wenn ein Anreiser ein Camp da schon zuvor drin hatte Ja, dann ist es Pech Deswegen hat man ja auch fünf weitere Camps Die man dann einfach baut, wenn ein Anreiter da schon gebaut hat Also wie gesagt Ja Ich hätte zum Beispiel auch so eine Situation Vielleicht habt ihr das auch gehabt Da haben wir glaube ich schon drüber gesprochen Ich habe mein Kühlschrank aufgebaut Mein Militärkühlschrank Ja Und jemand hat über die Kasse dann Ein Hirnbombe aus dem Automaten aus meinem Kühlschrank Klauen Oder genommen Da muss man so Ich glaube es ist ja ein bisschen übertrieben Und da habe ich jetzt auch so gemacht Dass ich jetzt alle Hirnbomben aus dem Kühlschrank entfernt habe Weil ich da Das ist einfach ein riesen Aufwand Die zu produzieren und so Wer zu stellen Und ja Sind sie halt nicht mehr da drin Und jetzt Jetzt geht es wieder Jetzt nimmst du dann ja mehr was raus Nö Auf jeden Fall Kann ich nur eins mit dir Auch für alle so Die hier das Spiel spielen Geht freundlich miteinander um Wir haben unser Team deswegen So hingekriegt Weil wir halt Eine freundschaftliche Gruppe sind Ihr könnt euch uns gerne anschließen Für jeden Haben wir hier einen Platz Der kann mit uns mitspielen Aber wie gesagt Seid uns herzlich willkommen Und wir wollen das halt alles friedlich regeln Nein Also wir müssen da jetzt hier nicht Knatsch machen Und uns gegenseitig Hassen und mobben Das finde ich ist der Falscheste Weg ever Das Das Schlimmste ist ja auch Dass man solche Menschen Nie im realen Leben trifft Nein Die wirst du Menschen nie treffen Und die wirst du ja nicht erkennen Das wird nur nicht vorbeilöst Nein das ist so Die sind frustriert Das ist es Vielleicht geht es ihnen auch schlecht Du weißt das ja auch gar nicht Ich sehe das immer alles so ein bisschen Ja Dann Da habe ich dann aber ein Gegenargument Was kann ich denn dafür Ja nee kannst du nichts Kannst du gar nichts Kannst du gar nichts Warte mal Augenblick mal Das ist gut Das ist gut Sie ist alter deiner Sie ist alter deiner Sie ist alter deine deine So Na hab ich das 615 noch schaffe Ich bin nicht Oh, der hat auch die Teddybeeren, ich meine, die spaßlichsten Zettbeeren, ist ganz cool Wenn jemand für euch zufälligerweise mal eine Handmaid findet mit Anti-Rüstung und Feuerrate, würde ich gerne tauschen gegen Anti-Rüstung und X-Plo Und die tauschen würde gegen die Waffe mit X-Plo, das wäre eine coole Sache Okay Ja, weil ich brauch die auf jeden Fall nicht, also ich spiel die zwar gerade, aber weil ich jetzt gerade nichts anderes habe mit Anti-Rüstung und Handmaid mäßig Okay Dann wollen habe ich auch kein Glück, das ist das Problem Kommt auf den Server an, wo du bist und weiter Ich hatte zum Beispiel eine Secret-Service-Bauteile einer Rüstung mir hergestellt und habe gleich drei Stück gekriegt mit drei Sterne nach 15 Rolls 15 Rolls, okay Ja, 15 Rolls, drei Secret-Service-Teile, drei Sterne Gut, die Ergebnisse der Sterne waren mittelmäßig, aber es kommt auf den Server an Musst du einfach Glück haben, probieren Also man sagt so, probieren, wenn es nicht klappt, den nächsten Server und nächsten Server bist du halt der Glück auswollen Na klar, deswegen hätte er sein können, dass er noch vielleicht eine 2 Sterne Handmaid hat oder so Mit Anti-Rüstung und Feuerrate Wie gesagt, also ich habe ja auch eh eine 3 Sterne, aber halt mit X-Plo Ach mit X-Plo, okay Ja, deswegen X-Plo ist so eine Sache Ja, ich finde halt X-Plo nicht so gut Du hast einfach einen Grund Das macht halt bloß ein bisschen Flächenschaden und das brauche ich halt nicht Ach so, okay Und da zweite Präfix, wenn du Feuerrate hast, machst du halt schneller und wäre auch Schaden Das ist ja das Ding, auf was ich hinaus will Okay Na ja Aber ich muss doch mal ein bisschen rollen Ich habe mich ja voll Oh Gott, das war das Öl Derrick, du hast Öl Und du hast als Faustregel gesagt, 4 oder 5 mal rollen glaube ich auf den Server wechseln, ne? Genau, das war es, ja, ja Das ist eine gute Wahl, absolut Ja Ich habe das gemacht, habe 4 oder 5 mal gerollt, habe ich dann meinen Secret Service Zeit gekriegt und dann noch eins und dann noch eins Ja, und dann habe ich den Server empfohlen, aber das war ein anderes Team, das war nicht bei euch Ja Das ist immer so ein bisschen hin und her halt, wa Ja So, sie steht hier mit dem Nudelholz Ja, was los Ach, die, die abwürftigen Kirchen da, ja genau Hast du abgeschossen, Erik Woll? Nein, die ist runtergefallen Ach, runtergefallen, okay Ich habe mich schon mal Na, ich gehe da ganz wohl Ich gehe da jetzt nicht rein, ich brauche da nie was da drin ist Was würdest du da irgendwie machen? Äh, wir müssen mal ein Aquarium erst machen Nimm mal mit, oder so, was da drin ist Hab dich schon rausgekommen Ich brauche mal, um ein Paint zu machen, ne? Bang Ich springe jetzt hier vom Dach Ne, mach es nicht Doch, ne, doch Warum? Warum hat er denn immer auf Zonen? Ah, ne? Wart man's ewig Ich gehst ja ein Stockwerk höher Und dann springe ich So, liebe Freunde, ich bin im Bauhaus Jo, alles klar, komm her Jo, tschö Jo Wir haben uns Ciao, ciao Jawoll, tschö Freund hat deinen Channel verlassen Ach, das ist der Nuka-Cola-Quantum-Collector, ja, okay Der sammelt nur Cola, oder? Der Nuka-Cola-Quantum Nuka-Cola Kannst du alles einstellen, was der suchen soll Okay So, ich sag jetzt noch einen schönen Abend noch Ich bin auch immer weg Okay Mach's gut, tschö Tschö Jo, gute Nacht Tschö Freund hat deinen Channel verlassen Aktiv Ich bin auch mal ganz kurz weggehofft, bitte Aha Ja Ja Ende Wortmeld Nein, ich meine die anderen Was ist damit? Ja, ja Keine Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Ja, so sieht's aus Aber wie man sieht mich immer noch im Spiel Ne, ich find das cool, wie gesagt, lass ich davon nicht unterkriegen Ne, absolut nicht, mach dann nur ab und zu mal ne Denkpause Ja Ja Alles gesehen und gelebt haben, das sollte ich mal ein bisschen kürzer treten, also ein bisschen anders sehen Naja, ich sag mal so, ist es trotzdem ärgerlich, es ist zwar im Endeffekt bloß ein Spiel, aber Man hat, steckt da trotzdem Zeit rein Ja Es ist ja trotzdem nicht irgendwie sowas hier, dass es halt Crap ist oder so, ne, es ist halt Einfach nur dumm, mehr nicht Einfach nur saudumm Also ich gehe mal vom Guten aus, also ich sehe mal das Gute Menschen und das Positive und dass man miteinander spielt Das bewahrt ihr auch, das ist auch gut so Gegen die bösen Vereine, die wir so im Spiel haben, gegen die ganzen Freaks und so Also jetzt nicht gegen die Leute, die spielen und dann begrüßt man sich und ich schägere auch manchmal Sachen, die ich immer übrig habe und so weiter Aber irgendwie komme ich immer wieder an Leute, wo ich mir denke, boah ey, das ist so kotzig ey Aber dafür haben wir ja auch unser Team, unser Team halt hier, wo wir zusammenhalten und das ist natürlich eine schöne Sache Ja, alle anderen, alle anderen Das ist ja der große Vorteil, dass wir so eine große Gruppe sind und so zu zusammenhalten und uns gegenseitig helfen und so Dann kann man so über manche Sachen halt hinwegsehen wollen Ja, na klar, ich spiele ja eigentlich nicht mit anderen Leuten zusammen, also mit euch halt, ne Ja Ich habe den ein oder anderen, wo ich nochmal mitspiele, aber das ist im großen Teil bei euch oder alleine halt Ja Da spiele doch lieber mit uns Genau Wir haben uns alle schon mal über so Leute geärgert Ich bin zweimal an meiner Werkstatt von hinten hinterrücks hinterhältlich erschossen worden Da wollte ich das Spiel auch schon löschen Ja, und dann habe ich euch ja auch getroffen, also alles gut wieder Okay gut, ja Ich spiele auch viel allein, weil vor allem bei mir ist das so Ich spiele eigentlich so morgens bis nachmittags und dann mache ich das Spiel aus, weil ich dann irgendwie andere Sachen mache Deshalb mit abends ist es immer so ein bisschen problematisch, aber ja, ich gucke mal, dass ich das hinkriege, dass ich auch abends mit euch spiele Ja, das ist gut für die Nerven Tag, wir sind bei uns ist halt umgedreht Tagsüber kommen wir nicht dazu, ne Aber du darfst eins auch nicht vergessen, Solothan, morgens sind auch die Kids unterwegs, ne Ja, das stimmt, ja, wir haben alle keinen Bock Und wie gesagt, es ist tatsächlich so, ich habe das ja live erlebt und wenn du dir manche Social Media Sachen anguckst und Dinge anguckst, also wie gesagt, es ist halt so, ne Das, ich verstehe es auch nicht, wir haben das ja auch schon ein paar Jahre so durch, wo hinter mir einer stand, der hinter mir hergelaufen ist Also hier hat es ganz andere Dinge schon gegeben, also wo einer schießenderweise hinter einem Team mit denen hinterher gelaufen ist, wo du sagen kannst, sag mal, sag mal, alles doch klar bei dir Du weißt schon, dass das ein Spiel ist, ne Da kriegst du Angst, da denkst du, oh Gott, gib dem im RL bloß keine Waffe in die Hand, der legt runter Ja, deswegen, ja, tschau Ja, vor allen Dingen ist das dann auch so, du bist dann, ich bin tagsüber unterwegs, bist gebabbt, bist ein Gehirn unter die Kante, hast dann Intelligenz von, sagen wir mal, 60 oder was Du wirst ein Spiel reingehen, in da zum Beispiel, äh, gesucht oder, äh, Uranrausch oder was, und da kommt keiner Oder die, die sitzen alle einfach gerade rum und du denkst, so, das mach ich jetzt alleine, aber das kann nicht wahr sein, das ist ja auch kein Bock Ja Du wirst dich dann hochleveln, positiv, in dem positiven Sinne, und dann denkst du dir, ja gut, kommt keiner, oder die sitzen da auf gerade rum, oder, ja Wir schießen auf dich Deswegen spiel man halt immer noch mit einer festen Gruppe, das ist halt das Beste, was du machen kannst Ja Man muss natürlich auch sagen, mit uns kann man sich dann absprechen Dann findet sich ja auch immer einer Ja Und das ist ein bisschen blöd, dass das Spiel tatsächlich keine Chatfunktion hat Vielleicht wird sich doch auch mal irgendwo irgendwer finden, ne, dass das da mitgeht, oder sowas, ne Ja, Chatfunktion, die fehlt absolut, ja Zum Glück haben wir das TS hier, aber tagsüber ist dann auch keiner drin Ich bin oft tagsüber hier drin gewesen, bis nachmittags um 3, 4 Uhr, und dann, ähm, ja Aber ich will dir jetzt mal ganz ehrlich auch was dazu sagen Du bist ja auch arbeiten wollen Ja, ja, das ist das Problem Ne, also am Tag ist schlecht so lontan, äh, aber wie, äh, diese ganzen Problematiken haben wir auch in einem anderen Spiel, was wir damals schon gespielt hatten, und, ähm, dann geht es um Beleidigungen, da gibt es in diesem Spiel, gibt es einen, einen Text-Chat, und dann wird da aufs Schärfste beleidigt, und, äh, also es war auch so, zum Beispiel am Anfang, äh, wie gesagt, ich hab ja hier so in so einem, in so einem Creator-Team mitgemacht, wo du halt die Spiele Testest, und dann deine Meinung dazu abgibst, und dann solltest, kannst du das nachher auch streamen, und dann waren wir da drin, und dann hast du halt, und dann hab ich halt auch meine Werbung logischerweise gemacht, und das war auch alles okay, und dann hast du natürlich einige drin, die dann da rumlappen, und rumlästern, und rummacken, und dann in den Chat kommen, und dann im YouTube- oder im Twitch-Chat dann beleidigen, das hast du alles Dafür hab ich meine Moderatoren, die fegen die dann kurz raus, wer da sich dann nicht vernünftig benimmt, weil ich das immer schade finde, es kann hier jeder seine Meinung sagen, aber hier so Kraftausdrücke, die finde ich dann immer so ein bisschen unangebracht, ne, zumal YouTube ja auch dann da ein bisschen eingreift, und das schon von sich aus macht, aber ich finde es halt ein bisschen albern, wenn einer sagt hier, dass ihn das stört, dann sag ich ihm, ja, aber es soll so sein, wir sollen da drüber, und es gab ja damals, zum Beispiel, als wir das Spiel gestartet hatten, einen Server, der war nur für Content Creator gedacht, ne, also wirklich, so, und dann waren da welche drauf, die kein YouTube machten, und kein Twitch, und die haben das nicht verstanden, und dann hat sich Amazon damals da reingehängt, jetzt wollte, hab ich's doch gesagt, wollte ich's nicht sagen, egal, reingehängt, und die haben das dann reingeschrieben, und dann waren die Böckchen, die haben die Böckchen gemacht, die errichteten, wie die kleinen Kiddies, ich denke, ja, Leute, aber was, was, was stört euch das denn da dran, das ist doch, ja, aber wie gesagt, den ganzen Tag, wenn du das spielst, eine Stunde, Erik kann das bestätigen, dann geht das, und dann sind da Themen drin, wo du sagen möchtest, sag mal, Mädels, alles okay bei euch, oder wie, ne, also Conny hat ja mal ein bisschen was mitgemacht, da ging mal eine ganz, die ganze Nacht lang, haben sie sich da gegenseitig beleidigt, blabbert, voll gedüst, und, also zum Schluss, du kannst noch mal ein Chat ausmachen, und irgendwann hatte ich dann aber auch keinen Bock mehr, das kann dir wirklich das Spiel finden, kann ich sein, will dir bloß sagen, hab ich auch alles durch, kenn ich, ne, also bist du nicht der einzige, kenn ich auch, ist meine Kirsche, Kirsche, meine Bitte an sich, den Bauplan, den ich grad für die gekauft hab, den Ausputzer, den sollte ich so vielleicht teurer einstellen, der war zu billig, ich weiß gar nicht, wie viel ich reingestellt hatte, für 600, soll ich den wiedergeben, dass du den nochmal neu einstellst, nein, nein, kannst du nicht behalten, ne, aber der war zu billig, da musst du mehr verlangen für, okay, danke, also ich würde da, 2.000, 3.000, ungefähr, so kannst du den einstellen, ja, 2.500, vielleicht, ich hab den damals auch schon für 7.000 gekauft, aber, uiuiuiui, das war teuer, das ist zu viel, aber ich würde sagen, so 2.000, 3.000 Katze verlangen, das mit den 600 war zu billig, okay, danke, ich kann den dir gerne wiedergeben, nein, okay, ne, ist alles gut, okay, jetzt nimm ihn schon, jetzt nimm ihn endlich, nimm ihn, ah ne, kannst du jetzt nicht sagen, nimm ihn, ich hab zwar gekauft, aber ich kann ihn wiedergeben, das ist nicht das Problem, stell dir mal vor, du würdest das, du würdest das in einem echten Laden machen, ja gut, es kommt aber drauf an, was du für Kronen kaufen hast, aber das, stell dir das mal wirklich vor, wie die Kassierer reagieren würden, wenn du was kaufst, und das einfach an der Kasse abgibst, und sagst, dann vergisst, das ist nichts, also das ist mir, das haben wir aber echt zu billig verkauft hier, das Gesicht von der Kassiererin möchte ich sehen, ich auch bitte, zeig mir das auch, also wissen sie, ich gebe ihnen das jetzt mal wieder, und sie nehmen dann besser ein bisschen mehr dafür, dann komme ich nochmal wieder rein, wir tun gerade so, als wäre das nichts gewesen, das wird es mir gar nicht, ja, wir haben gute Geschichten, ich finde die Geschichte, die Story ist geil, das war schon krass, ja, also das, das hat mich auch noch Kinder gemacht, aber ich finde das total lieb, Dankeschön, ich finde es gut, ja, muss ich auch sagen, das lässt mich doch noch ans Gute glauben, ne, so Lontan, cool, man soll sich nicht nur ärgern, und so eine Geschichte ist total nett, dann ist es nochmal ein Fernseher für 3000 Euro, den lässt du ja da stehen, den müssen sie bitte 3 Euro machen, ne, aber das muss ich mal so sagen, das war aber wichtig, ja, das ist absolut klasse, guck nicht in meinen Einkaufsladen, ist nicht gut, nein, nein, oder guck nicht in meinen Einkaufsladen, da kriegst du alles für einen Kronkorken, okay, ja, guck auch nicht in meinen Einkaufsladen, und ich meine, so Lontan, das hat aber auch Gründe bei mir, ich meine alles, also selbst eine Waffe, die, was weiß ich, sonst für 20 weggehen würde, würdest du für bei mir für einen Kronkorken kriegen, das ist der Dach, oder sagen wir es mal so, es ist ja, wenn du schon alles hast, alle Baupläne, ne, alles gut, dann ist es dir egal, was du da verlangst für, wie gesagt, im Endeffekt, es ist ja für das Stashplatz, wenn du es noch gekauft, hast du doch Kronkorken gut gemacht, dann hast du dann wieder Platz für neue Sachen, zum Beispiel meine ganzen Handmails, die ich in den Automaten hatte, oder Haare, die verkaufe ich alle für den Preis, der unten angegeben ist, da mache ich auch wirklich Mühe, das zu schätzen. Ja, kannst du auch machen, deswegen, es ist ja jedem, und das ist ja auch okay, aber ich, wie gesagt, ich mache das halt, weil für mich, ich sage ja, bei mir ist andere Priorität, ich freue mich, wenn die Leute bei mir kommen, kaufen, die müssen bei Quinti kriegen, das schon Kronkorken, da gucken wir mal auf seinen YouTube-Kanal rauf, und das ist für mich dann die Freude, ne? Das ist natürlich deine Bezahlung, ne? Das ist meine Bezahlung, wenn sie abonnieren, und liken, und wiederkommen, und gerne gucken, und Spaß dran haben, vielleicht sogar noch die Mitglied werden, dann habe ich meine Bezahlung weg, ne? Also wie gesagt, das darf ja, das kann, und das ist ja das Gute, es kann jeder für sich, auch hier cool, alleine entscheiden, und schon sind wir bei dem Klima, wie wollen, es ist doch viel schöner, in Freundschaft miteinander, als ich ging, wenn ich zu mocken, das Spiel kaputt zu machen, die Camps zu zerstören, oder wie früher in der Land geht, oder? Ja. Du hast eine tolle Burg und Festung da aufgebaut, und irgendwelche kommen da an, und krampeln, das mit den Füßen kaputt, Ich finde, ist sie da schon wieder fahren? Ja, das haben die oft gemacht, und ich kam vom Mittagessen runter, die ganze Burg kaputt, da haben die Väter und Mütter aber aufgepasst, die sind runtergefähigt, ich? Ja, natürlich, da gab es, da gab es aber, da gab es aber welche aus der Armenkasse hier, Nicht so wie heute hier, ich habe, ich habe in den Nachrichten gesehen, dass er in, na, in sie, das können wir nachher nochmal beschwagern, achso, achso, das ist das nachher, mal beschlotzen, alles klar, nicht, ich glaube, ich schreibe es dir auf den Zettel auf, ich bin jetzt neugierig, jetzt will ich es lösen, ich habe noch nicht gepennt, was soll ich denn sagen, Kirsch, ich habe noch nicht geschlagen, hier gibt es nix, okay, ich habe die am Rad gedreht, Kirsch, ich suche gerade ein Bett, irgendwo hatte ich doch hier, ich hatte doch hier eine Luftmatratze, frag doch mal, ob du sich bei den Unterzittiteln reinkusseln laust, in seinen Augen, das ist ne Idee, ich frag mal, ich frag mal für einen Freund, die hast du hier am Rad gedreht, du hast am Rad gedreht, aber ich frag mal, doch er lässt mich rein in sein Inneres, oh, es ist aber sehr feucht hier drin, okay, ich habe eben wieder blutbefleckt gespielt, Kirsch, hei, 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 ich sehe es jetzt nicht, du bist ja auch so, Team raus, ja, ich bin jetzt mit Trinity, ist jetzt bei mir Neo Trinity, wieso ist Rolli jetzt wieder raus, Rolli macht Anzeigkämpfer jetzt, das ist ein Jump und Run Spiel, Rolli, ich bin, ein Ein- und Raus Spiel, ich bin im Spiel, ich bin da, nee, Rolli, ich war mit dir in einem Team, und jetzt bist du raus, jetzt bin ich mit Neo Trinity, was ist das für ein Spiel hier, wir wollten, komm mal, hier sind drei drin, dann komm mal rein hier, bitte, dann komm mal jetzt zu mir rein, wie gesagt, das ist nämlich das Problem hier, nee, alles, nee, komm mal rein jetzt, alles gut, weil das Problem ist, Rolli hat vorhin Einzelkämpfer gemacht, dann habe ich mit ihm ein Team gegründet, war bei ihm im Team, und jetzt gucke ich eben raus, wo wir drüber quatschen, dass ich mit Neo und Trini im Team bin, wie geht das, ohne eigenes Zutun, liebes Bethesda Team, wie funktioniert das, das ist Magic, das ist Magic, also wie gesagt, Rolli, komm mal rein nach, ich schieße jetzt auch gerade nicht raus, weil mir das auch so ein bisschen am Popsa geht, wenn wir das Low und Trini bekam, wenn wir das versuchen, dass wir jetzt 1, das wäre 5, bei mir geht das alles umkrieg嗯, Süßt, auf Hau und da halbgeaufen, ich bin ich bin teamleiter und also das ist auch ein ding ich bin teamleiter dann ist rolli rolli du bist raus geflogen bei mir das ist der grund ich bin rausgegangen du bist rausgegangen bei mir ja warum bist du rausgegangen so so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Mann, jetzt muss ich das also wegschmeißen hier. Ja, das sieht so aus, ja. Nein, ich habe meine Führwaffe geschmissen. Nein. Nein. Was machst du denn für komische Sachen? Oh, ich raste aus. Oh, ich kann eine Objektionszisch holen. Yay. Congratulations. Oh, das kann ich auch dahin reißen. Kann doch nicht sein. Woll ich überhaupt noch was reinwerfen? Nee, nicht mehr. Scheiße. Egal. Ja. Ohne Kamera? Ist das richtig? Ja, ist richtig. Okay. Nee, wo ist jetzt meine Tasche? Ach da. Oh, ein Löchchen. Ja. Ja. Das ist auch das Spielautomaten. Was ist denn eigentlich dieser Paddel, nee, Bass, Paddleball? Was ist das denn? Kettleball? Der Tisch hat das Kettle mit Schnur und Ball dran. Ach du Scheiße. Was? Die totale Waffe. Ach so? Ich habe nur mit Minus 1 Schaden. Ach, das ist eine Waffe? Das ist wie eine Pumpkun. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Oh, Hauer, Hauer, Hauer. Donnerwetter. Wattengerät. Was wäre wohl das ultimative Ding? Das ist das... Ist das... Also... 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 Alles Übormächtige wird mit geschrieben. Na, so fängt das schon an, ja. Das wird so geschrieben. So fängt's an. etwas aus dem vergleichbar mit must have must have so ungefähr so ungefähr ist plötzlich steigern ist schon davon ach so okay braucht euch immer noch hundekuchen quatsch hunde eigentlich die ausgucker der rei wo es möchte hier nein ich wollte kein mädchen zeigen hallo hat der mädchen willst du nicht zeigen mädchen so fängt es an na was nun mal wieder drin kein mädchen mädchen ist das hätte ich ppp machen müssen ja so fast ja kurz abgelenkt was ist das verfehlt jetzt habe ich mal mädchen gezeigt ha weiter was da gerade mädchen bis ist das ist das wird mädchen must have mädchen also aber ich glaube das ist eher it girl und must have boy spiel deiner scrabble sportarten an die keiner kennt nein nur weil heute ist scrabble tag ist das nicht ist das nicht auch so ein wortratespiel buchstaben setzen auf so ein ding wenn man die unterhaltung am laufen haben will katera kannst du mal an die feindungen bitte gerne kannst du mal bitte den ausguck markieren einen ausguck hier unten bei vatoga gibt es diese ausguck posten wenn du da draufläufst und dich ein bisschen umguckst dann kriegst du doch dann hier mehr zu sehen das will ich nicht ich habe die aber nicht und ich suche die gerade kannst du mir mal einen markieren also vatoga und dann oben drüber nein in vatoga in diesem umfeld müsste irgendwo stehen außen aussichtsplattform oder aussichtsposten und das kannst du ja mal markieren da kann ich da hinrennen und das dann offenlegen aber du siehst das nur wenn du das schon gemacht hast also die sind auf der karte versteckt das siehst du nicht also du siehst die schon weil du die schon hast naja so da bist du aber siehst du noch nicht aber man sieht den auch irgendwie nicht keine ahnung wie ich das beschreibe ich glaube hier schon ich war schon bei dem raus als du gesagt hast ne manchmal verstehe ich es nicht ich bin mir leid kein verständnis für hey jetzt wollte ich meinen kampf aufstellen am wasser das ist doch ein tierster östlicher ausguck ja ja warte ich bin gleich da hier wachsen die bäume schon wieder durch das auto kannst du mich auf der karte sehen jetzt ich sehe dich ja ich sehe dich und jetzt muss man dort auf was haben wir hier aufgestellt aber es ist noch drei vier stück mehr jetzt draußen stellen wir hier draußen einmal hin damit kannst du wahrscheinlich den baum denn weg machen ja ich habe auch schon überlegt hier hier drin der wächst ja auch noch eine da habe ich nicht weil wir den wasser hat ein wasserpottet stelle ihn doch hier hinten hin und dann müsste der baum hier rein aktivieren sind hier danke habe ich das aktiviert das sind ja noch mehr aus guck sie es ist das nicht der baum jetzt wächst noch eine kummer der wächst durch den wasser wasser ich sehe dort und hier wächst noch eine nördliche ausguck kann ich dir noch anbieten vor allem er ist ja auch quicki quacki der östliche kam der hat er dazu den bräuchte ich noch den nördlichen ausgucken wäre auf jeden fall wichtig ja hüpfe ich hin einen moment gib meinem computer ein bisschen ladezeit alles gut alles gut da geht es nicht so schnell aber sehen erik ob der hier wieder rein wächst ich bin aber gespannt schauen wir uns das mal an macht das weiße haus jetzt über ist es jetzt überflüssig nein ich habe einfach ein anderes camp geschaltet solontan das kennst du noch nicht so wie das geht pass auf solontan halte ich fest guck zu guck guck und staune hallo sei gegrüßt alle thomas hier bei louisburg da ist vier bären drin okay ich bin da will ich will hier so eine ladenkette bauen hier so eine kleine wasser klein okay alles klar hast du mich gesehen auch wenn du jetzt hier jemanden hast ja so ein bisschen tabula rasa machen will hier dann baue ich hier einfach ein anderes camp hin okay und rechts davon ist noch der östliche und ein moment ich habe gerade gelesen oh sorry ja ich habe keine intelligenz gekriegt komm hier christel das ist nicht mehr schlau ich weiß noch nicht mal wo das hier ist ich bin hier auch noch beim bauen das ist bei bodendekor oder wo war das hier was willst du einbauen dieses komische ach ich weiß noch gar nicht ich bin da der kaderra dankeschön fehlt dir jetzt noch einer oder hast du jetzt alle kirche pass auf hier es können wir jetzt noch zum ball ist hier noch nicht fertig ist hier und werden kann es sein ich bin hier nämlich beim ersten gebäude noch bei der verkaufsautomatisch schon da ich habe hier auch noch nichts drin stehen doch ein t-shirt mit hemd für 1 euro kronkrocken bei mir halt alles bei munition sind auch alle ich habe muss mal wieder nachgucken uranrausch willst du jetzt das rechte haus erst machen das hier eigentlich werde ich sowieso erst machen ich überlege gerade doch ich weiß wie ich weiß wie ich das mache jetzt habe ich einen plan die tür doch ich werde das genauso machen wenn ich im weg stehe muss sagen nein alles gut ich suche jetzt mal ein bisschen nöbelchen hier danke alle gerettet super wir haben ja den bären auf torkallee heute was ist das denn so meine cranberry soße geholt gehe ich mal zum uran ping pong uran ping pong ja ping pong ran wo kann ich denn nicht wetzen da möchte jemand da in ödland shelter besuchen und quincey guck mal ach ja nicht laut sagen wie dann läuft ne das doofe ist bloß da ist noch nichts drin ach so aber er möchte trotzdem rein ist er drin oder wer er fragt ob um erlaubnis ganz höflich ja natürlich ist aber noch nichts drin Thomas ist aber noch nichts drin das nur ist noch ich bin noch nicht fertig Thomas ne gerne reingucken gerne reingucken aber ich habe da noch nichts wirklich reingebaut ne da muss ich erstmal plan machen ein paar krummer erkommen also eigentlich brauchen wir da ja auch nur eine sonnenliege drin eigentlich ja ja da habe ich einen plan vor für warte was war das jetzt eben macht so da alles klar vor für oder für vor weil da die sonne so schön scheint und der himmel so schön blau ist richtig blau 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 blüte entziehen so warte mal in die alpen jetzt gehts los jetzt gehts los also blau 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 wer ist denn da kenn ich doch auch im feuer ja uran rausch wer lust hat ja ich muss noch auto fahren flauschi mauschi das ist nur flauschi mauschi ich gehe zum extraktor bravo und beim extraktor bravo das sieht gut aus das werde ich machen eric hat mich hier auf eine idee gebracht eric geil hat er eric gemacht ja hat er gemacht ah mein hart palmenwähler 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 auf die idee möchte ich mal komm ey wo der überhaupt da raufbaut und ach da breche ich mir schon die füße dann habe ich eh schon Respekt vor was der da macht palmenwähler wo schieße ich denn hin da schieße total falsch eigentlich tun mir die grumhauer ja auch leid ne die hat auch mit allen mitleid ey also die brandwässchen bekündigung tut mir eigentlich auch manchmal leid ne du konntest den Ölan nicht überleben ne nein es tut alle leid ja 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 und warum tun die dir leid die super muttern alles tut dir leid na die sind ja in ihrer rüstung verrückt geworden ne ja 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 das ist dann das leben ne das ist das leben rabeliefurt äh ich bin fest gewachsen in ihrem anzug weil harry du verstehst mich was sind meine das was sind die echt jetzt also ich hab ich muss ehrlich zugeben ich bin glaube ich der 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 schlechteste fallout fan der Welt weil ich die lore eigentlich nie nie richtig verstanden oder gelesen habe du stehst manchmal in den texten unter dem blitzschirm wenn du das spiel lädst manchmal auch nicht aber es sind halt arme menschen die in ihren schutzanzügen irgendwie festgepacken sind und dann wahnsinnig geworden sind das wegen der brandbestie oder was oder wegen was ja generell die sind was weiß ich verschüttet worden in ihren in ihren ähm minen und sind dann aus den anzügen nicht mehr rausgekommen und dann da mutiert und jetzt sind sie halt wahnsinnig was ach so das ist ja krass das hab ich nicht gewusst keine ahnung hm naja das sind wie gulo oder sowas also sowas wie ja letztendlich ist es auch so aber es sind halt vorher mal menschen gewesen die durch die umstände halt einfach ähm ob die gruppe sei getroffen hat ja wo kann man sich das alles durchlesen wo bekommt man das her beim starten unten im bildschirm drin aber ich meine das ach so das ist jetzt nicht irgendwie von der lohr her was kubenhausen zum beispiel ist das dann sage ich zeige ich dir gleich augenblick hab geduld ich zeig dir das nicht weil wir die macht einfach kind der merck der marke ja das kann ich sein quincy ja hier bei der arbeit ich hab mal eine frage an dich ach so musst du eigentlich im nachhinein wirklich alles weg piepen was man da so sagt im live stream kann ich gar nichts weg piepen ach so ok deswegen ist es dann kann der weg im live stream geht nichts also im live stream geht nichts du hast du genug wackelt um sie zu gucken ja deswegen sonst können wir mal durchgehen ja gerne ich will hier bloß mache erstmal so gesagt dass sie gut aus so stelle ich mir das vor hast du vor extra gebaut was die waffen die waffen mit der lackierung die waffen jetzt gebaut oder wie ja die gab es ja hier den ground control und das ist mein das sind meine beiden waffen hier jetzt kommt er aufpassen das ist die von eric die ich mal geschenkt habe und das ist meine erste hier warum gibt es jetzt noch mehr ist soll so eine art waffen shop hier werden auch mal kommen ja schon erledigt auch die kasse und ja wackelt ach so wackelpuppen genau wackelpuppen ich hab sonst auch welche dabei wackelpuppen was für wackelpuppen brauchst du alle ich hab ich hab noch 800 artführer wackelpuppen ungefähr glaube ich ach so ach du schock pass auf das sind alles meine wackelpuppen das sind alles meine wackelpuppen ja ok warum weil ich die alle immer verschenkt habe ach du wackelpuppen das passt doch gar nicht in die kiste äh ich hab äh doch die passen ja in die kiste da passen auch 1000 rein also ich hatte auch wenn du willst kann ich ja das macht mir die laune hier wenn du da mal 5 oder 10 entbehren kannst würde ich die ja ok wäre ich ja auf jeden fall auch dabei so 5 oder 10 stücke oder so ja kein Problem ist gut ja wir zählen gleich mal durch dann kommt doch zu meinem camp und dann gebe ich euch welche ja ok gerne ich hab auch noch äh leben und lieben hefte und sowas ach ja auch noch fast 1000 oder so ach du schande ich pack dir dann welche hin ne ja wo hast du deine her darf ich das fragen ne darf ich nicht fragen ja die habe ich geschenkt gekriegt ah geschenkt gekriegt ok ein bestimmter freund eric ich fange erstmal an das kann sein dass ich wieder umbauen ne ich suche hier so ein warentresen und deswegen das ist halt bloß so man muss sich halt konzentrieren ne konzentration ich guck gleich mal durch was ich alles noch so habe denn wie gesagt gebe ich euch ein bisschen was das ist dann könnte auch besser level aber schon ein paar verkauft ich habe auch schon ich wäre und das an der war verkauft die glas dinge als warentresen hier ach da kommt wieder große blonte schwarzen schuh die fleischhütte hattest du die ja nicht geholt war mit dem flog hat das team verlassen dampflog wer ist das ich kenne den nicht ich auch nicht aber eric was meinst du hier das als warentresen also als verkaufstresen hier geht nicht kriegst du die kasse ja nicht doch kriegst darauf gesetzt das gefällt mir nicht weiß was ich vorhabe und da guck mal unter tische ja ja wir haben da ist ein paar schöne tische erstes eviling im team ich bin begeistert das toll wie die knie will ich mal so auch nicht stelle mal vor ich hätte welche aus meinem team hier in meinem team das wäre schlimm so holen ganze neue leute kennen hatte ich ja gehofft dass jemand da noch reinkommt aber naja händler wir sind noch bis zu dritt im team das hat sich keiner lieb wir sind noch bis zu dritt im team rüber immerhin love you all amazing amazing it's mine yes akadea steht da richtig optimal direkt an der quelle ich habe dir eigentlich den koffer hingestellt oh danke ich weiß nicht welche jetzt doppelt sind ich hatte jetzt keinen durchblick mehr kische ich danke dir erstmal alle anderen gebe ich dir wieder zurück ach ja ja das ist wie mit hinter die bären muss zurückgegeben werden auf jeden fall ja guck mal das ist das ist ein hammer ödlern das stimmt das ist ein riesiges ödlern alter torsten als empfehlung dass du nicht durcheinander kommst nimm die die jetzt draufstehen nochmal runter und dann fang von oben nach unten an ja danke dir empfehlung empfehlung gut dann wissen wir noch nicht welche fehlen ne hast du das im kopf ich will ein bisschen ein bisschen heiktet im kopf wie die aussehen neben was die pick da links auf der karte und unterhalb der thomas hatte gefragt ob er deinen ödlern shelter besuchen darf der hat gefragt ja habe ich darauf geschrieben er ist und schrieb eben gerade ist ja ein riesiges ödlern und das finde ich auch klasse danke dir kirche vielen dank ja ja ich danke dir nicht mit die kriegt hast du nein das macht nichts das ist ein hammer ödlern und ich will ich möchte gerne dort hier so eine so eine art so ein camp darstellen wie das in der in der also in dem in der rollt moment mal mit dem klinik konzentration hier ich will da ungefähr so ein ort so eine stadt reinbringen wie das in der serie der fall ist also das würde mich interessieren somit mit alten verfallenen hütten und und warenständern davor und so weiter also dass das würde ich mir so vorstellen können reparatur wackelpuppe die hatte ich die habe ich schon genau also auch die war doppelt kirche ich kann die fast alle gebrauchen wackelpuppen kann durcheinander gekommen sein weil ich so viel das macht nichts aber es fehlen noch aber es fehlen noch paar plätze ich schlauze jetzt hat er alle ja so alle voll jo danke dir super brauchst du was dafür ich danke dir das klappt sehr gern bei den heftchen auch was machen oder ja bei den heftchen da will ich auch noch ein ständer ich muss mal gucken weil das nimmt ja auch alles ja 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 ich wusste es aber da wäre ja nicht schlecht wenn du sowas wie pistolen oder so diese heftchen nimmst ja muss ich mal gucken weil das ja weil das ja ja da werden wir halt erst so machen das war ja hab ich jeder in der ecke pistolen hab ich auch ja kann ich dir einmal hinschmeißen ne kannst du gerne machen erstmal den mittelpunkt fixieren von da aus dann ja ja hier hast du dein camp okay und du nicht wirklich nicht brauchst das ding ist ja doch ich glaube ich habe alle zehn hefte dir hingelegt genau hier kommen herr ich danke dir das ist cool ja guck da da habe ich das das sieht mal ganz gut aus außer wir können aber das shift das passt schon wieder hier drin aber nichts in der western anstatt trockengelecht das ist eigentlich alle reinpassen das kann man auf die trockneten Seemacht Thorsten mit den Booten Steganlage da wollten wir ja sowieso mal wie wir das machen den Hafen nachbauen wie viele passen noch in den Ständereien denn ja zwei seiten sind noch leer aber das reicht das reicht wirklich guck mal hier das reicht ähm ich hatte ne Idee ich hatte ne Idee Tesla Forschung oder Schlosszuhaltung oder Handbuch für verdeckte Ermittlungen Warte mal Warte mal was hab ich noch ich muss mal jetzt warten ich hab jetzt nur noch da hingeguckt ja das ist eine Seite ist glaube ich nicht ne da fehlen das noch ich komm gerade zu dir aber ich hab noch ne das wäre jetzt auch nicht schlimm weil dann sieht das aus als wenn gekauft ich glaub zwei Hefte fehlen ach so ok so wie ein Stern aber ich hab falsch gedrückt ne warte ich leg wieder welche hin ne Plütswende willst du auch welche das waren aber mehr wie 50 ja 50 ja ja warte warte ich leg wieder welche hin äh ich hab nämlich falsch gedrückt entschuldige warte äh willst du denn noch die Puppen hinbauen äh ja soll ich da schon irgendwas vorbereiten warte mal was war denn da schon Uniform bald 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 ich hab auch Kirsche weiß wie viele Klamotten ich hab ok sonst hätt ich auch wieder was hätt ich wieder rausgelegt ich hab davon noch 700 uiuiuiui also richtig genug hab ich ja ne ne das ist ja nicht alles absolut absolut cool dank dankeschön wieso willst du sonst mitbauen ich mein sonst machen wir ein Privatteam auf Kirche aber wie soll man da mitbauen das weiß ich gar nicht doch das geht wenn du im Team bist wenn du im Team bist wenn du in der gleichen Gruppe bist dann kannst du mitbauen und auch privat ja wir können ja nur Schnurri Facts bauen wir können ja auch nichts machen ach so aber wenn du auch privat bist und ähm im gleichen Team dann geht das dann kannst du mitbauen ja wir können ja ja genau ne erik hat recht ich weiß was erik damit meint du kannst nur die einfachen Sachen bauen das stimmt und wenn dann hättest du nur was gebracht also wie ich gesagt hätte Uniform bauen oder so dass du das gleich hättest hinstellen können das war jetzt ne ne hab ich alles ich hab ja alles ne vielen vielen dank danke ich bin mal ganz kurz aufkam gleich wieder da alles klar alles klar du hast dein Camp nicht sichtbar gescheitert ist das ein Grund äh das ist eigentlich sichtbar vielen Dank ich danke dir ich seh es nicht das Camp das ist Liebe ach ich hab eben Schalkreise gekriegt ach weil ich nicht bei dir im Team bin deshalb doch jetzt ist es öffentlich ich war nicht bei dir im Team jetzt seh ich ne ne da hast du schon recht gehabt ich hatte mein mein Camp als auf Haus genau den Kurs bei mir auch keine was ach verdammt ja genau damit sonst kann bei dir keiner was kaufen genau ach man ey warum keiner was kauft auch man ja genau das war das ich hab mich gewundert warum ich dich nicht anreisen kann ich bin gleich wieder da ja ja alles klar Kirsche ist Kirsche eigentlich schon wieder da oh das ist nicht Wahnsinn jetzt da ne aber ich muss es hier erstmal hinstellen hier das kommt nein Kirsche ist schon wieder da Erik da war sie ja gerade hast du gehört ist schon wieder da Kirsche ist schon wieder da ja hetzt sie nicht sonst kann sie nicht oh ah 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 ich hab mich ja wundert warum Kinder was bei mir gekauft ich dachte das sind meine Preise gewesen ne ne ich wollte das nur sagen damit du da Bescheid weißt ich sehe das schon dann halt voll Dankeschön nett von dir dein Thema Fanteco wo ist denn die Küche drin verdammt nochmal Mann ich hab doch ich hab doch ich hatte doch damals wisst ihr noch war es ist doch damals damals ne kennst du auch noch du damals ne ja damals zu meiner Zeit ja damals zu meiner Zeit damals zu meiner Zeit damals zu meiner Zeit als nur alles grün war war es noch früher das ist doch wohl ein witziger ne hast du diesen rot-weißen Tresen den man so aneinander hat eric danke ja jetzt hast du mich grad auf die Idee gebracht wie es wird mit meiner eric vielen vielen Dank jetzt weiß ich was ich mach ne alles gut Mann das hab ich ich hab gerade überlegt ich denk's aber wo ist denn das alles du hattest doch da diese rot weiß ich hab braun ich will das ich würde es aber hier in braun machen ne in kackbraun was ich muss das mal ändern ich muss es ändern ändern anzeigen ich werde hier zum wildschwein ja gibt mir genauso ich meine also was mir wisst ihr was mir hier fehlt so ein suchfeld aber du mal nur die ersten paar Buchstaben rein tippst und dann wird ja alles angezeigt was mit den Dingern das machen ne ne und ne Böden ich find's nicht egal ich muss erstmal Pause machen alles der Vögel von des Werder halt ist richtig so viele Baupläne ich werde die erstmal alle in eurem Mauben stoppen hier zum beispiel hier oben ist ein kupfer oder so jetzt habe ich hier diesen komischen wettergott hier ausprobiert hier unten mit der werkstatt das ist auch so unlogisch ich habe mir den kopf zu mir nach kupfer also in zehn minuten machen wir dann feiern die freunde bist du sicher ich weiß es noch nicht sind sie sicher ja nein vielleicht keine ahnung klosa mensch kohle grüßel das habe ich jetzt erst gesehen dass du da rein wirst ich sehe es mir nicht so ich sehe das nicht so ungefähr deswegen ich zieh mir die hose nicht an ich werde wahnsinnig wo ist denn wo ist diese vermaledeite küche hier bodendekor bei teppich oder was bodendekor und immer wieder da wenn sie hat gesagt noch zehn minuten okay du weißt was das heißt zwei stunden ist einer bei der lustigen drei dabei ich bei der weise links kirchen hier aber allerdings bums wollte ich war sehr weh dass du uns erinnerst ich lade bei quincy in der sonne ich komme jetzt auch hören weil wie gesagt ich finde hier nichts und dabei haben sie das schon verbessert ja ja haben sie gesagt also eine verbesserung gespürt mental ja die hat die haben das wirklich verbessert ja das hand das verhandelt war noch schlimmer irgendwie ja die haben nichts anders gemacht als noch das neue fenster hinzugefügt das ist das aber was mir fehlt hier ist so ein suchbegriff relativ weit unten wo die bäume kommen und diese komische feuerwehr bodendekor bodendekor warum haben die keine keine rubrik möbel da reingehauen verstehe ist zwischen die bäume die schicke war also zwischen baum und schicke war ja genau alles klar danke dir ich sehe und diese kommen ich suche das ich will aber die küche nicht reinsetzen ich wollte ja diese anderen diese wände ist nicht dass das schutz ist diese komischen dresen die schicken die schicke bar als dresen fisch nehmen nee ich war ja mal gucken ich muss mich mal umgucken ich habe das sind dann auch diese rot-weißen elemente weil die sich bauen kann würde ich euch viel spaß gute gute nacht thomas ja schön dass du einiges mit dir schlaf gut thomas schön dass du wieder dabei gewesen ist gut nach hat mich gefreut thomas dass du uns besucht hast cool der staub des weisen atmet ein atmet aus die welt durch seine augen die welt von seinen naus wie kinder genau wiiiuiuiui jetzt wird es gefährlich die 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 Ah, Level 90. Ah, Tukerbomb. So, wir haben Zuckerfest, ja? Zuckerfest, genau. Mann, 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 wir haben uns hier gefangen. Oh, Kack, ja. Wieso kann ich das hier nicht bauen? Ich hab da was, guck mal. Hilfe, rettet mich, hier, hier. Was ist das denn für eine Aussage? Todeskralle. Rette mich. Von wem hast du Angst? Ja, die war dick und fett und richtig eklig. Erst zu uns losen und dann Hilfe haben wollen. Das war schlau, oder? Ja, genau, ja. Absolut. Funktioniert jedes Mal. Ich hab was für euch. Hilfe, Hilfe. Und da ich ein Mädchen bin, rettet ihr mich schließlich alle. Da ich ein Mädchen bin. Guck mal rüber. Schon wieder? Wo kommen die denn alle her? Und warum hier bei mir? Kommt mit, kommt, kommt ihr Brandbäschen. Todeskrallen, kommt, kommt, kommt. Hier, hier, hier. Ich, guck, guck, schnell. Mach sie tot, mach sie tot. Komm, komm, komm. Hol dir die Kadera, hol dir die Kadera. Was schnappst du dir? Genau. Ich schmecke überhaupt nicht, ich bin ganz schlecht gewürzt. Das weißt du erst nachher. Achso, okay. Okay. Ich hatte eben wieder diesen dämlichen Bug drin gehabt, wo du wieder zurückgefedert wirst, weißt du. Aus dem kriegst du mich gar nicht aus der Rüstung rausgepellt. Das will ich dir mal sagen. Oh, am Wasser, da ist aber ordentlich was los, wa? Ja. Man merkt es, irgendwie baut ihr immer mehr ab da hinten. Oh, das liegt nicht an mir. Ich kann ja mal vorbeikommen. Ja, komm, rette uns. Mal gucken. Ich rette euch. Ich muss dir die Kirche behüten, sonst klappt das nicht. Ja, man muss sich gut aufteilen, stimmt. Ja, ja. Trinity ist ja auch da. Perfekt. Oh, schon wieder, schon wieder Todeskrallen. Halt immer eine Stellung, ich geh mal auf. Esst die anderen, die sind viel leckerer. Esst die anderen. Oh, mein Gewehrklemm. Danke. Ist Campo beendet? Ah, jetzt dürfen wir auf da rauf. Wenn du auch schnell herkommst. Trinity hat mich gerettet. Schon klar. Ist ja perfekt. 운ig. Muss ich einfache? Oh, mein Mann ist gut. Oh, mein Mann ist hier. Tai-Mann-Gesong. U-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l. genau den weisen maßen also ich weiß nicht wozu man überhaupt hier diese mutationen hat eine jetpack hat wenn man ihn hier nicht benutzen kann man immer zurückgebeamt wird hier weißt du war jetzt jedes event hat irgendwie seine eigenen backen beim beim fast das ist ja so dass der kilometer weit in die luft geflogen wirst und hier schiepft die ganze zeit zurück da ist alles gerade kurven daher kommt hat alles gerade kurven man kennt sich man günstig es gibt immer so ein wurm im ohr und jetzt fiel es mir doch nicht gleich ein ich musste kurz überlegen wisst ihr wisst ja schon dass es im juni wieder kommt warum kommt das denn wieder das schon wieder ja noch nicht einmal fast damit spielen das war mein erstes fast noch sein seit seit einem jahr echt willst du ein paar masken haben gleich gegeben ich werde wenn er will ich die seltenen masken haben die ganz selten extrem selten dass die mega selten sind ich hatte bis jetzt jedes mal glück wenn ich das gespielt habe immer mindestens er zu kriegen immer auch wenn ich mal acht stunden lang abkage formt habe aber egal haben wir nicht gehört jetzt soll eine krist anzeigen muss man auch mal schlafen das ist ein tresen das ist die komische küche den würde ich nicht haben habt ihr schon alle eure tages aufgaben weggeballert ja ich habe 15 minuten gebraucht oder so ok ich muss noch ein bisschen üben was also wieso die tagesaufgabe ist noch üben betreten ja das brauchst du nicht so schnell das heißt der trottende tages aufgabe um dich wieder den channel verlassen du musst ja da keine keine platte machen du kannst ja mal meinen shop gucken gucken ob dich der handmade von mir interessiert oder vampire handmade oder so kannst du mal gucken genau ich verkaufe was an seinen shop keine seite dass du so eine handmade brauchst die ich da verkaufe dann kann ich dir so geben weil ich brauch die halt nicht ja ich bin eigentlich ganz gut ausgestattet ich habe jede menge vierfach wachen mit vierfach gleis gewährt vierfach tesla und vierfach handmade oh das ist gut das ist sehr gut ja und dann noch ein paar anti waffen und ein paar vampir waffen da siehst du dann bist du auch ausgerüstet mottenmann kultisten räucherstörer eigentlich schon ja wo ich denn hier gelandet irgendwie hinterher darauf darauf der rückseite von deinem camp der sportpunkt ist auch wie ein bisschen doof ja ich weiß das ist ein bisschen den katz aber umstellen das ist kein problem muss einfach nur deine modul irgendwie umstellen glaube ich und wie mache ich das das camp anvisieren anfassen und woanders hinstellen ok warte mal mache ich das dann tue ich das kennt man hier früher hin hier ganz an der ecke bekommen wo die leute dance ist das ist das die synchron stimme von dem typen aus der serien näher den laufen ne glaube ich nicht das glaube ich nicht er hat ein werk und wer cool gewesen aber ein cooles gemächt aber ja das glaube ich nicht das glaube ich nicht das wäre natürlich interessant hey ich bin raus wo bist du denn ich bin ja wir haben das ist aber jetzt nicht nichts hm aber ich komme ja okay und der rieb zu und das hier drin ist ja cool alles gut ich habe nur was gesagt das ist jetzt so eine krisen teil oder kommt auch waffen rein da kannst du eine bierkrüge aufstellen das ist so ja die stehen ob die stehen oben drauf sehr gut sehr gut so eigentlich wollte ich was anderes hinstellen hier das ist noch nicht ich kann leider auch nicht in meinem baumenü so reinschauen ich weiß nicht sonst hätte man ja ich habe zwar eine idee aber und das wird auch laufen lässt sich das mal kurz mit rückaus müsste das sein genau willkommen zur tür alles klar das ist gut aber das ist noch nicht was ich wollte ne und ich wundern ich habe paar sachen abgeriegelt weil die leute permanent meine ganzen hatte ich nicht drin hier ach so er ist genau eine etage unter uns in den vordern kann es reingehen zu ihm und kann sich das dann direkt erklären weil nämlich ich habe da einiges abgeriegelt weil die leute wie alles immer geklaut habe regelmäßig ja ja pass mal auf ganz kurz ja was ich suche ist hier diese diese tresen dinge die ich oben habe wo sind die denn da mal die müssen noch irgendwo sein die die toben hast ja oben in der abtrennung wenn du die treppe hoch ist die bar dieser ich verstehe es nicht ist das bei schutz das wäre auch quatsch du hast deinen hund nicht abgesperrt da kann ja jeder dran das ist nicht oder es ist so gewollt hast du ja meinte ich die hat ihren hund nicht abgesperrt könnte ruhig nehmen ja gehe ich nicht dran ich sag das du es ist könnt ihr alles nehmen oder könnt auch den besucher teilnehmen oder die kuchen ist alles gut über mir oben der munitionsautomat ist auch offen der stellt fusionskerne her und wer welche braucht der bediene sich da ich werde bei regelmäßig leer geräumt da muss ich dann schlüssel drauf machen das ist echt ätzend machen gar nicht nein aber ich kann nicht verstehen ich finde das nicht wende dächer treppen türen herstellung ich habe auch kein plan generatoren das ist doch die hat so schöne teddy werden aber ich habe schon so viele die kann ich mir nicht mehr holen weil die kiste ist voll das ist immer das problem ich habe ein kämpft da sind 50 teddy werden drin und die kiste ist rappelvoll ist wenn sie du musst vielleicht auch manchmal mit den kürzer nach links und rechts auf dem gegenstand nach links nach rechts bleiben drücken ich reise mal zu mir ins camp dann gucke ich auch mal danke dir ja ich danke aber ja das weiß ich aber das ist so versteckt weil es so wo ich sage okay das ist nach jedem rückste teil nach rechts drücken die ganze zeit noch das also ich baue ja wirklich gerne wirklich 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 gerne aber aber ich gucke hinter dem baum wie die kuchen ist lustig der ist toll der mr mr dings kirchen mr kuchen wunder auch nicht das glaube ich jetzt nicht das ist davon quatsch bei diesen dämlichen tresen die ich gebaut habe da ist das drin das doch ein witz oder wie hier schicke bar weißt du was ich hier schon eingebaut habe so ähnlich da welche brauchen nicht drauf ich habe die schicke bar nur nicht im atom shop und das war dahin geblättert und ich hab's gefunden leute sehr gut das nehme ich hier dieses ich will was hölzern ist neben kannst du doch gar nichts dazu muss doch erstmal frei machen ach die ja ach so nee doch die western war kannst du nehmen ja genau die western war ja das andere die schicke bar weiß ich das ging nicht aber ich habe das habe ich nicht gefunden weil ich weil ich die nicht für voll genommen hatte ach so ach so genau die die western war die die ist ja auch älter und die kannst du nehmen ja was habe ich vor du siehst das jetzt verspätet die habe ich die ganze zeit gesucht rolle das ist immer so ein bisschen verzögert ja die habe ich die ganze zeit gesucht und das war aber nur auf die ich wusste dass das so eine schicke bar war das wollte ich aber nicht wollte genau was da aneinander rastet ist das eigentlich nur bei mir verzögert oder ist das immer so okay mit der internationalen du darfst nicht vergessen wir sind hier in deutschland und wir haben natürlich das stärkste und schnellste internet die leitung halt das geht so schnell durch dass es dann wieder vorbeiläuft verstehst das ist wieder verlangsamt es muss ja wieder zurück genau danke ach so wenn du deinen camp umgestellt hast sein modul dann kann ich ja mal zu dir hin reisen vielleicht klappt es ja diesmal besser machen machen versuchen würde dann wo ist das das ist jetzt okay dann mache ich das weil ich reise mal zu dir ich will nicht schießen wo ist das jetzt der steht auf dem dach oder wie so jetzt mal gucken wo ich rauskomme wo ist das unter wasser unter wasser nein jetzt bin ich wobei so ein hund rausgekommen ach scheiße bis er aber beim kollektor und da muss das vielleicht was ist was ist ja nicht das modul direkt direkt gegenüber direkt gegenüber von den automaten gebaut hat dass du ihn aber ja okay ich verstehe in den den sind da oben ja das war der tresen so da muss das vielleicht was reden oder so oder vielleicht verschieben über den waffen links netter hängt was ja besser wenn das so steht also auch als eigentlich im ende unterschied oder mache es offline stream oder so dann kannst du mal gucken ob es besser klappt ja es gibt ja auch spielzeug militärfarbe an seine ja nachher bei bodendekor ja die habe ich könnte man da danke da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen und dafür bin ich dir dankbar das ist cool weil die die flugzeuge ja geil für die regale oder so kirche weisse also wir merken uns bodendekor ja schön geschichten am lagerfeuer die mich doch gerne mit jetzt wieder etwas weiß ich nicht auch was lustiges meine lustigen geschichten ja genau die quatschen wieder freude das kann man fast gelten lassen und jetzt kommt die bar hier guck mal so hatte ich mir das vorgestellt hier ist ja nicht platz zum laufen das andersrum rein so rum ja ist dann noch eine lücke dazwischen oder täuscht das da ist eine lücke dazwischen muss man ausrichten das weiß ich machte einer das hier mit oder wollte das lieber nicht machen ne ich gehe gleich offline wie gesagt ich bin auch öfters mal früher also früher online also falls du mich da siehst kannst du mal auch quatschen und so gesagt ich gehe dann den stream rein da musst du da mal gucken also also ich meine ich in stream sondern hier in ins ts ja klar deswegen ja so gehe ich dann auch ein ich habe eh 6 oposom marken brauche ich nur noch zwei rucksack holen gut so leute ich bin erstmal raus für heute ja schön dass du dabei warst alles klar vielen dank für die wackelpuppen danke für die wackelpuppen genau für die magazine so ungefähr hatte ich mir das gedacht der baum war also hintereinander denn der baum ja die anderen da kommen die bierbüchsen noch auffällig beutel und panzer bahn so und soweit alles noch die bahn so können die vorne was weinstellen bestimmt nicht dass der baum hier durchfällt ist ja total doof dass der baum hier dann gibt es eine kreidetafel nachher und der wand dekor aber was soll das darstellen das sieht irgendwas das feuerwerk habe ich dann nur hingestellt erstmal als platzhalter damit kannst du nicht die sachen verschwinden genau eric ich wusste nicht dass du schon da bist dass wir kein baum mehr durch die wand wächst so die schränke bleiben auch nicht stehen hier und die kisten das ist alles quacki kram hier konny hat sich hier gerade entblößt hier ich hab mal meinen eingangsbereich das rutschen ja weg der hat angst wollten wir nicht eigentlich auch eric sein können wir sehen das machen wir auch das ist erst mal erics kreiber ich habe sogar einmal gerade gebaut mir ist es gelungen ich gehe mal zu eric die panzer kann ich auch nicht bauen und einsacken die muss ich dann hinstellen bevor du in die höhle rin kommst guck mal nach rechts holand legends modern und talking show ne ja quatsch modern und talent show sorry so lontan ja du hast doch bei dir ein koffer drin ne in deinem handelsverkaufsdings bumms ne ja was nimmst du dafür für den koffer ich glaube zweieinhalb oder so etwas weiter oder das war unser neo zu teuer deswegen ach so ok das dann setze ich das runter tun mir ja sonst du mir mal wieder eingefallen dann geh doch mal eine etage runter zu nähe und dann kennt wir aber beide verhandeln ne mache ich gehe ich mal runter kein thema ist in den vora 76 raum du kannst mir den verhandeln möchte er glaube ich haben wenn ich mir nicht irre kein thema mache ich okay wenn es geht wenn du mag es ist gleich verlassen von die zehn minuten wollen wir es noch machen habe ich recht zweimal zehn minuten oder ja bloß kirche hat mich mit erik ihr habt mich jetzt alle auf ideen gebracht ich bin jetzt zu erik und dann bin ich ins camp reingegangen rechts und natürlich rechts oder links vor der tür wenn du da unten und live oder und frankfurt ohne nein nein dann mal gucken wenn das auffällt geforderten stellte rennes nach rechts gehen vor den gorilla habe ich schon gesehen vor der aber ja ich bin sicher habe ich das gesehen da machst du das hier dunkel tun gemacht oder wie ja das gefällt mir das ist gut gemacht erik weil das ist viel besser zu sehen nein ich will das nicht deaktivieren und hier einfach rein gehen genau was hat erik da oben gebastelt jetzt was ich habe gespeudert ja 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 man muss mal hoch gehen hab geduld und guck weiter ich kenne das ich habe mir das ja 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 im live stream noch nicht im live stream soll er mal abwarten und dann gucken haak wenn sie ist jetzt hochgegangen ja das finde ich gut krass ja das wird ja wirklich jetzt mit den iphone-bläsern finde ich genial eric ja ja das mega weil das das ist wie so ein signal die show beginnt und dann genau klappen was ich noch mal das screenshot brauche ich ja für meine fan mails hier immer gerne noch ein popcorn automat hier für die pause ja das stimmt da hat sie recht wasser automaten kannst du nicht reinstellen das gefällt mir auch hier ist wieder anja ja ja das ist genau hier wie ich habe ich ich heißt Ich hoffe, er hat ein Bett hier, dann kann ich gleich hier übernachten. Ja, die haben es ja am Samstag frei, das stimmt tatsächlich. Kann ich nur so bestätigen. Ich habe hier eine Toilette extra für Cadera. Warte mal, ich stelle die einfach mal hier hin. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, guck mal da. Ich habe sie dir extra hingestellt. Musst du das mal antippen. Aber doch nicht vor allen Leuten. Kann ich denn ernst sein? Kriege ich noch eine Mauer? Ja, tipp doch einfach mal an. Nein! Nein! Das ist so ein Mull, so ein Nacksmull. Ihhh! Ich kann hier keine Popcorn aufstellen. Mhm. Toll. Kann sich sein Essen selber mitbringen. Da hat man ein Wunsch, ne? Ein Wunsch, und das geht nicht. Kriegen wir jetzt nochmal bei sonst vier. Aber ich verstehe es gar nicht. Badewanderung kann ich nicht nehmen. Ach, falls ein Shelter ist, oder was? Mhm. Ach. Man könnte ja, weißt du. Mhm. Kein Camp, sondern ein Shelter. Give me a dream. Lalalala. Mhm. Nee. Ich muss noch ein bisschen testen, das Mikro ist ein bisschen schlecht eingestellt. Aha. Olli hast du... Achso, du bist ja nicht mehr. Oh, Erik, ich war heute... Was denn? Unterwegs hier, du. Ich hab hier mal extra für Kadera in der Toilette hingestellt. Okay. Warst du? So sauber? Ja, ja, sauber ist es schon. So, Kadera, kannst loslegen. Ich schaue dir zu. Mich wundert, dass du das Klo nicht direkt auf die Bühne gestellt hast, Erik. Warum? Äh, warum? Naja. Nee, ich meine ja hier. So. Juhu. Eigentlich mit ein Mikro. Applaus, Applaus. Danke, danke. Oh, nee, ne? Oh. Oh, nee, ne? So, Abschaltung. Abschaltung steht bevor. Jetzt, wo wir grad Spaß hatten. Hm. Ja, bloß die halbe Stunde, das Geklecke. Wollen wir den Server suchen, oder wie? Ich frag für einen Freund. Wie soll das? So wie noch ein Liefer? Ja, ne? Genau. 2, 2, 4, 6, es passt. Was heißt? Pass. Ach, Leute. Privat. Hm. Ich kann's grad nicht sehen, weil genau da... 1... 1, 2, 3... Hm. Guck in TeamSpeak. Ne. 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 Fast nicht. Ne, so langsam. Ich seh das grad so langsam. Auf unserer Welt sind aber mehr. Hm. Viel Spaß. Ja. Das ähm... Nur im TeamSpeak sind nicht. All drin. Ja, oh Gott stimmt, bringt's ja auch nicht. Jetzt springt ja alle hin und her mit Ema. Ja. Du hängst im Dach. Oh Gott. Ich spring. Bin losgelaufen. Dann wurde ich erstmal in der Fuchs die Schminder weiter zugesetzt. Ja, 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 ja. Ich bin wieder ein Stück zurück und dann... Was willst du denn da drauf? Auf der Spieluhr. Aber warum hängen die Spieluhr in der Luft? Na, damit Musik hier in uns woanders stirbt, ne? Mit dem ganzen Raum, aber es ist ja hier ringsrum Musikstrahler. Gehst du? Gehst du? Okay. Ich werde jetzt einen Entschluss fassen. Mhm. Meine Frage. Habt ihr noch Lust? Könnt ihr noch? Wollen wir noch? Wollen wir noch ein bisschen streamen? Dann wechseln wir den Server. Lohnt sich das. Na, dann los. Oh, ein bisschen zahlig noch. Ja. Ich hoffe. Bist du die End? Bist du die End? Bist du die End? Nee, nee. Ist Wochenende, von daher. Ja? Ja? Gut, Cyborg, ich grüße dich. Cyborg, grüße noch Patata. Ja. Na, alle Torsten da ja, oder? Ist er schon? Muss man, muss man denn erst verlassen, oder kann man direkt bei... Man kann denn direkt gucken, wo er hin ist, aber er ist erst... Ach so, okay. Ja, ich versuche einfach bei zu drücken und... Okay. Mal gucken, ob das passt. Welt ist voll. Echt jetzt? Ja. Bei mir wird noch gelassen. Ach, Mann. Oh, Mann. Ne, viel Privatsuppe war noch zu führen. Ja, je nachdem wer... Wer noch möchte, ne? Ach, ja. Jetzt muss man eine Umfrage starten. Wir müssen uns von Amerika befreien. Mein Camp konnte nicht platziert werden. Das war nicht so schlimm. Ne, dann lass uns wechseln hier. Komm. Du kannst doch... Alles raus, wechseln, zack. Nein, ich muss da hier nicht stehen. Ich bin noch gar nicht drin. Ich... Ich auch. Ne, ich bin ja immer noch am Ladebildschirm. Ja, Cyborg, bei uns ist alles schick. Die Süßkartoffeln schmecken doch. So, und ich wurde gerade aus dem Spiel gemessen. Wie geht das denn? Weiß nicht. Ich glaube, weil du den Surfer gewechselt hast. Und ich war noch am Ladebildschirm. Und ich bin dir hinterhergereist. Ich sag dir ganz ehrlich. Diese Spielmechanik, die finde ich absolut... Nicht hinterherreisen. Aber wie gesagt, ich war noch beim Hinterherreisen. Und dann hast du schon gewechselt. Und dann kann er das nicht ab. Ja, nicht hinterherreisen, ne? Weil das hier ist wieder mein Campplatz. Da steht wieder irgendwo eine Laterne oder so ein Ding. Eine Latrine? Eine Latrine. Ja, so ein 486er ist halt nicht anzuschneiden, ne? Ach, fuck. Kann man sehen. Das war ja wieder mal gemein. Harry aus Roger. In Kambodscha. Harry macht Power-Nabbing. Machen Sie wieder den Server aus. Harry darf Power-Nabbing machen. Harry, deswegen nur beim... Ich bin mit zwei Minuten. Darum sind wir beim Wechseln, Harry. Die Beschirmung zum Wochenende. Wir machen Server-Hoppen. Kennst du das? Wisst du? Wisst du? So, ein paar Minuten machen wir noch. Zehn Minuten machen wir noch Einverstand. In zehn Minuten springen wir noch? Okay. So, habt ihr jetzt was gefunden? Ich bin noch im Schirmwarte. Also, ich stehe hier vorm Baum. Also, ich hab einen Baum gefunden, ja. Hast du einen Baum gefunden? Zwei Baum. Zwei Baum. Drei Baum. Aber nicht dran pinkeln, ne? Okay, warte, warte. Warte, Schleife. Nee, ne? Also, egal wo man jetzt langsam hinkommt, also... Egal. Geräte. Der Gerät. Anzeige, Lager, Küsten. Der Gerät. Gute Nacht, ihr sagt. Gute Nacht? Wer sagt Gute Nacht? Harley. Ah, Gute Nacht, Harry. Gute Nacht, Harry. Gute Nacht, Harry. Harley, quatsch, Gute Nacht, Harley. Wollte ich auch sagen. Schlaf gut. Heute schon so früh. So, für Dauerschönwetter habe ich hier gesorgt. Jetzt. Sehe ich. Im Stream. Im Stream. Im Stream drinne rein, ne? Haben's denn schon welche bei dir rauf geschafft, auf deine Welt? Ich glaube, dass ich jetzt... Ich bin irgendwo reingeplumpst jetzt, aber ich weiß nicht, ob das Quincy's Welt ist. Naja, Quincy hat jetzt gerade zum Beispiel aufgerufen und alle in sein Team eingeladen. Daran sollte man das erkennen dürfen können, tun sollen, wollen. Aber das sieht man ja manchmal nicht. Okay, warte mal, ich guck mal. Äh. Oh ja, ich sehe sogar dein Team. Also, dass du ein Team aufgemacht hast. Das ist aber unfassbar, finde ich. Ja. Na ja, dann wäre ich dort mal reinhopsen. Nur in den Hopsen, Hopsen. Oder wer war da... Wer war da... Oder war das... War das voll? Wer war da drinne bei Thorsten? Keiner. Ja. Geh doch einfach rein. Okay. Wenn du sie dich fragst, kriegst du sie dich antworten. Doch. Ne, Thorsten hat ja gesagt, er hat eingeladen. Dann weiß man ja auch nicht wen. Ja. Insgesamt die Leute, die hier hinkommen. Freue ich dich? Es geschehen, Wunder. Ja. Komm mal noch. Also, ich äh... Wunder kommen immer weniger. Mal schauen. Wiss ich finde ich immer, dass hier so kleine Camps sind, und dann wenn du auf die Karte kiekst, wo derjenige ist, existiert ja nicht. Mhm. Ja, guck ey, du. Ne, startet immer noch nicht. Die wussten, die wussten, wir haben ein Problem. Nicht funktioniert nicht. Was hast du? Ja, ich finde immer diese kleinen Camps-Dinger da, die sich überhaupt verleiten. Hast du wieder, oder was? Kannst du dich bauen? Nein, nicht schlimm. Nee, kann sich nicht. Komm mal noch mehr, Häusalala. Aber wenn du jetzt hier anfängst, in drinnen alt auszustatten, würde ich erstmal draußen mit der Reklame anfangen. Hab ich doch schon gemacht. Guck mal hier. Guck hier? Oh. Ach, hier, die Atombomben gemeint ist das. Scherzkeks. Hä? Tresen und dann oben an die Decke. Ah! Okay, also das ist jetzt schwer zu finden. Also, ja. Das fällt nicht auf, ne? Ne. Scherz. Tapezieren kannst du nicht? Was? Tapezieren kannst du nicht? Diese Hütten kann man alles andere als tapezieren. Das ist das Gute da dran. Das haben die gut gemacht. Ja, ja. Wenn nicht, probier doch mal bitte da oben. Guck mal, welche Bilder du hast, die relativ flach sind. Ja. Ja. Boah, so. Ja. Und dann hängst du sie wieder umgedreht ran und dann klebst du die Buchstaben da wieder ran. Boah, du machst da die Waffendinger weg, dann fällt das halt ein bisschen mehr auf. Mhm. Dann hängst du die Waffendinger hier an die Ecke ran. Mhm. 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 Okay, ich geh schon. Lalalalalalalala. Mhm. So, das soll mathematicier machen werden. Ja. Donc, das ist das Paul Kr вполне. Können so einen Koffert zu geben. Masaka Koffert. Ja. Wenn dann eine Ecke meinstie ist, die Top Juda und so kennen. also aktuell sind bei uns 13 grad bei euch so 16 ich prüfe mal und 24 grad drunter 19 auch 16 die haupt oder heimlich hingeatmet oder man kann sagen ihr habt gewonnen wir haben nur 15 13 mal sehen ob das mit der klimaanlage klappt wenn ich da hinbaue dass da kein baum mehr durchwachsen kann ja man kann aber auch nicht so wirklich wo das den anderen weiß ich noch nicht ob ich den lasse weiße ob ich da nicht noch was anderes sind baue mal gucken aber hier den möchte ich erst mal ein hier ich sagte die bilder mal gucken du hast wieder keinen das ist doch doof hier wieso kann ich das nicht drehen spiel warum es rastet ein du hast gesagt bauen macht spaß also ja ich weiß warum das nicht geht du kannst die bilder hier nicht umdrehen das ging mal das stimmt ja manche haben sich ja ich habe mir damals zwar den plasma fernseher draus gebaut ist ja im feld der im feld der ja draußen das ging mal aber draußen hochschirmboxen händisch der klinik improvisierten dann konnte ich ja die wollen und die beller hochdrehen drin 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 dass man hier auch keine wende reinbauen kann da kann es nicht tapizieren eric und die ganzen wände von oben bis unten mit diesen bildern zu tapizieren kannst du nicht gedreht hier du kriegst die bilder die rasten sofort ein die schwarzen tafeln die schwarzen tafeln gehen eric die lehre tag zum beispiel da gibt es ja immer welche die bedruckt sind und welche die nicht bedruckt die schwarzen tafel gehen ich war nicht in der anstalt ab und wie guckt ob da ein kult ist steht die ganze umdrehen die tafel kannst umdrehen also jetzt hätte ich appetit auf dem hotdog wollte ich nur sagen vor deinem haus steht schild hotdog nicht so richtig bock hatte so schöne dicke schnitzel schön mit blumenkohl oder so oh nee aber du bist so böse und schöne sauce hollandaise dazu schön knuspern krokettis oder so also schnitzel blumenkohl mein lieblingsgericht dafür nehme ich jetzt hier noch ein bisschen ein e schönere bratkartoffeln ja die gehen auch so also natürlich erst peltkartoffeln vorgekocht und dann auch stehen gelassen und daraus die peltkartoffeln machen ja das ist wichtig also bei mir wären ja die peltkartoffeln denn ohne zwiebeln dann schmecken sie dann bestimmt nicht mehr den kann man ja nicht essen man muss schmeckt zwiebeln dann muss ja alles drin ja schmeckt zwiebeln isst du keine zwiebeln achso das war gut was ist vegetarierin achso deswegen ich schütze die pflanzen deswegen isst du nur achso ich hasse zwiebeln ich kann ne geht nicht ok dann schreibe ich was andere drauf dann schreibe ich mohrübe wo haben wir alles so an wie ne mohrübe vielleicht hilft dir dir ne amur wie heißt der mal sehr möhre zwie möhre zwie möhre ne zwie möhre zwie möhre zwie möhre na möhre aber so einen schönen hotdog so schön mit röstkriebeln oben oh ja ohne röst frische zwiebeln frische zwiebeln frische zwiebeln ah gedüllte mein schuldig schöner trockner rostzwiebeln ja die schönen roten oder die hühneren zwiebeln und die großen ringe oooooh ich bin das ja nicht oder wie wir kochen einen riesengroßen topf äh topf chili con carne und clon neo ein paar chili schoßen mal trinke wirst du da ok du bist aber ein bisschen komisch gebräu geportet geh mal am besten drauf dann latsch nicht so viele Leute rum genau weil hier was ist denn das da oben was du drauf bauen willst können sie eigentlich weil er sich gerade abgebaut hat wollte ich eigentlich wieder hin bauen und betester hat gesagt ja also das musst du wissen wenn du einmal was hier in diesem spiel hin dann darfst du das nie wieder hin bauen nein da steht in der spielbeschreibung von betester drin ok jetzt weißt du jetzt weißt du wieso ich mich so gepostet habe weil ich mein baum und du jetzt reißt du alles ab Thorsten wo ich immer gesagt habe du bist doch blau du musst doch hier hingehen du musst doch was steht da weh ich verstehe es nicht das ging mir genau so das war an der stelle und du kriegst es dort nie wieder hin nie wieder hin ja nicht wieder hin so nach der devise hier wollte ich hängen bleiben du hast mich hier weggenommen ja nee 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 das geht da weißt du beim nächsten mal bescheid wenn du mich hier wieder einfach so abreißt hier ne da kriegst du echt nen Hals ja ja das ist immer so aber ich sag mal ich möchte den gerne mal persönlich kennenlernen den entwickler der den baumodus gebaut hat nur mal so ein freundschaftliches gespräch weißt du und der kumpel weißt du hey und wie geht's dir so und alles klar oh bist du jetzt hingefallen das tut mir aber leid aber du würdest dann irgendwelche dinge polieren aha mando hast du irgendwelche fressen fragen würde ich ihn aber fragen ja du sag mal und schon mal selber den baumodus getestet hier ich meine ich frag für nen Kumpel ja genau ja den baumodus der ist richtig übel hast du schon jemals was gebaut digger nein ich wollte diese komische Flacke nicht schwenken warum machst du schon weil ich jetzt auch noch die Waffe gezogen habe ich finde es toll die Beklage die schwenkst du allein junge 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 jetzt müsste es aber hin hau hat und das ja da hinten das mache ich tatsächlich ja mit diesen alten das gefällt mir auch nicht hier mit den alten krimskrams hallo wenn sie netflix das ist ein netflix grüß dich vor der tür ja ich sehe das ist also das leckte ausschuldigung nein danke jeder ich sehe es gerade das netflix das ist auch gerade im chat ist es genau ich habe gerade das lexis sohn übrigens kirche ja komm rein und so rausschauen das niedliche fragt der kleine das ist der lexi das ist lexi junior die kirche danke alles gut so ich habe das kirche das war eben so gerade so durch die tür gesehen und eine antwort betreten hallo das ist lexi junior ja genau von der stimme er ja na wie geht es dir alles gut dann sind wir zufrieden dann sind wir glücklich ich habe mein papa ja mal angerufen aber sonst geht irgendwie nicht ran weiß auch nicht schon wieder oder auf arbeit weiß ich gar nicht also doch auf arbeit ist ja bestimmt was eigentlich wird der bumm wenn ich da draufklicke was passiert denn dann explodiert die dann alles oder war nur kleine strahlung ja der kleine hat mir gefallen du verlierst alles was du bei hast alles alles deine wache und deine wache und deine wache und deine wache und alles meine freunde meine zahnspangen ok alles gut ja hast du hier eigentlich auch eine normale kiste oder so ja ja hab ich aber ich bin noch nicht fertig mit bauern übrigens ist das mottenmann event falls noch immer die baupläne braucht ja ich komme gerne kein thema ich komme baume eine hin hab mal geduld anzeige lagerkiste hier ich habe eine kiste kosten hast du eigentlich auch so eine lagerkiste ich hab dir gerade hier kenne gesehen so bitte ich bin ja noch nicht fertig hier deswegen ist es hier noch mal so gebaut ja koni passt da ganz gut hinter ich überlege gerade ob ich den den hierhin baue ja der passt wenn wir in holz wunderbar so was und das habe ich so gedacht den händler eigentlich war die bürste kasse hinsetzen eine puppe weißt du ja das hätte man auch machen dann aber ich glaube so fällt er auf ne die muss man auch noch der strom setzen tipps die tor muss man unter strom setzen erik ja eigentlich nicht aber hier kann ja die leuchtet dann irgendwie der macht ja keine faxen hier weiß ja kann ich denn hier kann ich denn ja eigentlich bräuchte ich ja wusste ja an der wand so ein ding dranhängen guck mal hier unter dem tresen hängt mal hängen wir hier sondern so ein strom teil und dann verbindet man mit den kollektronen weil du hast da draußen strom angeschlossen aber irgendwie ist der bräuchte drin eine strom verbindung da oben ist strom das wollte ich wissen pass auf mal sehen ob es geht das wird natürlich nicht gehen aber egal wenn wir jetzt probieren können wir auch nicht stromanschlüsse die kecks nur um eine decke hat hat er den kürzesten weg genau jetzt bekomme ich schon hier die leuchtet noch hoch ist die kleine ja aber sie ist ja wo der hingeht der drei gebackte ist sogar nicht christ kein strom über über die strom vorteile die da im haus und klein kannst du kannst hier rein wirklich nur lampen hängen und die kriegen den licht und halt mit dem kabel verbinden muss muss da hat sich jetzt oben angeschlossen erik am allerdings hier an der leitung oben durch die decke durch das auch gut ja egal geht geht hat fingerhorn alles gut der ist oben durch die decke durch geflitscht guck hier hin guck da raus aus der decke ja gut wenn er das macht ist okay das war wie mein elektrik elektrik und schrott also schrott ja okay danke gerne dafür nicht so langsam kriegt sie telefonen kochplatten roboter aber wenn du schrottfarmst dann halt kochplatten telefonen so ist es ganz gut finde ich mit dem händler hier dann kommt hier noch was drauf so hier weiß ich noch nicht ob ich was hier ja hier würde ich vielleicht so eine aussteller puppe hinstellen ja mal gucken ist ja ja und mit rüstung oder irgendwas oder aber aus jeder ecke kommt hier eine andere mucke auf ja berlin koch wird dies ja richtig schön werden mit den partys aber die jetzt ja okay hat jemand von euch zufällig einen schaltkreis oder so halte weiß ja auch geduld und exos kriegst du quatsch netflix sind ja das kann ich den anzug kann ich direkt alles klar schön dass du mal wieder reinschaust ja zehn minuten machen wir noch netflix ich höre immer zehn minuten aber das machen wir ja nur zu lieber der freundlichen der freundlichen zuschauer ja also das mit den waffen mit der waffen werkstatt eric guide idee so das andere ist bodendekor diese kleinen mickey maus panzer das habe ich gesagt ich glaube gerne ja ja bodendekor wenn das eine freund ist das spinnt schwer um ihr seid alle bei mir im hauptmenü ja bei mir auch alle anderen sind im hauptmenü ja er kann ja nicht so viel wegtragen dass es ist ja jetzt alle alle Du hast keinen First, ne? Nee, hab ich nicht. Ich bin mal trotzdem 10 Stück, falls er... Ja, der hat er eh gekriegt. Genau, Erik. Er fällt wieder ins und dann... Jawohl, jetzt kommen die Hubschrauber, jawohl. War's bei dir oder was? Ja, dann wisst ihr was los ist. Ja, bei uns war heute... Gerne, gerne Netflix. Bei uns war heute auch Action-Pour. Da standen sie auch mit... ...diversen Autos. Das kriegt man nicht hin. Hier vorne kriegt man's auch nicht hin. Das versinkt nachher auch wieder. Du musst immer aufpassen, dass ich dir nicht im Weg stehe, wenn ich so neugierig gucke. Nein, 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 nein. Alles gut, du stehst mir nicht im Weg. Sonst atme ich genervt, Conny so. Nein, ich will nicht, dass du genervt atmest. Ich geh' raus, ich geh' raus, ich geh' raus. Ich geh' amst. Nein, oh Quatsch. Jetzt weiß ich, warum Kirschi hier draußen steht mit Stick. Seid ihr auch abgehauen? Seid ihr auch abgehauen? Hat er geatmet? Ja, ja. Hat er geatmet. Hat er geatmet. Hat er schwer geatmet hat. Kann man eigentlich seine Rüstung wie unsichtbar machen, dass man die sieht, sondern halt nur, sag' jetzt mal, was man anhat und nicht an die Rüstung, wenn man kein Outfit drüber hat? Nein. Also man kann das nicht verhindern, dass man dann halt die Rüstung zieht. Ja, ich weiß, was du machen. Ich weiß, was du meinst. Nein, nein. Gewisse Sachen kannst du verbergen. Rucksack kannst du in den Einstellungen zum Beispiel verbergen. Aber die Rüstung, ich weiß, dass sie da nicht durchscheint oder sowas, ne, bei dir, ne? Ja, also ich hab' mir ja gerade den Volt 33 Anzug angezogen. Ah, jetzt weiß ich. Ich hatte davor halt was anderes. Ja, nee, weil der Volt 33 eine Unterrüstung ist. Ja, ja. Das ist eine Rüstung. Jetzt ist mir klar, du hast das gleiche Problem, was ich hatte. Ich wollte den Volt 33 Anzug anziehen aufgrund der Serie Netflix. Ja. Du bestimmt auch. Ja, guckst du dich auch. Genau, und dann hab' ich festgestellt, ja, toll. Wenn du die Rüstung an hast, dann siehst du den nicht. Es ist eine Unterrüstung Netflix, es geht nicht. Okay. Leider. Naja. Aber das am Anfang finde ich, warte mal was ist, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das mit der Serie sage, ist das in Werbung oder so? Neos bei mir. Ich hab' hier aber noch nichts zum Einkaufen. Neos wollte gerade bei mir einkaufen hier. Was? Was? Was sagt? Überfall! Holt den Sheriff! Nimmt ihn fest! Holt den Sheriff! Nimmt ihn fest! Holt den Sheriff! Nimmt ihn fest! Kommt jetzt her hier! Das kann auch nicht wahr sein! Wir trauen uns nicht! Watsch! Kommt jetzt her hier! Blödsinn! Du atmest so schwer! Mein Quatsch! Ja, ich hab' schon gesehen, wie die Ohren sich herangezogen haben. Naja, du siehst das ja zum Glück. Die Kamera bei uns ist ja aus. Also, wir können es nicht so ganz nachvollziehen. Aber das Atmen, das war schon... Wenn er jetzt noch ein einziges Mal die Flagge zieht hier, ne, dann atme ich hier schwer. Wir waren brav. Ne ganz bescheidene Frage. Ich wundere mich, warum ich hier nichts mehr anhabe. Wie hat denn das jetzt ausgezogen, ey? Naja, ist ganz gefährlich. Oh Gott, ne. Wie hat denn das... Ich wundere mich, Erik, warum ein Jetpack hier nicht mehr funktioniert, ne? Also, manchmal reicht es hier wirklich. Ich habe meine Nougat-Granate geworfen, das ist zum Anlass ganz passend. Ja. Warte mal. Ich will mal gucken hier. Was waren das? Geräte. Der Gerät. War das ne Erik? Der Gerät. Generatoren. Gerät. Der Gerät. Da. Ja. Gleich viel besser. Ja, gewusst, was ich vorhat, ne? Genau. Ja, ja, ließ sich gleich ganz anders. Ja. 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 Das fiel mir nämlich ein. Ja. Das ist gut. Das fand ich nämlich besser jetzt hier. Erik, hatte mir das schon mal den Rat gegeben? Thorsten lernt mit. Ist das ein Sack, ey? Logisch. Ja, sicherlich. Klar war das ne gute Idee. Ich sehe den Verkäufer nicht, der ist so dunkel. Ja, ist der Nächste. Guck dir, meckert der auch. Ich sehe den Verkäufer nicht. Ich habe das schon gesagt. Deswegen, ich finde die Ideen ja gut. So, so gefällt mir das. Ah, Anführerwache, Puppe, zack, weg. Nein, mein Scherz. So, ja, wie gesagt, Teppich hätte ich mich natürlich gefreut, aber hier nicht so ein Stückwerk-Bastelwerk, ne? Aber ich glaube, das ist auch alles okay, weil es ist ja halt... Und, und, äh, 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 Gultan, achte mal das nächste Mal drauf, wenn du da so komische Leute bei dir hast, die dich da ärgern. Wer bei dir aktuell auf deiner Freundesliste, auf deinem Server ist? Also, Freundesliste nicht, nur auf dem Server habe ich gesehen. Ich habe die dann geblockt. Ich will jetzt keine Namen sehen. Kann ja sein, dass du da einen Speer unter hast, der dann immer den, wenn du den bestätigt sagst, wo du die Punkt greifst. Dann kann man nämlich mit Marvin durch und mit anderen. Ach so, okay. Das kann natürlich sein, ja. Ja, wir haben das schon mal durch. Okay, Quatsch, das ist bei Torsten nicht anders. Genau. Wie rausgefunden haben, wer da der Vogel ist. Ich will schauen. Okay, gut zu wissen. Danke dir. Deswegen habe ich dir gesagt, so Lutan, mach dir keinen Kopf. Es ist wirklich so. Ey, das ist aber dunkel hier bei dir drin. So, noch einmal. Schau mal den Licht an hier. Mensch, schnell wieder raus. Ich bin hier an der Treppe hier. Draußen fängt an zu atmen, schnell wieder raus. Boah, Schrampenlicht. Ne, das muss genau andersrum. Ja, ich weiß. Ich wollte mir das bloß mal angucken, was das überhaupt macht. Wieso ist denn das so hell hier drin? Das ist nämlich rotes Licht. Ich wollte wissen, was es ist. Das ist rotes Licht und ich wollte wissen, was es macht. Wir sind im Rotlicht. Erik, ich wollte wissen, was es macht. Und? Was macht es? Es macht rotes Licht, Conny. Okay, danke. Es macht blaues Licht, oder? Das rote Licht macht rotes Licht? Hm. Donnerwetter. Das nennt man Rotlicht. Oh, Mann. Aber trotzdem, du kannst, guck mal. Nein. Komm mal bitte hier oben aufs Dach mit der Lampe. Ich kann nicht aufs Dach kommen, Erik, weil mir wird immer schlecht. Ja, das ist real, dann pack die Lampe ein. Komm mal hier oben ruf. Erik. Ja. Kommst du jetzt hier oben ruf? Scheiße, ich kann nicht hoch. Dann geh aus dem Baumenü raus. Dann häng die Lampe da wieder hin und das ist real. Komm mal hier hoch. Komm. Ich stell mal ungefähr hier ne Kiste hin oder irgendwas, ne kleine, und da klemm die rote Lampe Richtung diese Chilt. Dann leuchtet die Chilt nämlich auch gleich noch mit roten Buchstaben. Ja, Erik. Ja. Das ist aber white. White und nicht red. Ist das? Ein Scheinwerfer sind schon übel, ne? Ja, ich wollte das jetzt mal sehen mit den Scheinwerfern, was das überhaupt macht. Ja, Licht. Das ist weißes Licht und ich wollte wissen, was das macht, weißt du? Ja, selbst meine Sonnenbrille ist kaputt, deine Ohr, guck mal. Das macht aber weißes Licht, Conny. Weißes Licht. Das ist aber ganz was Neues. Kein blaues Licht, das leuchtet blau. Na gut. Also ich habe nur weiß und rot, Erik. Jahrzehntelang war das mein Spruch. Blaues Licht, was macht das leuchtend blau? Ganz klar. Von den Flutern gibt es ja nur weiß und rot. Was ist das? Das ist blaues Licht und was macht das leuchtend blau? Oh, super. Gleich gefolgt von Kommen Sie nach Kalifornien, das Land in dem immer die Sonne scheint. Ja, wie gesagt, du musstest ein Stück weiter nach vorne ziehen, die Lampe. Ja, deswegen meinte ich hier eine kleine Kiste um und dann nahe die Lampe rein geklackert. Ich will das ja erstmal rein technisch ausprobieren. Das ist mir zu hell. Das ist mir zu hell. Das braucht nicht zu funktionieren, wie ich mir gedacht habe. Ne, das ist mir zu hell. Ich habe ja auch meinen Style. Ich hätte jetzt gesagt, er hat es steil. So, jetzt mal schauen hier. Er geht gleich steil, hat er gesagt. Achso, okay. Ich dachte, ich hätte mich verhört. Ist ja egal. Hast du diese Leuchtstoffröhren, Thorsten? Na klar. Die man hinhängen kann, kannst du ja hier an der Seite an den Säuren ran machen. Das sah gut aus, wie er da eben alle fein pfefferlich gestanden hat. Ja. Ach, jetzt sehe ich es erst. Eine ganz andere Frage, ist jemand bei euch im Team, der 00 Schweini heißt? Ist da jemand? Ne. Okay, dann schmeiße ich ihn raus, weil wie gesagt, ich habe hier Leute angenommen, wo ich die Frage... Ja, genau. Das ist das Problem nämlich. Das weiß man aber manchmal nicht, ne? Ja. Dann schmeiße ich mich die raus, die ich nicht kenne, weil das ist ein bisschen eigenartig hier, was wir abläufen unter mit mir. Ich glaube, das ist nicht so gut mit dem Blinklicht, ne? Das ist ein bisschen doof. Wieso ist das so hell? Ich will nicht so ein helles Licht. Was macht grünes Licht? Ach Gott, Erik, was ist denn mit dir passiert? Ach du liebe Güte. Ups. Erik, was macht grünes Licht? Das lässt die Klamotten verschwinden, siehst du doch bei Erik. Wieso ist Erik schon wieder Splitterfaser oder wie? Erik, ich will ja nichts sagen, aber nicht, dass du unsere Kunden verschreckst hier. Es gab noch zum letzten Shelter so verschiedenfarbige Lampen. In Pink, Gelb, Rot und Blau. Der hat die Scheibe rausgebaut. Der hat die Scheibe rausgebaut. Cadera hätte gerne Pink. Ja, ich hätte gerne Pink, aber wenn Quincy doch grün sucht, bin ich auch mit grün einverstanden. Siehst du? Ein freundliches Schwarz ist aber auch angenehm. Das nehme ich immer, natürlich freundliches Schwarz. Was ist das denn? Habe ich die schon neu hier? Ja, sind das beides, sollen das unterschiedliche Sachen sein? Da sind die Motten. Okay. Was habe ich hier noch? Aber so einen Laden zu dekorieren, kann schon abendfüllend sein, ne? Gar nicht, das ist total Pille-Palle. Ich krieg hier gleich einen Anfall, wenn das so weitergeht. Ich kann das so gut nachvollziehen. Was jetzt hier noch fehlt, ist die Stimme von der geleiteten Meditation. Dann bin ich fertig, das reicht. Dann habt ihr es geschafft. Du kannst ja extra mal für uns hier die Spieluhr hinhängen und gucken. Ja, das stimmt, das kann ich für euch mal machen. Seht so ruhig auf der Straße. Wir wollten aber verarschen mal was, wa? Niemals nicht. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Aber komm, er hat vernünftig guten Abend gesagt. Ja. Das hat er gemacht, deswegen sag ich ja. Hat er gemacht, der Jote, die Jote-Säle. Hallo, Conny. Mit Conny habe ich eben schon geschrieben. Echt jetzt? Conny, du schreibst? Guten Morgen. Das ist nur so 24. Guten Morgen, Lexus. Einen guten Arschtritt. Wunderschön. Jetzt hast du alles wieder verhauen. Du warst so gut auf Kurs, ne? Aber damit hast du alles wieder eingerissen. Tada. Zurückgase raus. Ich gehe jetzt mal wieder, ne? Alles klar, Nexus. Alles klar. Hey, Nexus, hä? Nein, nein. Netflix, alles gut. Dann tschüss. Tschüss, Netflix. Schön, dass du mal reingeschaut hast, ne? Tschüss. 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 Ich habe gerade vor zwei Stunden ca. Netflix mit den Gefühlen. Na was? Na, erst. Du weißt doch. Denken, drücken, sprechen. Und nervst du. Hab nichts gesagt. Ein bisschen eins von beiden. Nimm alles jetzt zurück. Das hier. Was, Harry? Was ist denn da los? 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 Derek, was hast du denn für einen Anfall hier? Das bringt dir jetzt sowas. Hab bewegt er seine Maus wieder ganz schnell. Oh, ich kann eben ja. Oh, ich kann eben ja. DJ Bobo. Agi, du bist doch auf einem anderen Server. schieß doch schieß doch oh guck mal es ist ja im kleinen achterhauser und jetzt im endeffekt hast du doch diese neonröhren genommen oder was ja im endzeit film ja diese neonröhren meint ich auch nicht aber ich meine die erik aber ich nicht die kann den sprachkult hin gebaut habe zum beispiel die manik und die keiner bahnboden angebaut haben jetzt bist ein nächstes stammte ob du bist ein lustrohr und genau bei er nicht schießt ja das sieht gut aus naja genau jetzt sieht man auch den verkäufer achi fängt schon bei mir wieder an zu lachen ein bisschen zu hell aber es geht sie wollen bloß die zehn kronen gucken haben das waffengeschäft das muss ach so da steht schon der verkäufer ich hätte gerne eine schrottgörn und der bodenluftrakete im moment aus ja auf jeden fall das reicht für mich noch dann war ich feierabend hier verrückt da steht einer auf der theke macht rambazamba ok da liegt doch von ihr sagt war kürcher da guckt nur der kopf so obendrüber über dem schild verärgert dich hario maionic dann hast du es verdient nicht genau so so jetzt spreche ich nicht mehr mit dir du bist böse sei froh Conny hast du eigentlich oh Conny kann wir tauschen weiter im lotto das hält sowieso nur zehn minuten bin ich wieder lieb oh ok ey jetzt steht der auch der verkäufer oh jetzt es kommt jetzt jetzt kommt ein karton hehehe 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 kann ich mir auch präfer hehehe gönst hier hat auch was gemacht der verkäufer hat sich gereckt oah je jetzt geht noch eine klappe auf aha oh oh ganz gefährlich ich geh mal raus hier der hat einen mittelfinger gezeigt ich war das hehehe ok Du bist ja da. Ja, also. ich werde dir ärgert versteckt er sich wieder da drin ich werde dir ärgert, ich muss dir weg du kriegst mir dann so ein sexy lederanzug her sexy lederanzug? ja, genau den Voidanzug? ja das ist der Void 33, ne? ja, ja aber wo gab's den? jetzt, gab's den jetzt, oder? ach stimmt, den gibt's im shop, genau ich muss genau grad gucken, ob der wieder für first ist oder für alle ich glaub für alle, ne? für alle, oder? und ich guck mal eben wir wollen ja einen nice anzug, fahre ach, den kriegt doch alle, ja genau ich kann den nicht mehr sehen, weil ich den bestimmt schon gekauft habe da ist er, ich hab ihn und den musst du ihn bauen ah, ich hab ihn, ja genau sexy lederanzug ähh äh, ich hab ne paar Freunde mit deinem Channel betreten aber da muss man alles andere ausziehen, dann kann man nur den anziehen mhm, 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 mhm Deswegen passt das jetzt gerade hier ach so, okay, ne das geht ja nicht mhm wenn man nichts großartig macht, sondern nur rumsch... Hallo, Piet. Er wenzelt. Hallo, Rutt. Hallo, Piet. Hi, hi. Hallo. Was ist denn das? Bekannt schon wieder bei euch nicht auf dem Server. Ja, das ist auch sehr schwierig. Weil wir ihn jetzt für euch privat versteckt haben. Das ist ein spezieller Körper für spezielle Spezialeinheiten. Ganz speziell, richtig. Ey. Kriege ich jetzt einen Anfall oder was? Sag mal, sind die Barretts, die jetzt im Shop sind, sind die neu oder alt oder überhaupt? Oder... Oder, oder? Da ist eine Wand kaputt. Ey. Ich habe hier zwei Barretts drin. Militärbarrett Volt 76 und Militärbarrett Hellbraun. Ne, das hieß nur du mit der kaputten Wand. Ich hatte das vorhin Anfang des Streams auch. Da waren drei so eine Sachen kaputt. Kannst du das jetzt nicht bauen oder wie? Wieso habe ich denn immer so ein bescheuertes auf? Wenn ich so eine guten habe. Alter. Kannst du da wirklich drauf antworten oder ist das okay? Ja, kannst du. Ich weiß, dass ich bescheuert bin. Das hätte ich jetzt nie so gesagt. Ganz jetzt nicht. Nur gesagt. Nein, manchmal weiß man das einfach nicht. Da muss man halt mal ein bisschen schnusseln. Ja, genau. Dann muss ich wahrscheinlich erst mal bauen. Die habe ich noch nicht mal... Noch nicht mal... Wir haben hier alle unsere Spezialanzüge an. Oh Mann. Aua. Ich bin nur auf der Treppe. Was denn? Was für eine Spezialanzüge? Ach so. Ja, okay. Ich bin ja schon am Umziehen. Ich habe so eine schöne Barrette und habe so eine alte, blöde Postmütze auf. Ihre Augenklappe ist so. Conny, willst du eine Dose aufmachen oder wie hast du das Ding in der Hand? Ja, immer wenn ich scharf gucke, dann kommt die Waffe. Ach so. Ich dachte, du wolltest eine Gurkendose aufmachen. Und ich habe immer diese Waffe in der Hand. Was haben wir denn da? Aber der Anzug steht ja auch ganz toll. Wenn sie... Klingel West ist da. Ist Kleidung eigentlich eine extra Geschichte? Unterrüstung ist das. Ja, das ist leider... Wenn der Roll33 ist, dieser Anzug ist eine Unterrüstung. Danke. Für diesen guten Morgen. Danke für jeden Schied. Äh, Kiesel. Mossenberg. Ich habe von hier schon gesehen, der kleine Mikro hier. Hast du ja auch eine Rost... Ach hier. Ja. Hier, hier, hier. So, mein Mädels. Und der muss fast ganz unten. Okay. Gibt es jetzt World 33 oder was? Oh, Bautechniker Rostung kann ich ja auch schon bauen. World 33 ist aber schon ein bisschen älter. Ja, ich wette deinen Stinkefinger ja gleich abbeißen, wenn du so weitermachst, mein Freund. World 33 gibt es schon älter. Ja, hier gibt es schon lecker. Ein Widerschaftsaufklärungslustrum. Ja, die kann ich auch bauen. Was will ich denn hier für einen geistigen Blütenfluss gerade hier? Wo ist World 33 gesessen? 36, 90. Tatsächlich. Wo ist denn World 33? Ich sehe World 33 nicht. Hier muss das doch bei sein. Hopps da. Wo? Oben. Alles? Das schwimmt's gleich. Hier muss das doch... Milchmannmütze? Nee, das ist das nicht. Das ist aber schön gestiftet. Hier. Nein, gerne ein. Nee, ich bin so bescheuert, ey. Hast du davon? Ja. Ich habe so eine geilen Barrette hier und ich sage, er trage so eine... Kann passieren. Nee, ist gerade geschlüpft. Okay. Wenn außerhalb der Mitte von dem Revoltehörer ist, dann ist er geschlüpft. Jetzt gerade ist er geschlüpft. Komm. Das ist er nämlich in der Mitte. Hier oder ist er? Na, guck mal. Volt 94 Rüstung. Ach nee, 33 muss da stehen. Ja, ja. Unterrüstung und jetzt mal gucken. Volt 33. Ja, ja, genau. Volt 33. Volt 51. Nein, nicht 33. Nicht 51. Ja, nee. Guck bloß mal, welche ich überhaupt habe. Ich habe noch nie so genau diesen ganzen Kram hier so durchgeguckt eigentlich. Ich auch noch nicht. Also ich habe 33, 51, 76 und 94. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ui, ui, ui. Ja, das wundert mich jetzt tatsächlich, ehrlich selber. Muss ich tatsächlich immer zu meiner Schande gestehen. Mit den Anzügen, ich sage, leider haben die keinen Rüstwert. Schade, sonst könntest du damit mal eine Zeit lang runter rumlaufen. Da würden einige auch denken, oh, was ist das neu? Na klar. Na klar, du kannst ein bisschen was, ne? Ja, aber das ist schon gefährlich, ne? Sehr, sehr gefährlich, ja. Ja, weil sie keinen, keinen Schutzdings haben, ne? Nee. Sieht schlecht aus. So, achso, da muss ich, ja, dem muss ich aussehen. Kannst alles aussehen. Ja, sehe ich gerade, ne? Gesundheit. 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 Oh Mann. Gesundheit. Aber richtig Gesundheit. Oh je. Oh, das habe ich auch schon mal gehabt. oh, gut sein. Ich hasse das morgens immer. Oh, 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 oh. Wenn du dann erstmal, wenn ich meine Nies anfälle, erstmal alle durch hab hier dann. Oh, das nervt so. Das ist echt. Oh, oh, oh. Das ist echt nervig. Ich weiß es nicht, Conny, ich habe ja schon mal diesen Prick-Test machen lassen, ne, aber... Prick-Test? So, wo sind diese Puppen hier, die da... Ach, die Hilfsmittel. Hilfsmittel, da, da hat die... Guck, Conny gehört auch zu uns. Ja, schade, ne? Kannst du den Rucksack auflassen? Achso, ich habe ja den Rucksack an sich ja ausgemacht. Kirchel, Kirchel kann ich dir die Wackelpuppen wiedergeben, ich krieg die nicht weggelegt. Du würdest die auch loswerden, ne? Schade, dass... Ne, nicht loswerden, ich hab die ja mal dabei. Ich würd sie dir gerne... Ja, das ist mir zu viel Gewicht, weil ich ja anders geskillt bin, ne? Ich würd sie dir lieber wiedergeben. Packt er sie dir nicht in den... Nö, weil die... In die Kiste rein? Weil die zu voll ist, die Kiste. Sie ist vollgemüll, Kirchel. Ich muss da erstmal ausmisten. Das hängt mir diesen Waffen zusammen, die da auf den Waffenständer in den Habern. Muss mal gucken, vielleicht hab ich ja einen passenden Rucksack dazu. Wo bist du denn? Na, jetzt bin ich wieder zurück. Ich war gerade beim... Achso. In White Springs. Hi, Kirchel. Ho, ho. Ne, das wär schade, Kirchel, weil ich die nicht verschrotten will. Deswegen bin du die lieber. Das wär doof. Und wenn ich mal wieder was brauche... Gerne. Freundschaft. Weil ich hab einfach zu viel Kram. Ich muss hier meinen... ...meinen anderen Charakter mal mit reinbringen. Achtung. Ich danke dir aber, ne? Mhm. Aber das kann ich mich schon unterbringen. Das ist auch gut so. Ja, und ich sehe gerade auch, wenn wir nachher wirklich Modenschau-Kram machen und so. Ähm. Ey, ich hab noch so viel Klamotten, die ich gar nicht, gar nicht, äh, gebaut hab oder so. Ihr weißt? Wenigstens einmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht irgendwie einen großen Bauplatz holen. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Und dabei alles bauen, was du hast. Einen großen Bauplatz? Wie... Also ein großes Camp. Also hier, ähm... Großes, ähm... Gibt's ja so Volts. Einen großen Volt. Jetzt komm ich klar auf den Namen nicht. Ach so, ja. Diese feinen Welt-Geschichten und so. Ja, genau, ja. Ey, man hat aber auch einen Haufen Zeug, ne? Ja, das stimmt, ja. Das ist richtig krass. Cyborg! Oh, hab ich mich geschrocken. Danke, Cyborg. Cyborg hat... ...mitgliedschaft. Danke dir. Aber wo sind denn zum Beispiel die Rucksack-Skins drauf? Gute Nacht, Cyborg. Äh, da hieß doch auf, modifizieren. Gute Nacht, Cyborg, mein Frank. Schön, dass du dabei warst. Komm mal wieder rein und zack mal wieder mit mit uns, Magister. Ah, danke. Und dann Skins. So, äh... Rucksack, Rucksack, Rucksack. Ach, hier, ja, hier. Wir haben auch nicht schön gebastelt heute, wa? Ja, das stimmt. Bohrkapazität. Ne, wie gesagt, mit dem, mit dem Laden da, das finde ich schon ganz gut. Ach, du liebe Güter. Und jetzt läuft da hier alle mit die Anziehung durchgehend, ja, oder wat? Ja, aber so hast du ja kaum Rüstung, Erik, ne? Das kann man nur so, jetzt mach, Gott. Die kannst du echt, wirklich, du... Guck mal, Rüstung ist, äh... 100. Hahaha. Da gibt's gleich Fubak. Ja, die Kübel nach unten haben wir dann erreicht. Boah, Conny, es gibt ja sogar so einen pinken Rucksack, ne? Mhm. Ach, du Heimatland. Den würde ich aber schon tragen, bitte, ja? Das hab ich mir schon... Und jetzt noch einen mit dem Eis wären da raus. Guck, bitte. Ja... Sieh das gerade hier mit... Als... Bra... Bra... Ja, genau. Ey, ich sollte... Ich sollte mir den Kram vielleicht doch mal angucken, den ich hier hab. Aha, jetzt fängt's an. Ne, aber mach das mal. Hol dir mal irgendwie ein Camp. Ja, ja, das wäre vielleicht... Ja, ich seh das gerade hier. Aber so ein richtig großes, da gab's doch mal irgendwie äh... giftiges Ödland und äh... Ja, das hab ich ja. Ja, siehste, und da kannst du dann alles aufbauen, was du hast. Da ist mein Budget schon am Ende. Hahaha. Okay, gut. Na, war ne Idee. Hahaha. Hahaha. Aber hier, Grokolus guckt hier raus, Gorilla guckt hier raus. Ach du, Junge, Junge. Junge, wa? Hahaha. Hahaha. Ah hier, Voltec überleben. Na, das... Das wäre doch genau der, den wir jetzt eigentlich brauchen. So, den nehmen wir. Ach, los, zack. Der sollte doch eigentlich passen. Der sieht zwar doof aus, aber... Das ist der Voltec Überlebensrucksack. So. Naja. Bisschen unspektakulär, aber... Wenn wir den Anzug anhaben, dann... Passt das, na? Ist das da hin noch da? Ja, ist so gut. Dann muss es der Rucksack auch sein. Ja, muss der Rucksack auch sein, okay. Oh. Hilfter... Oh. Nein. Ohioi, oioi, oioi. Küche wird gefährlich. Ohioioi. Oh, der sieht gut aus, der Rucksack. Aber meiner ist auch ausgeblendet. Ach so. Ich hab mein ja ausgeblendet im Menü komplett. Hier würde es aber wieder passen, ne? Ja, weil das ist tatsächlich der Voltec Überlebensrucksack. Wo hätte ich überlebensrucksack gesagt, okay? Der hat... Der hat ja diese kleinen Vault-Abzeichen da an der Seite sogar dran hier. An der... Aber nur an der einen. Nur an der hier da, ja. Mhm. Gibt's die auch in Gelb? Die könnten wir den Minions nachmachen. Ja, Banana. Aber... Was hast... Was hast du denn für ein Barrett auf? Du hast ein anderes Zeichen dran, ne? Ja, das ist, äh... Ach, das ist Schäfe-Zeichen. Genau. Okay. Verstehe, verstehe. Aha. Aber ich hab jetzt... Ey, ich hab jetzt wenigstens mal auch ein vernünftiges Opfer. Nicht immer so... Aber auch einen Atom-Shop, ne? Komisches. Da gibt's mehrere. Ich kann mehrere Barretts machen. Also mit verschiedenen Zeichen vorne dran. Ja, ich... Ich ja auch, ich Idiot. Deswegen hab... Ich hab nur diese komische Postmütze... Nur diese komische Postmütze gesehen. Vortex 76. Ich mein, die passt ja hier wenigstens. Das ist ja schon mal gut. Äh... Ja, genau. Vortex 76. Das sieht ja gut aus. Erik ist wieder klar. Was... Was willst du da auch sagen? Ist auch blau, ja? Ist auch blau. Ja, ja. Ist ja fertig. Erik sieht eher aus wie der... Jetzt hätte ich... Jetzt hätte ich bald gespoilert. Ich wollte gerade... Nee, meine ich. Nee. Du darfst ja? Nein. Ich darf nicht. Ich mach das nicht. Weißt du wie Erik aussieht? Vom Kopf? Na? Ich sag nur Wasser. Mehr sag ich nicht. Mhm. Okay. Nee. Oder Wein. Bier. Oder... Er redet mit mir. Redet mit mir. Er sag ich nicht. Oh, vor lauter... Vor lauter fang ich schon wieder an Schokolade zu essen. Oh Mann, ey. Ich freu dich doch nicht. Aber da die Dyslogat oder was? Nee, Bambina. Aha. Mhm. 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 War ja rot. Deswegen was Grotes. Ich wollte... Oh, die schmeckte aber auch gut. Das stimmt allerdings. Mhm. Mhm. Ey, aber das ist so schade, dass wir die mit den Anzügen jetzt nicht spielen können, ne? Ich find das auch cool. Können wir doch. Ja, dann musst du genug Stimpeck in der Tasche haben, glaube ich, ne? Haha. Haha. Ich wollte... Ey, das ist... Sag mal, was ist denn das für ne Gesichtsbemalung, Erik? Kennst du Harley Quinn? Ja, von dem, von, äh... Ja, 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 genau, genau. Ach ja. Stimmt. 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 Die Baseballklamotten halt dazu auch noch, also ich kann auch... Ach so, ja. Stimmt. Ach so? Mhm. Ach, das war auch mal... Ich kann ja mal die Kopfbedeckung noch dazu abnehmen, dann siehst du müssen, ne? Ja, die Zöpfe. Genau. Ja, 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 das ist es jetzt, genau. Ach, war das auch mal ne, ne, äh... Äh... Ja. Suicide Squad, Erik? Ja, ja, genau. 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 War das auch mal ne, 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 ne Verkleidung oder, oder, oder... Ne, Tätowierung, ne? Ja. Ach, ne. Ach, ne. Ach, ne. Ach so. Du kannst ja alles in Atomen... Ach ja, stimmt. Wenn man, wenn man seinen Avatar, glaube ich, erstellt, irgendwie, ne? Ne, du kannst jetzt, wenn der jetzt im Atom-Shop ist, gehst du auf... Style. Äh... Style. Stile. Atom-Shop auf... Stile. Aha. Ja, wie siehst du, kommt ja... Harle... Harleken. Ach, geh doch mal zum Menschen. Geh doch mal aufs Diele, du Penner. Äh... Zündbar, zum Hut... Los. Wollen wir mal zu Geschichten am Lagerfeuer gehen mit unseren Volt 33 Anzügen? Ach so. Ne. Ja, können wir machen. Also, ich hab da nur dezente Rauten, Zündkerzen und Lockreddut. Ich mein, Zündkerzen sieht ja auch, naja, verschärft aus. Der hat lauter Zündkerzen in der Birne. Ja. Mhm, okay, okay. Ach, und da hast du denn... Ne, kann ich nicht, ich bin überladen, weil ich das Ding anhab, sowas drauf. Mhm. Na gut, mal kurz umziehen. Äh, Conny, wieso hast du denn eigentlich zwei verschiedene Schuhe an? Muss ich erst reparieren. Ach so. Hahaha. Ach so. Äh... Ja, äh... Die Kirsche hat jetzt eine Rüstung übergezogen. Ganz schnell, gleich kann ich da wieder ausziehen. So, wo wollten wir hin? Die Schicht am Lagerfeuer. Ja. Wollt ihr mich verarschen? Ey, ich bin um 100 überladen. Äh, die Jungs über... Deswegen hab ich ja die andere schon da auch nicht so. Ist abgeschlossen. Ah, toll. Oh, ist abgeschlossen. Okay. Aber die haben alle gewonnen, die hier waren. Ja, genau. Ich hab auch gewonnen. Oh, ich hab... Krieg's noch was ab. Glaub ich. Krieg's auch noch was ab. Warte mal, ich muss erst mal gucken, wie kann ich mich denn jetzt... Wie könnte ich denn so vielleicht? Mal gucken. Ey, das krieg ich im Leben nicht hingebastelt, dass ich hier jemals nur 1 cm abheben kann. Du siehst wie ein echter Kofi aus, was bestimmt schon in ganz Appalachia. Alter Verwalter... Oh, hier brauch ich einen Fusi-Kern. Hast du zufällig noch einen Fusi-Kern? Du hast eine Rüstung drüber, das zählt nicht. Keine? Dann kann ich nicht reißen. 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 Nee, das sind doch... Warte mal... Thorsten, hast du hier auch so einen Fusions-Kern Ömmel? Oder nur Fusions-Zellen? Ich hab auch einen Fusions-Kern, wenn wir sowas brauchen. Ja. Trauerrüstung meinst du, ne? Ja. Ach nee, warte mal, ich kann doch aussichert... Du hast auch Kisten, ich kann doch selber rausnehmen. Ich hab ja welche. Warte mal, nee, nee, alles gut. Danke, 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 danke. Du hast sie jetzt noch? Warte doch, ja, ja. Ich hab mit Sicherheit welche. Ich hab übrigens Kisten, ne? Du kannst das selber rausnehmen, ne? Oh, ja. Oh, Alter, was ist denn jetzt los? Volli-Heider sind doch Kisten, ne? Lager-Kisten und Munitions-Kisten. Aua, wer piekt mich denn jetzt hier durch die Striefe? Also ich bin das nicht. Nein, 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 nein. Thorsten, kannst du mir bitte mal sagen, wo du eine normale Lagerkiste hast? Der Schrank hier oben. Wenn du in die Küche gehst, hängt ein Hängeschrank. Unten ist der Schrank an der Wand, die sind mit dem Schädel drin. Und Schreibtisch und hinten der Koffer. Alles klar, danke. Jetzt sehe ich das hin. Überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, ich bin... Mann, mir piekt einer in die Schläfe. In die Rotbox könnten sie eigentlich auch noch etwas vernünftiges machen. So, äh... Einen tollen Skin machen, finde ich. Ein Fusikern, Fusikern. Ich hab letztens noch 8 Stück weggeworfen, Fusikern. Nee, ich hab ja alles gut, danke. Okay. Ich sag das nur, das war aber auch vom Vorordnet-Server. Also das ist dieser oder der andere. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Weil ich hab ja auch diesen, der die wieder auffüllt und so. Und da lege ich auch immer wieder Wiche rein. Ja, nee, das ist gut. Das ist sehr gut. Schmeiß dich mal aus zum Reisen jetzt, oder was, ne, Rolli? Ja, ich wollte mal schauen, wie... Oh, ich kann, ich kann. Ich bin federleicht. Wahnsinn. Nicht sogar ohne Rüstung federleicht. Nee, ohne Rüstung geht bei mir hier gar nichts. Weil du... ...zu fett bist, ja. Nee, ich weiß nicht. Wie viele Waffen hast du so am Mann? Ganz wenig. Ich frag mal für einen Freund, weil ich hab zwei Waffen am Mann. Nee, ich hab anderthalb. Du Scherzbolzen, du. Ich kenn jemanden, der hat 30 Waffen mit. Ey. Waffen habe ich genau. Eins, zwei, drei, vier... Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Stati, schlaf gut. Ja. Sechs, sieben, acht. Gut, kannst aufhören. Brauchst du die alle, wenn du regelmäßig so... ...drei, zehn, vierzehn, fünfzehn. 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 Mehr nicht. Jetzt fragst du dich, warum du überladen bist. Ich hab das genau gewusst, dass du mit mir meckerst. Deswegen hab ich anderthalb gesagt. Ja. Oh Gott. Ich kenn das auch nicht, also... Ich krieg die doch in meine Scheißkirche. Ja gut, dann nimm ich alles zurück, behaupte ich. Dann behaupte ich das Gegenteil, nimm alles zurück. Meine Scheißkirche. Das kenn ich. Nein, geht mir genauso. Ich weiß nicht. Ich bin schon immer echt am Verschrotten. Ja, geht mir genauso. Was meinst du, was ich schon weggehauen hab? Ja, aber alles will sie auch. Dann mach dir einen zweiten Charakter und schieb dir drüber. Ja. 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 Das ist jetzt das nächste, was ich in Angriff nehmen will. Ich habe schon... Wie hieß er? Gülfried. Alex. Letztens. Der hat mir das auch nochmal erklärt, weil ich gesagt habe, ich trau mich gar nicht, weil ich weiß gar nicht... Also nochmal komplett, ganz alleine von Null anfangen, da hab ich keinen Bock drauf. Nein, sagt er. Nein, nein, nein. Du kannst hier so viele Charakteren erstellen, wie du willst. Ach so, das hast du nicht gewusst. Nein, ja, 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 ja. Ja, dich Charakteren so viel, wie du willst und dann fünf sind dann nicht ändern. Ach so? Ja, aber ich meine, das reicht ja. Wollte ich gerade sagen, eigentlich reicht ja einer normalerweise. Aber mit dem fängst du wieder von Null an, ne? Ja, aber dann fängst du mit... Dann kommst du aus dem World raus und dann kippst du den zu mit dem Müll. Muss nur einer dabei sein. Und dann lässt du ihn da am World stehen, auf Deutsch gesagt, Rolli. Und dann hat Alex zum Beispiel gesagt, dass man das nur... Ne, warte mal, nicht nur, aber irgendwas mit Eis, Eisbehälter oder so hat er gesagt? Pass auf, nein, pass auf. Also früher ging das so, weil man noch keinen privaten Server hatte, ist man dann am Bahnhof und hat es in den Koffer geschmissen und es hat schnell einen Server und runter und wieder neuen Charakter. Rauf am Bahnhof gleich hin und den Kram rausholen und Kumpel hat aufgepasst. Jetzt machst du das so, du gehst auf den privaten, beziehungsweise wir gehen auf den privaten, du kommst mit dem dann da rauf, beim anderen, beim Fremden praktisch. Also du würdest jetzt, wir werden jetzt auf dem privaten, dann kommst du mit deinem kleinen Muggimann, im Prinzip mit dem großen, legst du das in den Koffer ein, ne? Ja. Und dann kommst du mit dem kleinen und holst du den Kram aus dem Koffer am Bahnhof wieder raus. Okay. Ja, ja. Beziehungsweise einer übernimmt den Kram von dir. Ja, ja, okay. Dann gibt es einen kleinen Charakter. Wenn man das Spiel startet, zeigt er dann eigentlich alle Charakter an? Du gehst, hör mal, wenn das Spiel startet, fragt er dich, du hast ja oben so einen Punkt und er behält den letzten Charakter, das darfst du auch nicht vergessen, weil ich das auch drauf hatte. Also mit dem, mit dem du raus bist, kommst du auch wieder rein. Und das sollte man nicht vergessen. Ja, ja, ja. Aber du kannst das ja aussuchen, mit welchem Spiel startet. Aber er fragt dich, äh... Nö, du kannst das aussuchen. Du hast eine im Spielmenü, wenn du guckst, bin ich mit dem richtigen Charakter jetzt heute drin? Ja, alles klar. Sonst wechselst du den und dann joinst und dann gehst du mit dem auch rein. Das ist wirklich einfach. Blüft mir das. Ja, aber ich habe, wie gesagt, ich habe ja gar keine Anzeige, wo ich hier irgendwas wechseln kann, oder wie? Äh, warte mal. Weißt du, wenn ich jetzt, äh, habe ich ja fortsetzen, Atom-Shop, Season, Challenge, Soziales, Foto-Modus, Fotogalerie... Aber du hast ja da oben irgendwas von neu, ne? Nein, wenn du jetzt komplett raus... Das meine ich ja raus. Ach so, ah, okay, ja. Und dann bevor du startest, steht genau da drunter, Charakter. Und da kannst du Charakter 1, 2, 3, 4, 8, 10, 10... Ah, aber du musst halt wieder neu anfangen dann, ne? Mit einem Charakter. Ach so, aber, aber dort hast du die Möglichkeit dann zu wählen, mit welchem Charakter du... Und um dich zu beruhigen, du löscht keinen, den anderen Charakter nicht. Okay. Du darfst ihm bloß nicht denselben Namen geben, den du jetzt hast. Das heißt, du nimmst Rolli High 66 und machst da einen Unterstrich hinten am Ende, damit du die auch erkennst. Ach so. Wenn jetzt, also ich finde das immer so ein bisschen für mich gerade so suspekt, wenn einer kommt und hat hier 3, 4, 5 verschiedene Namen oder so. Also bei mir... Das ist ja Quatsch. Du siehst immer den gleichen Namen. Das ist ja... Ach Quatsch, ja, der... Richtig. Der andere, du selber hast das im Prinzip. Du siehst immer dasselbe. Das ist bloß der Kleine. Das stimmt. Bei mir war das, weil ich einen neuen, einen anderen Steam Account reingebracht habe. Ach so. Ach so. Ich geh mal raus, dann zeig ich dir das Olli. Pass auf, ich geh mal raus, ne? Ich geh jetzt aus Spaß raus und du merkst das nicht, ne? Ja, okay. Ich beende das Spiel mal. Ihr müsst euch kurz festhalten. Erik, pass auf, Achtung. Damit du das siehst, was er meint. So, pass auf, ich komm jetzt wieder rein. Ja. Ja. Und jetzt... Unterspielendes Charakter. Und jetzt suche ich mir mal einen aus. Der ist zu hoch, der ist zu niedrig. Den will ich nicht, den mag ich nicht. So, der... Boah, hattest du so viele, ja? Ja, ich habe eins, zwei, drei, vier Charaktere. Jetzt komme ich mit einem rein mit Stufe fünf. Ach du liebe Güte. Nein, ich will das nicht. Oh, jetzt bin ich auch... Warte, ich komme gleich. Augenblick. Ja, ja. Ich bin erstmal auf einem anderen Server gelandet. Ich komme gleich, Erik. Ich muss mir auch nochmal wieder reinkommen. Ja, das wollte ich nämlich als nächstes tatsächlich mal in Angriff nehmen. Und mir einen neuen, damit man, damit ich da wirklich ein bisschen was mache. Also das habe ich auch. Ich habe auch, du kannst auch... Das Spiel kostet ja zehn Euro. Und du kannst zum Beispiel auch, was weiß ich, wenn du jetzt noch einen zweiten Rechner irgendwo rumlungern hast, so wie ich mit meinem Gaming-PC, ne? Mhm. Und dann starte ich da. Und deswegen bin ich da auch immer mit dem anderen Quincy nochmal dazu gewogen, wo du am Anfang gestaunt hast. Ach, wo du doppelt... Das ist einfach nur ein anderes Steam-Account. Ach, schau. Ich habe mir einfach einen zweiten Steam-Account noch zugelegt. Das kannst du ja auch machen. Und habe mir dann nochmal das Spiel gekauft. Das musst du natürlich machen, ne? Ach, so. In dieser Welt bleiben. Das Überlebens-Zelt konnte nicht. Also du hast hier auch First. Das ist also nur immer so zur Erklärung, ne? Ja, ja. So, jetzt pass auf. Jetzt gucke ich mal, wo... Ne, so einen neuen Account, sowas brauche ich eigentlich. Guck mal, Quatschen. Siehst du, mit Level 5 ist er jetzt drin. Äh... Noch sehe ich den kleinen Quincy nicht. Seht ihr? Seht ihr, Thorsten? Ich bin im Team. Im Team gucken. Ach, ach so. Ach, ja. Ja, ja, ja. Ja, tatsächlich. Level 5. Achtung. So, ich habe da auch was hingebaut schon. Juhu! Ja, ja, da. Ach, da, ja, ja, ja. Ach, du Scheiße. Okay. Guck, der ist gerade aus dem Vault draus eigentlich. Aber dann musstest du das Spiel komplett zumacken jetzt. Den musste ich auch. Mal guck, das ist der. Das ist Level 5. Ah, ja, du hast noch dein, du hast noch die, die Geburtshaus mitgebracht. Ja, ich habe auch noch einen Improgebäuer bloß. So, dann habe ich noch einen. Pass auf, den ist jetzt mal wieder raus. Halleluja. Guck mal, hier, hier ist noch so ein Kandidat hier. Guck hier, hier, hier. Hallo, hallo. Pass auf, Charakter. Jetzt kann ich, äh... Lauf nicht weg. Wo ist er denn? Den nächsten. Jetzt, pass auf, einen habe ich noch. Den habe ich aber anders genannt. Quincy, vier, fünf, sechs, zwölf, drölf und drölf und drölfzig. Aber das ist auch noch meiner hier, pass auf. Also ich würde denn, was weiß ich, Rolly 67, Rolly 67 oder so. Und wenn ich das aufeinander halten kann. Äh, Erik ist im Hauptmenü, Rolly ist, ihr seid alle im Hauptmenü. Ja, ich weiß auch nicht. Wer ist, Harry ist noch on. Ist Harry bei uns auf dem Server? Ja. Nee. Nee. Oh, wieso das denn? Weil er nicht mitgekommen ist. Harry, der ist special. Der kleine Harry, den habt ihr da gelassen. Ihr habt Harry vergessen. Ich würde den Harry nicht vergessen. Harry, ich wünsche euch eine gute Nacht, ne? Gute Nacht, Harry. Harvey, nicias. Gute Nacht, Harry. Ciao, ciao, ciao. Freund hat deinen Channel verlassen. So, warte mal. Ach, Myoniq, ihr seid alle auf dem anderen Server. Myoniq ist mit... Boah, warte mal... Also die, die ich sehen konnte, waren alle nicht auf eurem Server. Nee, die sind alle im Hauptmenü hier. Also eh, pass auf. erik ist im hauptmenü soll und dann ist man auf menu rolli ist mir an die kirche ist im hauptmenü warte mal wer ist noch im hauptmenü kadera ist im hauptmenü trinity ist im hauptmenü sind alle im hauptmenü über mehr das heißt ich kann zu keinem hin das ist das doofe das problem habe ich auch ich weiß ich kann nur blockieren und den quadrat das ist einfach nur doof ja also es wäre schon ganz normal ein bisschen das spiel reparieren guck mal wer ist denn jetzt heute mal warte mal warte mal warte mal ich ändere mal dass das ich mache einfach mal ein rollenspiel team so ich würde aber sagen die live stream beenden wir jetzt und ich verbleibe bis morgen oder bis heute abend euer quincy schüß und winke winke